Wenn wir uns hier lauter drehen, hat es keine Auswirkungen auf die Übertragung, sondern nur für uns, auf unseren Kopfhörern. Richtig? Okay, gut. Perfekt. Super. 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 Sie heute als Kommentatoren durch die Veranstaltung begleiten. Ja, endlich geht's wieder los, oder? Ja, es ist nach der langen Corona-Pause endlich wieder soweit. Ich kann's kaum erwarten. Also bei mir kribbelt's schon richtig. Ich hoffe, bei euch Zuschauern auch. Und es erwarten uns auf jeden Fall sehr spannende Kämpfe. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wir haben neun Cage-UFC-Größe. Es ist alles angerichtet. Eben war das Rules-Meeting. Die Athleten sind ready. Gerd Richter mit KSW und Erfahrung in der UFC auch. Ist bereit, hat die Athleten ready gemacht. Und ja, es gibt noch relativ viel zu tun beim Rapping. Aber ich denke mal, irgendwann werden wir bereit sein. Wie gesagt, jetzt aktuell ist angepeilt, dass der erste Kampf vom Viertel nach zwölf beginnt. Also ein bisschen Zeit haben wir noch. Und ja, die Schlange an den Bandaten ist auch noch recht lang, aber das läuft alles. Ich denke auch. Wie ist das hier in Göttingen jetzt abgelaufen in der ganzen Vorbereitung? Kannst du uns da ein bisschen was genaueres zu erzählen? Du kommst ja aus der Region auch. Genau, ich komme aus der Region. Ich trainiere in einem der zwei Gyms hier, Sportschule TM, die auch der Veranstalter hier sind oder die das Ganze mit ermöglicht haben. Und bei uns lief es so, dass wir eigentlich ab Januar zumindest in Kleingruppen trainieren konnten, aber halt Einzelgruppen. Ein, zwei Leute pro Halle und dann auch mit Abstand. Ab Januar doch, ja? Ja, aber halt Einzeltraining. Kein Langsam wieder anfangen mit etwas größeren Gruppen, mit Hygienekonzepten natürlich. Habt ihr Glück gehabt schon. Bei uns in Berlin war irgendwie alles ganz zum Schluss, so super vorsichtig. Und jetzt geht es aber auch Gott sei Dank los und alle sind heiß und freuen sich auch wieder zurück in die Studios zu können. Und ja, genauso wie wir, dass wir jetzt hier sein dürfen. Ja, wir haben auf jeden Fall noch ein paar Veranstaltungen, die in nächster Zeit auf uns zukommen. NFC steht auf unserer Liste, ganz oben. Richtig. Und ich glaube, da haben wir auf jeden Fall was vorbereitet und können mal ein bisschen reinschauen. Genau. Das große NFC-Wochenende. Drei Tage, drei MMA-Events und das Beste, ihr könnt live dabei sein. Was für ein Löwenherz. Ein echter Krieger. Vom 23. bis 25. Juli seht ihr im Maritimhotel Bonn das Stärkste, was MMA Deutschland zu bieten hat. Plus, mit dem NFC-Superpackage bekommt ihr die besten Tickets für die NFC-Series und NFC 4. Eine Übernachtung im Vier-Sterne-Hotel und ein erstklassiges Dinner inklusive. Der große NFC-Triple-Header im Juli. Jetzt Tickets sichern auf eventim.de Also der Juli ist ja gut vollgepackt auf jeden Fall. Wenn es losgeht, dann auch gleich wieder richtig. Sehr gut. Ja, die Kämpfer machen sich warm. Wir haben hier auch im Käfig noch die letzten Begehungen. Noch mal ein Feeling kriegen. Noch mal ein bisschen Wettkampf-Atmosphäre. Sich mit den Bedingungen vertraut machen. Und dann ready sein, wenn es losgeht. Wir haben auch ziemlich gute Bedingungen. Alles Corona-konform natürlich, wenn ich mich hier umgucke. Wir haben einzelne Matten im Gegensatz zu alten Turnieren. Genau. Wo man eigentlich voll zusammen war die ganze Zeit. Wo man gerne auch mal mit dem Gegner eigentlich schon nebeneinander trainiert und sich aufwärmt. Genau, genau. Jetzt einzelne Matten und alles super clean. Also die GEMAV achtet da in jeder Hinsicht auf die Einhaltung der Corona-Maßnahmen. Auch wenn die Inzidenzen ja ziemlich niedrig sind momentan. Aber ich denke, es ist einfach wichtig, da auch mit einem guten Beispiel voranzugehen, oder? Selbstverständlich. Und die Ante-Maten-Zug können wir uns eigentlich auch nur bedanken. Ich meine, es ist ja komplett ehrenamtlich organisiert und da hat sich die GEMAV wirklich sehr gut eingesetzt. Ich wundere mich immer, wie die das hinkriegen eigentlich. Das ist echt super professionell und macht einen richtig guten Eindruck. Und auf dem Weg, MMA professionell und olympisch werden zu lassen, irgendwann unabdingbar einfach. Selbstverständlich. Jetzt wird es hier ein bisschen voller. Okay, während die Kämpfer sich warm machen, werden wir nochmal die Zeit nutzen und die Sponsoren ein bisschen zu Wort kommen lassen und in die Werbung gehen. Wir sind gleich wieder für euch zurück. Seid also gespannt. Es geht in wenigen Momenten dann weiter. Diese GEMAV-Meisterschaft wird dir präsentiert von mehr als nur zusehen? Willst auch du Teil des Spektakels sein? Werde Akteur in der spektakulärsten Kampfsportart der Welt. Tauche ein in die Welt des MMA. Ja, meine Damen und Herren, dann hoffen wir, dass wir Ihnen einen ersten guten Eindruck geben konnten, dass Sie genauso gespannt auf die Veranstaltung sind wie wir. Und dann geht es auch schon in 15 Minuten los. Das nächste Match startet in Kürze. 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 Das nächste Match Startet in Kürze Startet in Kürze Startet in Kürze Das nächste Match startet in Kürze Startet in Kürze Startet in Kürze Das nächste Match startet in Kürze Das nächste Match Startet in Kürze Startet in Kürze Das nächste Match startet in Kürze Startet in Kürze Das nächste Match Startet in Kürze Startet in Kürze Startet in Kürze Startet in Kürze Kürze Untertitelung des ZDF, 2020 Das nächste Match startet in Kürze. Untertitelung des ZDF, 2020 Das nächste Match startet in Kürze. Untertitelung des ZDF, 2020 Das nächste Match startet in Kürze. Untertitelung des ZDF, 2020 Das nächste Match startet in Kürze. Untertitelung des ZDF, 2020 Das nächste Match startet in Kürze. Untertitelung des ZDF, 2020 Das nächste Match startet in Kürze. 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 Match startet in Kürze. Das nächste Match startet in Kürze. Match startet in Kürze. Match startet in Kürze. Match startet in Kürze. Das nächste Match startet in Kürze. 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 Das nächste Match startet in Kürze. So, willkommen zurück, meine Damen und Herren. Wie versprochen geht es jetzt gleich los mit unserem ersten Kampf zwischen Hamza Tadevrien und Adam Sigoury. Aber vorher können wir Ihnen noch einen Trailer präsentieren, und zwar für die kommende Deutsche Meisterschaft. Liebe Kampfsportfreunde, macht euch bereit für die Deutsche Meisterschaft im Amateur-MMA. Am 25. September findet dieses einzigartige Event in der Stadthalle Falkensee bei Berlin statt, bei welchem sich die Athleten für die deutsche Nationalmannschaft empfehlen können. Und wichtige Punkte in den Rankings sammeln. Es wartet ein Tag voller spektakulärer Kämpfer auf euch, die ihr nicht verpassen solltet. Tickets gibt es im Ticketshop der GEMAV. Weitere Infos zur Veranstaltung sowie der Arbeit der GEMAV findet ihr unter www.gmav.de Auch da steigt die Vorfreude. Ja, Harry, willst du noch, während wir auf den ersten Kampf warten, ein bisschen was zu der Meisterschaft erzählen und zur Nationalmannschaft? Ja, also die Meisterschaft ist natürlich erstmal, dass es losgeht, ist überragend. Corona-Jahr hat uns natürlich alle irgendwie, steckt uns noch im Knochen und auch den Kämpfern wahrscheinlich. Es ist so, dass wir natürlich die Regionals sozusagen, also die regionalen Meisterschaften immer als Qualifikationsturniere auch mit für die Nationalmannschaft nehmen, sodass wir da, dass sich Kämpfer dort beweisen können und ins Rampenlicht kämpfen können. Und wir dann eben für die internationalen Turniere der EMAV, der internationalen MMA Federation, Mixed Martial Arts Federation, dann eben auch ein schlagkräftiges Team an den Start bringen können. Und ja, ein super Team, wie in den letzten Jahren, auch an den Start bringen und vielleicht auch ein bisschen Edelmetall mit nach Hause bringen. Schön wär's. Haben wir ja, haben wir ja. Also Anna Gaul zum Beispiel, zweimal Weltmeisterin, einmal Europameisterin und, sorry, andersrum, einmal Weltmeister, zweimal Europameisterin. Kommt noch. Kommt noch, genau. Und dieses Jahr wird es ja dann wieder losgehen. Wir haben jetzt den World Cup in Prag im September, vom 8. bis 12. September. Dort steht das Team. Das Team schon relativ. Wir haben hier noch ein, zwei Leute, die sich empfehlen wollen. Das Starterfeld heute ist natürlich auch noch, und das soll auch vor allen Dingen allen Neulingen noch mal ein bisschen Mut machen, noch relativ unerfahren. Es gibt ein, zwei Leute, die schon mehrere Kämpfe haben, aber das gesamte Starterfeld heute hat unter zehn Amateurkämpfe. Gut, danke für die Information. Und damit gehen wir auch direkt in den ersten Kampf. So, Freunde. Lange ist es her. Ein ganz verrücktes Jahr liegt hinter uns allen. Ich denke mal, ich spreche da nicht nur für mich. Ein Jahr, wo das Training schon schwer war. Ein Jahr, wo es keine Wettkämpfe gab, keine Turniere. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich unglaublich, dass ich heute schon wieder so viele bekannte Gesichter gesehen habe, dass ihr uns, der Gemaf, treu bleibt, dass das Team gleich geblieben ist. Und von daher herzlich willkommen, Deutschland hier zu den mitteldeutschen Meisterschaften. Wahnsinn. Ich bin heute schon seit langem wieder ein bisschen aufgeregt, weil ich einfach aus der Übung bin. Es ist so lange her. Mein Name ist Jan Schwarzrock und ich bin heute euer Ringsprecher und werde euch so ein bisschen durch die Veranstaltung führen, euch ein paar Background-Infos geben und das Ganze ein bisschen flüssig gestalten. Aus ganz Deutschland sind heute Teams angereist. Aus Berlin, Stuttgart, Frankfurt, Leipzig, Dresden, komplett Deutschland ist heute hier versammelt und das verdient nochmal einen kräftigen Applaus. Nichtsdestotrotz, auch wenn die Pandemie gerade am Abklingen ist, würde ich euch trotzdem bitten, ein wenig auf die Abstände zu achten und natürlich, wenn ihr mit fremden Menschen interagiert, euren Mundschutz aufzuhalten, eure Maske. Okay? Wir sind mittlerweile auch live auf fighting.de, dem größten Online-Kampfsportportal und von daher, ey, einfach nur großartig. Applaus dafür. Amateur MMA, auch wenn es die Amateure sind, es kann immer viel passieren. Von daher seid euch gewiss, sowohl die Zuschauer vor dem Bildschirm als auch ihr in der Halle. Für medizinische Versorgung ist gesorgt, sowohl vor dem Kampf, nach dem Kampf, als auch während dem Kampf. Von daher erstmal schon mal im Voraus einen großen Applaus für unsere medizinische Versorgung. Amateur MMA, was ist der Unterschied zum Profi MMA? Zum einen der Unterschied in der Kampfzeit. Wir kämpfen hier zweimal drei Minuten. Sollte es zu einem Unentschieden kommen, wird eine dritte Runde angehangen, sprich, dreimal drei Minuten. In den Finals, welche heute im Nachmittag stattfinden werden, wird prinzipiell immer dreimal drei Minuten gekämpft. Die Handschützer sind dicker als bei den Profis. Ebenso kämpfen wir mit Schienbeinschoner. Und die Toleranz der Referees, was die Gegenwehr angeht, ist etwas geringer als bei den Profis. In diesem Sinne, Freunde, noch ein paar wichtige Namen, welche uns heute den Tag über begleiten werden. Wir haben heute folgende Referees am Start. Gerd Richter, Franz Schwertmann, Andreas Rachfall, Mirko gleichauf und Philipp Neumann. Chef-Referee des heutigen Tages ist Gerd Richter, welcher unter anderem schon für KSW und die UFC im Oktagon stand. Unsere Kommentatoren auf Runfighting sind heute Harry Werz und Felix Cordes. Die Judges, die dazu da sind, einen Punktentscheid herbeizuführen, sollte es kein K.O. oder eine Aufgabe geben, sind heute Ronja Geiter, Martin Engels, Nick Skunde, Takeo Kobayashi, BH Memedi und Theis Kleintjens. Als Cutman für die optimale medizinische Versorgung fungieren heute wieder wie gehabt Benni und Steffi Steigler. Und ebenfalls als Neuzugang im Cutman-Team begrüßen wir heute Miriam Kleger. Und zu guter Letzt, bevor wir ans Eingemachte gehen, noch einen großen Dank an die Sportschule TM, welche die Halle organisiert hat und auch sonst mit Rat und Tat bei der Organisation dieser großartigen Veranstaltung uns zur Seite stand. Großen Applaus. Den ersten Kampf werde ich in wenigen Augenblicken ausgeben. Das nächste Match startet in Kürze. Ein großen Applaus aus Berlin für die Spitfire Academy, Hamza Dallivire! Und hier kommt Hamza Dallivire, unser erster Athlet für den Tag, für den Kampf im Featherweight, also im Federgewicht. Diesen ersten Auftaktkampf wird Philipp Neumann als Referee betreuen. Dallivire bringt bereits einige Erfahrungen mit. Er hat Vorerfahrungen im Boxen, im Taekwondo und auch im Judo. Und im Amateur-MMA ist sein Rekord bis jetzt folgendermaßen. Acht Siege, eine Niederlage. Also schon einer der Athleten, die etwas mehr Erfahrung aufs Parkett bringen heute. Auf jeden Fall. Und wir können gespannt sein. Sieht sehr fokussiert aus. Sein Warm-up auch eben sehr fokussiert. Ich war eben nochmal kurz drüben und ich glaube, die Einstellung stimmt. Er geht nochmal in sich kurz vorher und wird jetzt gleich in den Cage gehen. Hamza Dallivire! Sein Gegner in der Roten Ecke, ebenfalls aus Berlin, für das Job-Team. Einen großen Applaus für Adam Sigauri! Und hier haben wir Adam Sigauri, den Kontrahenten. Auch er bringt bereits einige seiner Erfahrungen mit. Und zwar hat er vier Siege im Amateur-MMA vorzuweisen. Keine Niederlagen bis jetzt. Das ist auf jeden Fall ein Start, der sich sehen lässt, würde ich sagen. Wir können wirklich gespannt sein. Es geht gleich los mit einem richtigen Highlight hier, würde ich sagen. Und jetzt kommt noch der letzte Check der Inspektoren. Es wird natürlich noch für die Sicherheit der Athleten gesorgt. Die Vaseline kommt noch auf die Augenbrauen und die sogenannte Panda-Maske wird einmal abgemalt. Und dann kann es auch gleich losgehen. Das Ganze zur Cut-Prophylaxe, dass wir natürlich nicht gleich bei den ersten Schlägen, bei den relativ dünnen Handschuhen im Vergleich zum Boxen jetzt, keine Cut-Verletzungen sehen. Vielleicht können wir nochmal ein bisschen auf die Regeln eingehen. Unterschiede Profi-MMA, Amateur-MMA? Ja, sehr gerne. Also zunächst einmal haben wir vier gravierende Unterschiede. Im Gegensatz zum Profi-MMA sind keine Knie zum Kopf erlaubt, allerdings zum Körper. Da dürfen Knie gegeben werden. Ellbogen sind komplett verboten. Wenn es zum Boden geht, sind keine gedrehten Beinheber erlaubt. Also Hilux zum Beispiel sind verboten. Tuchholz sind allerdings erlaubt. Und wir werden jetzt in den Vorkämpfen... Alan, Siehari ebenfalls aus Berlin. Schön, dass du da bist. Vor dem Finale werden wir immer zwei Runden, drei Minuten sehen. Also hier auch keine fünf Minuten Runden. Und eben reduzierte Kampfzeit auf zwei Runden. Das heißt, die Athleten müssen gleich zeigen, wo es lang geht. Es muss sofort losgehen. Und sollte es unentschieden stehen nach den ersten beiden Runden, kann es eine dritte Verlenkerungsrunde geben. Und die Teams müssen darauf vorbereitet sein. Ready? Ready? Game 2. Referee Philipp Neumann. Satter Lowkick gleich am Anfang mal. Von Sigauri. Aber Dadeviren bleibt schön in der Mitte. Oh. Er zieht sie in den Fuß weg bei Mabashigeri. Und jetzt natürlich geht gleich in die Butterfly Guard. Und versucht die Schläge zu vermeiden. Gut gemacht eigentlich. Aber jetzt ist Dadeviren wieder in Sigauris Open Guard. Aber Sigauri hält ihn sich noch ganz gut runter. Arbeitet mit Schlägen. Und kontrolliert die Hüfte sehr gut auch mit dem Fuß noch. Versucht Schaden anzurichten aus der Rückenlage. Natürlich die dominante Position, die hat im Moment Dadeviren. Allerdings kann man auch aus der Guard rückenliegend natürlich punkten, Schaden anrichten. Und darauf kommt es natürlich an, auf den Kampfrichterzetteln. Gut das Spiel kontrolliert, schnell aufgestanden. Sehr schön. Klasse gemacht. Beide sehr leichtfüßig. Versuchen die optimale Entfernung zu halten. Sigauri jetzt mit der besseren Position im Cage. Rücken zur Mitte. Wechselt auch mal die Auslage. Versucht den Gegner ein bisschen zu beschäftigen dadurch. Oh, sehr schöner Trepp von Dadeviren. Und das Superman Punch. Versucht da einen Wheelkick. Beide Underhooks jetzt bei Sigauri. Das ist gefährlich jetzt. Für Dadeviren. Da muss er sich gut verteidigen. Muss vielleicht einen Underhook sich wiederholen. Muss auch mit den Knien aufpassen. Und Sigauri probiert mit dem Kopf Druck zu machen aufs Kinn. und ihn aufzurichten, den Schwerpunkt hochzuholen. Macht er super. Jetzt kommt gleich vielleicht der Takedown. Noch eine Minute Kampfzeit. Erneut die Knie zum Oberschenkel. Ah, das ist der Ansatz. Und das gelingt ihm sehr schön. Aber Dadeviren bringt zumindest wieder ein Beinstellung. Er ist hier noch nicht komplett in der Sidemount gefangen. Und Sigauri muss wegen der Upkicks aufpassen, aber macht gleich wieder die Distanz zu. Nach der unvorteilhaften Position am Anfang hat sich Sigauri dann doch gut wieder gefangen und konnte der Runde dann doch den Stempel aufdrücken, meiner Meinung nach. Ja, allerdings hatten wir den sehr schönen Treffer im Stand von Dadeviren. Also es war auf jeden Fall ausgeglichen. Wird interessant sein, wie die Refs und die Judges hier entschieden haben für diese Runde. Die Teams können jetzt in den Cage reinkommen und sich um die Kämpfer kümmern für eine Minute. Aber grundsätzlich eine schöne erste Runde. Guter Start, finde ich, von beiden. Technisch sehr sauber. Gute Positionierung. Ja, sowohl im Stand als auch im Boden. Von beiden gute Arbeit. Und die beiden haben auch eine, sagen wir, umstrittene Position, und zwar, dass sie den ersten Kampf machen müssen. Einige Athleten machen das sehr, sehr ungerne. Die werden erstmal warm, gucken, wie sie alles entwickelt. Andere, wie ich zum Beispiel auch, bringen es eigentlich ganz gerne hinter sich und machen es so schnell wie möglich. Wir gehen in die zweite Runde. Dadeviren kann es kaum abwarten. Wir sind zu weit vorne. Zweite und vielleicht entscheidende Runde. Musiker, aber hier wechselt die Auslagen. Sehr gut getimter Frontkick zur Abwehr. Beide arbeiten viel mit Feints und finden, gucken, wie der andere reagiert. Siegaudi bis jetzt auf jeden Fall der Dominantere, hat die bessere Position im Cage, bleibt aggressiv, arbeitet viel mit sehr schönen Kicks, wie hier zu sehen. Wir dürfen nur nicht vergessen, es geht in allererster Linie erstmal um effektives Striking und Gravelling und weniger um die Positionierung im Optagon. Sollten die ersten beiden, also die ersten genannten Kriterien, komplett ausgeglichen sein, was meistens in der Fall ist, dann werden erst Oktagon-Control und Aggressivität herangezogen. Also insofern müssen wir, können wir da nicht so sehr auf die Oktagon-Positionierung achten. Austausch von sehr schönen Low-Kicks. Beide haben gut gelandet. Aber Sigoury macht jetzt hier wirklich Druck. Und guter linker Haken. Der hat gut gesessen. Oh, gut gekontert. Sieht jetzt so aus, als wenn konditionelle Vorteile auch bei Sigoury sind. Fantastischer Take-Down von Sigoury. Dadivieren doch jetzt schwerer am Atmen. Ja, und ist auch jetzt in der Side-Control gefangen. Hat es nicht geschafft, ein Bein ins Verteidigung reinzubringen und eine Gart zu etablieren. Das heißt, jetzt auf jeden Fall dominante Position für Sigoury. Eine Minute noch auf der Uhr. Mach mit der Schulter Druck. Okay, und wenn jetzt die Full-Mount zieht, dann könnte es einen Giotin-Shop vielleicht geben. Aber es ist alles sehr eng. Dann wird sich da wieder in die Half-Guard. Muss aber wirklich auf seinen Nacken aufpassen, denn auch in der Half-Guard kann die Giotin durchaus zugezogen werden. Ich wollte gerade sagen, also... Nicht unbedingt von Vorteil jetzt. Aber jetzt setzt Sigoury zur Giotine an. Ja. Dadivieren-Pusch noch gegen. Zehn Sekunden noch. Kann Dadivieren durchhalten. Die Runde sollte auf jeden Fall an Sigoury gehen. Das würde ich auch sagen. Superrunde von Sigoury. Fantastisch. Generell ein guter erster Kampf. Jetzt müssen wir mal gucken, wie viel war der Superman-Punch wert in der ersten Runde. Nun wird die Entscheidung den Judges überlassen. Sollte ein Unentschieden zustande kommen, würde es eine dritte Runde gehen. Wir bleiben also gespannt. Die Rundenpause wird auf jeden Fall ganz normal durchgezogen. Das wurde auch im Rules-Meeting nochmal extra den Kämpfern gesagt und den Teams. Damit es dann ganz geordnet für eine dritte Runde weitergehen kann. Die Kämpfer sind auch auf drei Runden eingestellt. Idealerweise. Okay, wir warten immer noch auf die Punktzettel. Der Scorekeeper ist am Einsammeln und demnächst sollten wir die Entscheidung haben. Es sieht so aus, als wenn wir ein Urteil haben. Der vierte Auftragkampf soll den Tages durch einstimmig Punktentscheid auf der rote Lecke. Rana Sigoury. Sigoury macht. Da hat die erste Runde für ihn gereicht und die zweite hat er ganz klar gewonnen. Eine sehr schöne Leistung. Ja, wirklich sehr abgeklärt, sehr ruhig, gut Druck gemacht und ihn die ganze Zeit beschäftigt. Immer wieder die Auslage gewechselt. Das war schon beeindruckend. Sehr gut mit Kicks gearbeitet, Distanz gehalten. Ja, und das 4-0 in ein 5-0 verwandelt. Sehr schön. Wunderbar. So, wie geht es weiter? Wir haben wieder einen Federgewichtskampf auf dem Programm. Wieder natürlich zweimal drei Minuten. Als nächstes trifft Lorenzo Bartsch auf Nico Rauke-Hauke. Aber wie wir gerade gesehen haben, erstmal muss der Käfig wieder präpariert werden, einmal durchgewischt werden, dass es nicht so rutschig ist. Gleiche Bedingung für alle. Ja, im Federgewicht haben wir eine sehr vollgepackte Division. Wir haben insgesamt neun Kämpfer. Ja, aber alles gemäß. Federgewicht, Leichtgewicht und Wältergewicht sind eigentlich immer die am stärksten vertretenen Klassen. So 65 bis 77 Kilo. Genau, und wir müssen festhalten, wir haben noch Kämpfer mit lupenreinem Rekord. Und auch Lorenzo Bartsch mit einem 4 zu 0 Rekord im Moment. Allerdings auch mit einem K1 Rekord mit 4 Sieben und 2 Niederlagen. Bringt etwas Erfahrung mit, würde ich sagen. Herr Bartsch bringt auf jeden Fall Erfahrung mit. Gut, und auch Nico Rauker-Hauke konnte den ersten MMA-Kampf, den ersten Amateur-MMA-Kampf seiner Karriere für sich entscheiden. Insofern werden wir hier natürlich einen spannenden Kampf erleben, weil niemand wirklich seinen ersten Fleck auf der weißen Weste haben möchte. Ich bin gespannt. Weil Hauke auch noch mit einem Shoot-Tour-Erfahrung mitgebracht hat. Auch zwei Siege und eine Niederlage. Das Shoot-Tour ist im MMA ja schon sehr ähnlich, bloß noch etwas ringlastiger. Absolut, absolut. Starker Auftakt auf jeden Fall. Die beiden Athleten haben sich nichts geschenkt. Und genau auf diesem Niveau kann es heute weitergehen. Weiter geht es zum richtigen Stichwort. Wir starten jetzt direkt in die zweite Begegnung, ebenfalls ins Federgewicht des 65,8 Kilogramm. Ich rufe als erstes in den Cage, in die blaue Ecke für das Best-Gym-Ospelgisch-Gladbach. Lorenzo Barsch. Applaus Vielen Dank. Applaus Wir können gespannt sein auf Lorenzo Barsch. Ich bin gespannt auch, wie er sich vom Weight-Cut erholt hat. Vorhin, als wir bei Medica-Check waren, meinte er, ging ihm doch relativ gut an die Nieren. Jetzt sind ein paar Stunden vergangen. Mal sehen, wie er sich schlagen wird. Ich meine, das Risiko des Kratzes besteht ja immer, speziell im Amateur, wo die Waage nur einigen Stunden vor dem Kampf ist. Absolut. Das macht natürlich die Sache auf jeden Fall etwas gesünder, schon mal, dass es am selben Tag vor allen Dingen ist, nicht nur im Profibereich, wo dann teilweise wirklich unglaubliche Mengen an Kilogramm abgenommen werden für eine kurze Zeit. Wir haben natürlich auch immer die Diskussion, es gibt viele, die sich dafür aussprechen, dass das Riegen direkt vor dem Kampf stattfindet, also noch mehr. Jetzt konzentrieren wir uns am besten mal auf den nächsten Kämpfer, haken danach her ein. Und hier kommt da auch schon Nico Gahauke. Ja, und wie eben schon angemerkt, hier haben wir ein stilistisch interessantes Match, das wir jemanden mit eher ringerischem Background gegen jemanden haben, der aus dem Kickboxen kommt. Eigentlich ein Klassiker im MMA, Striker gegen Grappler. Inspektor Gerd Richter noch mal mit den letzten Checks. Alles wird hier wirklich doppelt und dreifach gecheckt, auch in den Kabinen wurde schon nachgeguckt natürlich, aber jetzt kurz vor dem Kampf, vor dem Betreten. Der ist Cages, noch mal der finale Check und jetzt ist es angerichtet. Philipp Neumann wird den Kampf gleich freigeben. Kentschrei, Runde 1. Ja, beide arbeiten sofort mit Kicks. Und dann hat er ein sehr schöner Headkick. Direkt weiter zum Takedown. Ja, schöner Sweep. Ein fantastischer Sweep. Sehr gut, das Bein in Stellung gebracht. Und wieder ein Reversal. Hält den Gegner gut an sich dran, vermeidet dadurch die Schläge. Hält die Garde aber offen, bleibt da mobil. Und jetzt kann er sich leicht separieren, aber es geht anscheinend gleich, wenn Triangle versucht. Zumindest. Ja, aber noch mal den Arm in Position. Haben soll er aufpassen, stimmt. Ja, ist wieder außer Gefahr. Zumindest für jetzt. Oh, der geht auf den Amerikaner. Der Amerikaner hat zumindest versuchen, zu sweeten, falls das Admission nicht gelingt. Aber dafür ist Bartsch jetzt rüber gestiegen. Und Bartsch jetzt in der vollen Mount. Schon wieder ein Sweep, also das geht hier am Boden hin und her. Und der Hebel ist drin, scheinbar. Oh, 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 jetzt könnte es zu vorne das Admission geben. Das sieht eng aus jetzt. Das sieht sehr, sehr eng aus. Bartsch hält durch. Jugendliche Mobilität, würde ich sagen. Da kommen ihm seine 19 Jahre doch entgegen. Das war wirklich knapp. Und das Admission-Attempt sicher auch auf den Punktrichterzetteln, zumindest auf der rechten Seite vom Cage. Wie wir haben es gesehen haben. Aber der Griff ist auch immer noch da. Was Bartsch hilft, ist, dass er das linke Bein von Hauke mit seinem Bein getrappt hat. Da kann er sich ein bisschen Spiel verschaffen, aber auch nicht allzu viel. Versucht er das Knie reinzukriegen, damit er nicht fullmaut, ähm, Schere ziehen kann. Also Garth. Und jetzt ist der Knie wieder vollkommen gelöst. und wir sind wieder oben. Aber jetzt muss Bartsch aufpassen wegen der Guillotine. Das macht er aber sehr schön. Er bringt den Nacken in Stellung, schaut hoch. Oh, und jetzt hat er runtergeschaut. Jetzt muss er wirklich aufpassen und die zehn Sekunden durchhalten. Und er setzt zum Takedown an. Und noch ein paar Schläge. Gutes Finish. Änder spät, etwas spät, muss man sagen. Aber gut. Nicht zu spät. Den letzten Schlag lassen wir nochmal so durchgehen. Schöne erste Runde. Viel am Boden gesehen. Guter Positionswechsel. Aber konstanter Positionswechsel. Also dafür, dass es eigentlich auf dem Papier Striker gegen Grappler ist, war das von beiden, was Grappling angeht. Fantastisch. Ich würde Hauke trotzdem eben wegen der angesetzten Zermischen erst zuerst einen leichten Vorteil geben. Dann zum Schluss eben noch die Guillotine, die Bartsch auch natürlich auch mit dem Takedown wieder sehr gut verneint hatte. Ja, aber du hast recht. Also ich glaube auch, dass die Runde auf den Punkt zetteln für Hauke geht. Und wir sind jetzt gespannt, was in der zweiten Runde noch für uns parat hält, dass die zweite Runde parat hält. Was allerdings in der ersten Runde auch noch zu berücksichtigen ist, ist gleich zu anfangen. Der Headkick von Bartsch. Auch wenn es nur ein paar Sekunden waren, es gab einen sehr schönen Start im Stand. Runde 2. Schon wieder. Der war auch leicht dran. Versucht die Entfernung zu finden mit den Kicks. Schönes Knie zum Körper. Jetzt nicht in den Käfig greifen, ganz wichtige Regel. Ein guter Reversal von Hauke. Dann hat er wieder ein Knie für Bartsch. Da greift er. Ah, die Knie zum Körper sitzen. Aber jetzt feuert Hauke auch zurück. Oh, ich glaube, der hat wirklich gesessen, der Letzte. Da ist er ein bisschen zusammengegangen. Checkdown an. Jetzt hat er die Full-Mount. Nicht nur Full-Mount, sondern Bartsch ist auch noch am Käfig getrappt. Bartsch versuchte aufzustehen. Sehr gut mit der Hüfte gearbeitet, wie er nach oben gekommen ist. Wenn er den Arm wegschiebt, hat er den Rücken. Stopp! Stopp! Okay, Käfig festgehalten. Ja, und dann treffe er in den Genitalbereich. Das auch noch. Das läuft hier genau wie bei den Profis. Bartsch bekommt fünf Minuten, um sich zu erholen. Das ist jetzt für Hauke nur eine Verwarnung, also noch kein Punktabzug. Das passiert weiter. Und es geht früher weiter. Bartsch ist ready. Und es geht weiter. Oh, das ist schon wieder zum Endkicker. Wenn so Bartsch versucht, die Balance zu stören mit den Low-Kicks, vergisst von Meiner, meines Erachtens ein bisschen das Schaden in der Situation. Jetzt wieder Tye-Klinch. Sehr schön, aber genau, vorsichtig mit den Up-Kicks. Und der entscheidet sich, zum Boden zu gehen. Schöne Wirkungstreffer von oben. Gute Kombination von Körper- und Kopftreffern. Jetzt aufpassen mit den Up-Kicks für Bartsch. Und vor allem aufpassen mit dem Leg-Lock. Aber das hat Bartsch im Griff. schon ein paar satte Treffer habe ich jetzt gesehen. Ja, beim Konstant. Die sind nicht unbedingt hart, aber es sind viele und das rechnet sich. Ja, Hauke versucht schon wieder auf den Leg-Lock zu gehen. Und zweite Runde vorbei. Gutes Ende von Lorenzo Bartsch. Ja, ich glaube, es reicht nicht ganz, oder? Ich bin mir nicht sicher. Also Hauke hatte einen sehr guten dominanten Start. Er hat sich die Mount geholt, aber zum Schluss war es doch sehr dominant von Bart, sehr ausgeglichen. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir hier eine dritte Runde sehen. Ja, auch nicht der schlechteste, muss man sagen. Auch geatmet, aber auch sehr schwer. Bartsch wirkt noch verhältnismäßig ruhig, aber auch ihm ist natürlich die Anstrengung anzusehen. Zwei mal drei Minuten klingt wenig, aber das ist sehr, sehr anstrengend, was die beiden hier leisten. Dementsprechend ist die Intensität natürlich auch etwas höher, wenn man jetzt drei mal drei hätte oder drei mal fünf oder so. Das haut schon rein, hast du recht. Und jetzt haben wir schon das erste Unentschieden des Tagesstrich bekommen. Sehr, sehr gut vorhergesagt, wunderbar. Und ich denke, bei diesen beiden Atten ist das definitiv eine gute Sache. Ready, ready. Also dann, Page 2, Runde 3. Hier geht's, Entscheidungsrunde. Wieder geht's mit Leckkicks los. Auch jetzt die Müdigkeit schon anzumerken. Oh, aber da landet er eine fantastische Spinning Backlist und geht zum Takedown. Aber das war eine gute Kontrolle von Barth. Das war auch wieder knapp. Der Abkick hätte fast gesessen. Haben wir auf internationaler Ebene auch schon mehrmals Chaos gesehen. Diesmal macht Hauke die gerade zu. Versucht möglichst eng zu bleiben. Barth macht weiter Druck. Du musst allerdings aufpassen. Aber landet jetzt wieder Treffer von oben. Oh, das sind harte Treffer. Über sehr überzeugendes Ground and Pound von Lorenzo Barth jetzt. Ende zweiter Runde. Dritte Runde auch. Barth scheint hier auf jeden Fall insgesamt mehr Atem zu haben. Alles noch saubere Treffer. Da muss er aufpassen. Da muss er aufpassen gerade. noch zum Hinterkopf oder zum Nackenbereich geht. Wenn er jetzt das Bein freikriegt, dann ist er in der perfekten Position, aber jetzt schon wieder. Er geht lieber fürs Ground and Pound. Da ist auch seine Stärke. Aber Hauke jagt schon wieder auf den Neck. Schöner Druck, schöner Druck. Sehr gute Aggressivität. Jetzt ist Barth in der Side-Control. Setzt wieder harte Treffer. Leichter Cut jetzt am rechten Auge von Lorenzo Batsch. Sollte aber in diesem Kampf keine Rolle mehr spielen, denke ich. Hauke setzt jetzt auch Treffer von unten. Will da, glaube ich, einen Jujikatama ansetzen. Armbar, aber hat den falschen Arm. Starkes Ground and Pound. Wir haben nur noch 40 Sekunden auf der Uhr jetzt. Wieder geht auf den Lenklauke. Das könnte diesmal ein Niba werden, tatsächlich. nicht erlaubt. Satte Treffer. Jetzt ist alles offen. Oh, die Hände sind eingeklemmt. Oh, noch einer, noch einer. Das könnte jetzt abgebrochen werden. Fightback-Kommando kam schon. Jetzt ist nicht mehr viel Zeit. Und Batsch arbeitet weiter. Auch gecovert ab. Aber die Treffer kommen durch. 10 Sekunden. Sau starke Runde von Lorenzo Batsch hat das Ding geholt. Das war konditionell einfach besser. Mehr Druck, mehr Aggressivität in der letzten Runde. Und auch einfach mehr Kontrolle am Boden. Haug ist ja die ganze Zeit gefährlich geblieben, ist immer wieder auf die Beine gegangen, hat es immer wieder geschafft, Gar zu etablieren. Aber Batsch, sehr, sehr guter Druck, gute Stabilität von oben. Und dann kamen die Treffer non-stop. Und satt. Also, wir hatten schon ein bisschen Angst hier in der Splash-Zone, oder? Ja. Aber Respekt an Haukel. Er hat es durchgezogen bis zum Ende der Runde geschafft. Und auch ein guter Beginn. Also, taktisch hat er das gut gemacht am Anfang. Gute Treffer gelandet. Die Entfernung gesucht mit den Leg-Kicks und dann mit seinen Fäusten. Nicht zu vergessen, die Spinning Back-Fist. Ja, das ist trotzdem Müdigkeit. Wobei das öfter ein Move kommt, wenn nicht mehr ganz so viel da ist, muss man auch dazu sein. Aber wir hatten es auch bei der WM in Bahrain, Julius Gebele, also hat dem Gegner wirklich drei Runden das mehr oder weniger, ja, man kann sagen, besorgt. Und dann in der letzten Sekunde, fast schon in den letzten zehn Sekunden waren angebrochen, Spinning Back-Fist, Knock-Out, das war's. Protect yourself at all times, bis zum Schluss. Du sagst es. Kommen wir nun zu Urteilsverkündung dieses Spektakels. Der Sieger dieser zweiten Begegnung und Federgewicht durch einstimmigen Punkt entscheidet. In der blauen Ecke für das Bestium Lorenzo Bartsch. Sehr verdient, aber starke Leistung von Lorenzo Bartsch. Wie gesagt, beinahe ein TKO, aber Auker hat mich sehr gut durchgehalten bis zum Schluss. Und die Fairness, die wir hier sehen, beide gehen nochmal zu den gegnerischen Teams, schlagen sich ab, das ist das, was wir sehen wollen. Ja, unbedingt. Aber hier auch zu berücksichtigen, beide Fehlgewichtskämpfe bis jetzt, einer gegenüber zwei Runden, einer über drei. Die Gaudi zum Beispiel hat sich wahrscheinlich etwas weniger verausgernt als Bartsch. Das muss definitiv berücksichtigt werden für das spätere Treffen. Und die Sieger dieser beiden Kämpfe treffen auch aufeinander. Liebe Zuschauer, liebe Freunde, wir wurden gerade noch der Hinweis zu betragen, bitte tragt eine Maske. Nach wie vor gelten hier die Corona-Bestimmungen und dementsprechend verweise ich euch freundlichst darauf hin, wenn ihr nicht gerade eine Sprecherposition in der Hand habt, tragt eine Maske. Danke euch. Ja, also das Niveau in den ersten beiden Kämpfen, klasse. Ja. Und ich kann nur mich freuen, dass es so weitergeht. Ich hoffe doch. Und ja, die beiden Sieger dieser ersten beiden Kämpfe treffen auch aufeinander in der nächsten Runde. Die drei Runden, du hast es eben gesagt, die könnten vielleicht den Ausschlag geben nachher. Sigauri, sehr überzeugend, konditionell stark. Man hat eigentlich gar keine Ermüdung gesehen am Ende. Der wirkte noch topfit. Der wirkte topfit. Aber auch Lorenzo Bartsch, der in der letzten Runde dann doch nochmal sein Kämpferherz ausgepackt hat, das wirklich wollte und sehr viel Druck gemacht hat zum Schluss. Einen schöneren Start hätten wir uns eigentlich gar nicht wünschen können. Zwei sehr gute erste Begegnungen. Ja. Trotz Corona eigentlich kein Ringrost anzumerken? Nein, überhaupt nicht, oder? Also da kann man nichts sagen. Absolut. Es geht jetzt wieder weiter mit einem Federgewichtskampf. Jawohl. Und wir haben jetzt das Match Razumni gegen Förster. Jawohl. Genau. Ist der, erst mal für diesen Teil des Brackets der letzte Federgewichtskampf zur dritten und letzten Begegnung im Federgewicht. Als erstes rufe ich in die Cage. In die blaue Ecke für das erste CKKS-Traum Räum Andreas Razumni. Unser Ref für diesen Kampf Franz Schwertmann. Mittlerweile Erfahrung angesammelt in zahlreichen regionalen Meisterschaften und auch bei der Deutschen Meisterschaft 2019 im Einsatz. Hier haben wir Andreas Razumni. Das ist noch verhältnismäßig neu im Amateurgebiet. Hat zwei Kämpfe bis jetzt bestritten, aber beide gewonnen. Also bis jetzt ungeschlagen am Start seiner Karriere. Da muss das Rush gerade in die Hose. Andreas Razumni. Sein Gegner der Rote der Gewürz Kampfsportzentrum ist Tommy Förster. Und hier kommt Tommy Förster und Tommy Förster gibt tatsächlich sein Amateur-Debüt sein allererster Kampf. Ja. Bringt acht Jahre Altersvorsprung aufs Tacho, aber liegt, was die Kämpfe natürlich angeht, hinter ... Tommy Förster vom Kampfsportzentrum Dresden in der Roten Ecke. Franz Schwertmann, Referee dieses Kampfes. Kein schweif unter eins. So. Und da sind wir wieder. Förster marschiert vorwärts. Razumni hält gut die Distanz. Unglaubliche Reichweite im Vergleich. Razumni, Vorteile da? Genau. Und Förster probiert ranzugehen, aber wird weggehalten durch die Schläge. Ja, vor allem weil Förster sehr gerade rangeht. Das ist gefährlich, wenn man mit der Reichweite im Nachteil ist. Man muss ja versuchen zu zirkeln, den Kopf aus der Centerline rauszubewegen. Man muss eine Lücke finden, um reinzukommen, aber wenn man hier sieht, Razumni hält ihn auch mit Kicks sehr schön auf Abstand. Razumni spielt das hier auf jeden Fall richtig. Er bleibt in der Kickdistanz, nutzt seine Reichweite. Schöner Treffer mit einer Eins-Zweikombi. Wahnsinn. Kurzer Knockdown sofort wieder aufgestanden. Jetzt müsste er ein bisschen mehr nachsetzen. Ja. Andererseits. Ja, er ist noch angeklingelt. Ja. Aber Razumni macht es genau richtig. Kontrollierte Offensive, er geht nicht zu sehr ran. Der Gegner kann nicht greifen und ihn gegen den Käfig drehen. Richtig gut gemacht. Ja, er spielt seine Reichweite. Sehr gut aus. Selbst wenn er angeklingelt ist. Geht seitlich raus. Wahnsinn. Basta ist noch dabei. Basta zeigt Herz auf jeden Fall. Aber seine Angriffsversuche werden jetzt doch etwas schaumgebremst jetzt. Ja, aber er wird nicht mehr angeklingelt. also er hat sich wieder erholt. Also er hat sich wieder erholt. Oder eingesprungenen Swing-Backkick. Also Razumni versucht, ihn auszukontern. Wartet auf die Aktion. Ja, genau. Aber harter Low-Kick. Ja. Das wäre vielleicht eine Chance. Das wäre vielleicht eine Chance, zurück in den Kampf zu kommen. Low-Kicks generell, wenn man der kleinere Kämpfer ist, sind eine ziemlich sichere Bank. Mal reingehen. Ein, zwei Treffer zum Körper, zum Kopf setzen. Ein Low-Kick und wieder raus. Aber eben nicht einfach so nach vorne rennen. Das ist gefährlich. Denn genau, dann läuft man in einen Front-Kick, einen Side-Kick, in eine Gerade. 20 Sekunden noch. Ich würde jetzt gerne noch einen Takedown sehen. Das wäre vielleicht noch mal eine Chance, Punkte zu sammeln. Aber jetzt der Finish. Such das Finish jetzt noch mal in der ersten Runde. Drei Sekunden. Das würde ich sagen, war eine eindeutige Runde. Absolut. Tolle Runde von Rasunin. Ja, sehr, sehr souverän. Nutzt seine Reichweite sehr gut aus. Erinnert etwas an McGregor in früheren Tagen? Locker auf den Füßen, seitlicher Stand. Mit Vordere Faust etwas tiefer und dann mit einer 1-2 kontern in der Rückwärtsbewegung. Sehr gut gemacht. Konditionell. Guck ihn ja an, er steht noch. Die merkt man ihm gar nicht an die Runde jetzt. Aber das Bein scheinbar doch etwas angeschlagen. Wird ein bisschen gekühlt jedenfalls. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Einfach ein sehr, sehr stärker Kicker. Du hast gerade gesagt, McGregor, an wen ich gerade auch denken musste, waren UFC oder ehemalige U-Kickligen wie Stephen Thompson oder Anthony Pettis. Also sehr, sehr viele Kicks, sehr viele High-Kicks, sehr viele gesprungene Kicks. Auch schön anzusehen. binden wir es heraus in dieser letzten Runde. Pförster sollte jetzt versuchen, die Distanz zu überbrücken, zirkeln, reingehen. In der Distanz ist es gefährlich für ihn. Aber wenn er rangeht, kann er mit Low-Kicks punkten. Aber er bleibt außen stehen. Kombiniert Körper und Kopf. Super. Den möchte er, glaube ich. Oh, aber gut weggeduckt. Und jetzt hat er, ah, sehr schön in den Rücken gearbeitet. Vielleicht die Guillotine. Aber wenn er jetzt viel Druck macht, nach vorne. Ja, aber für uns da. Muss aufpassen. Rasumni hat die Gart geschlossen und hat den Kopf gegriffen. Ja. Das bringt ihn jetzt auch nicht weiter. Er muss Aktionen sammeln. Auf jeden Fall. Aber zumindest kam er aus der Guillotine raus oder aus der Gefahr raus. muss aufpassen. Rasumni wäre eine Position für einen Leglock. Oder für einen Sweep. Keine Hugh-Hooks. Ansonsten wäre das jetzt sehr gefährlich. Schön auf dem Rücken gegangen. Guter Film. Auf der Fall ist wach geblieben. Kein Versuch, die Hooks reinzubringen. Rasumni bleibt einfach nur dran. Und hier bleibt ihm natürlich die Möglichkeit, einfach wieder aufzustehen. Förster nach oben. Aber Rasumni kontrolliert noch seinen Oberkörper. geht für Jujigatame, für Armbar. Leicht gebeugt allerdings. Ja, auch die Hüfte ist nicht ganz in der richtigen Position. Förster verteidigt den Armbar, aber ist dadurch natürlich Schläge, weil beide Arme beschäftigt sind. und jetzt kommt der Triangle. Da sind die langen Beine leider kein Vorteil. Ist ja gut rausgerutscht. Aber Rasumni auch am Boden. Immer bereit für das Submission. Kontrollierte die Arme schön, wenn er die Schläge zweite Runde vorbei. Ich glaube nicht, dass wir in eine dritte Runde gehen werden, aber Förster hat in der zweiten Runde doch besser gearbeitet als in der ersten. Er hat es geschafft, die Distanz zu überbrücken, sofort zum Take-Down gegangen. Aber das dürfte Andreas Rasumni im Sack haben. Absolut. Ja, nochmal was zu bedenken gibt. Das ist Tommy Försters allererster Kampf. Und dann gleich mit so einem Dauerfeuer an Schlägen und Dritten begrüßt zu werden. Dafür hat er sich sehr gut geschlagen. Jetzt die Urteilsverkündung. Wir haben natürlich ein Urteil. Andreas Rasumni entscheidet den Kampf nach Kumpen für sich nach zwei Runden. Sehr schön. Das hat Spaß gemacht zuzugucken. Ja. Alle Federgewichtskämpfe bis jetzt haben geliefert, was man vom Federgewicht auch erwartet. Sehr leicht, fühlt sich sehr schnell. Genau. Und der nächste Kampf ist Kevin Wissmann gegen gegen Marcel Weber Tujak Balev. Ich würde sagen Tujak Balev. Tujak Balev. Was wissen wir über die Kämpfer? Ja, Tujak Balev. Kommen wir nun zur ersten Begegnung im Leichtgewicht bis 70,3 Kilogramm. Ja, auch Tujak Balev bis jetzt nur ein Kampf. Tujak Balev. Tujak Balev. Grund stehen Erfahrung ist das A und O. Kevin Wissmann vom Mazao Grappling Lingen Lingen e. Ja, wie gesagt, jetzt sind wir im Leichtgewicht. Es wird etwas schwerer. Wir bewegen uns bei 71,5 Kilogramm, zumindest auf der Waage. Und meiner Meinung nach eine der spannendsten Gewichtsklassen zum Zugucken. Absolut. Da ist schon Wumms hinter den Attacken, einfach weil schon ein Gewicht mitgebracht wird. Und trotzdem ist die Leichtgewichtigkeit da, die wir so schätzen, aus dem Födergesicht. Sein Gegner in der roten Ecke für das Lige Mannhofer Marzip, Weber, Tujak Balev. Hat auf jeden Fall ein paar Fans mitgebracht. Weber Tujak Balev. Etwas kleinerer Kämpfer im Vergleich. Auch die Coaches positionieren sich jetzt in den Ecken in ihre Plätze ein. Ja, auch hier wieder im Kontrast. Dirk Balev bis jetzt einen Kampf, den gewonnen. Da bringt ein paar Kämpfe mehr Erfahrung mit. Gerade in dem Bereich, gerade am Anfang, macht sowas schon viel aus. Aber er ist gut gelaunt. macht auf jeden Fall einen lockeren Eindruck. Wir sind gespannt, wie es jetzt losgeht in der ersten Runde. Referee ist wieder Franz Schwarzmann. H2, Runde 1. Beide tasten sich ab. Man täuscht sehr viel den Jab an, auch um die Reichweite natürlich einzuschätzen und zu behalten. Schöner Low-Kick. Ja, und ähnlichen Kampf vorher, Weber-Türk Balev. Muss halt versuchen, irgendwo eine Lücke zu finden, einen Winkel zu finden, um die Distanz zu machen. den hat er gemerkt, glaube ich. Und jetzt kommen wir auch ein bisschen näher zusammen. Distanz wird etwas mehr gefunden jetzt. Aber noch kein wirklicher Kopftreffer bisher. Zwei Minuten noch zu gehen. Schön gefaked. Weber-Türk Balev, Screamtime-Fan von Low-Kicks. Das zweite Mal schon, das muss man zu einem Wheel-Kick ansetzen. Das ist eine gefährliche Attacke, aber man braucht ein gutes Setup. Wenn man den einfach so wirft. Weber-Türk Balev, können Sie sich etwas mehr trauen? doch sehr auf dem Rückwärtsgang. Jetzt gerade versucht er, das umzustellen. Wismann gibt jetzt weniger Raum. Geht nicht ganz so schnell in die Defensivposition. Aber Türk Balev könnte da auf jeden Fall mit mehr Finden arbeiten und ihn mehr am Käfigrand positionieren. Meistens, wenn er die Low-Kicks ansetzt, treffen sie. Also gerne mehr davon. Das meine ich. Davon ein bisschen mehr und dann attackieren, wenn er am Käfig steht. Reichweitenvorteile doch eher bei Wismann, würde ich jetzt vom Gefühl her sagen. Deshalb auch der Respekt. der rechte Haken von Wismann eben war auch gut passiert. Und das war's schon. Eine positive Runde, sehr viel abtasten. Absolut. Keiner wollte Fehler machen. Aber Wismann hat es gut gemacht, hat ihn doch gut auf Distanz gehalten und konnte von da aus gut seine Treffer setzen. Die Low-Kicks von Weber. Sehr akkurat. Die haben auch gesessen ab und zu. Wie gesagt, Weber könnte sich ein bisschen mehr trauen, er könnte sich ein bisschen mehr trauen, ihn an den Käfig ranzubringen und dann seine Chance suchen mit einem Takedown vielleicht oder mit einer Aktion mit dem Käfig im Rücken. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Beide Kämpfer sind bereit. Es geht los. Auf geht's. Und in zwei. Ja, Moment. Beide gucken, wo sie ihre Lücke finden. Ein schöner linker Haken von Wismann. Und wieder ein Wheel-Kick. Schlecht, wenn er den noch vorbereitet, vorher. Dann könnte der auch sitzen. Gut angefangen. Da muss man aufpassen, wenn man Low-Kicks einfach nur abfängt, dann fehlt die Deckung. Wismann gibt jetzt gar keinen Raum mehr. Da haben wir jetzt wieder ein bisschen. Aber versucht dann auch sofort die Aktion zu bringen danach. Wie geht es zur ersten Runde? Wieder ein Headkick. Ja, den hat Jürgen Beif gemerkt. Lässt ihn nicht richtig zum Zug kommen. Richtig zum Weg. Ja, Low-Kick und gerade Rechte. Wismann hat die Distanz jetzt gefunden. Du musst aufpassen, wenn er immer nach unten greift und den Low-Kick fangen will, dass er dann nicht ventiert wird und oben den Körper kassiert. Ja, aber bis jetzt ist der Low-Kick der einzige Angriff von Rübertöck bei Verletz. Er setzt halt nicht nach. Ja, genau. Und deswegen greift er auch nach unten und wenn er jetzt den hochziehen würde, den Zeitkick, also den Mawashi-Geri, dann könnte es oben klingeln bei Wismann. Den Treffer hätte er auf jeden Fall jetzt gut vorbereitet durch die Low-Kicks. Jetzt macht er Druck. Oh, und da sind auch ein paar schöne Haken drin. Guter Exchange jetzt. Jetzt geht es hier erst richtig los in der letzten Minute des Kampfes. Kraft ist noch da bei beiden. Ja, und Rübertöck bleibt in Boxdistanz. Ja, und setzt doch auf Treffer. Super. Wismann muss jetzt weiter ansatzlos schlagen. Er muss genau so akkurat und schnell aus den Startlöchern kommen wie vorher. Er lädt seine Schläge jetzt ein bisschen zu sehr auf. Man sieht, wie der Arm runter geht vor dem Schlagen und Weber macht das Gute. Setzt jetzt Treffer. Der sieht die Lücken. Den hat er gemerkt auch. Und jetzt der... Nahtlos. Gutes Timing. Ja. Kann man nichts sagen. Das dürfen wir nochmal Punkte zum Ende der Runde gegeben haben. Spannend jetzt, was die Punktrichter entscheiden. Es ist natürlich auch immer... Ich denke, dass Wismann vorne ist. Also von meinem Gefühl her. Aber es ist natürlich auch immer eine Perspektivfrage hier am Oktagon. Man kann natürlich als Judge nur das bewerten, was man auch wirklich sieht. Richtig. Es wird auch Runde für Runde entschieden. Ich würde sagen, die erste Runde hat sich Wismann geholt, aber knapp. Weil es eine Abtastrunde war. Und Weber-Trade-Bive hat in der zweiten Runde durchaus Schaden angerichtet. Es könnte sein, dass wir noch eine dritte Runde sehen. Wir betonen eine dritte Runde. Und es geht in die dritte Runde. Erste Runde für Wismann, zweite Runde für Weber-Trade-Bive. Und hier sind wir. Spannend jetzt, wer es mehr will. Also Weber-Trade-Bive hat natürlich gemerkt, wenn er Druck macht, wenn er reingeht, dann kann er Schaden anrichten. Und Wismann muss jetzt gucken, dass er die Distanz hält, dass er wieder Anschluss an die erste Runde findet. Ja, an die Distanz. Man muss auf seine Finger aufpassen. Auch die Ermahnung von Ruff jetzt gerade. Die dürfen nicht ausgestreckt sein in Richtung der Augen. Sonst ist das genau das, was Wismann achten sollte. In der Distanz bleiben und lange Treffer landen. Und die dürfen wir nicht so nah ranlassen, weil dann passiert das. Dann kommen diese harten Treffer. Das zieht ihn zu Boden. Wo der Kite erwischt, als er den linken Haken schlagen wurde. mit der Innenwärter, mit der Innenwärter. Da ist viel Bewegung bei Wismann, aber nicht wirklich in Richtung eines Sweeps. Er versucht mit der Hüfte zu buckeln. Nicht den Rücken zudrehen. Aber. Öl gemacht. Da hätte er treffen können. Die Corner forderten der Druck von Weber. Auch konditionell, muss man jetzt sagen. Weber doch. Etwas frischer. Wird frischer. Weber wartet jetzt zu lange ab und jetzt setzt Wismann wieder seine Aktion. Und noch einmal ein Take-Down. Noch einmal versuchen, Kontrollzeit am Boden rauszuholen. 45 Sekunden haben wir noch. Der Beif mit einmal tief Luft. Landet ein Low-Kick. 20 Sekunden jetzt noch. Jetzt wird es langsam Zeit. Weber zeigt an. Finger anscheinend ins Auge gekommen. Wir haben noch einmal die Spinning Backfist. Und jetzt kommt noch einmal richtig Druck. Allerdings ein bisschen zu viel Offensive. Rennen da rein. Können gegriffen werden. Dadurch nimmt er sich so ein bisschen die Chance, vielleicht das Kinneständer von hinzuführen. Und ja, der Take-Down und die Kontrolle am Boden könnten ihm diese Runde geholt haben, aber Wismann hat insgesamt auch viele schöne Treffer gelandet. Und ein Aspekt, den die Judges sehr stark berücksichtigen, ist angerichteter Schaden. Kommen wir nun zur Entscheidung. Rauscher Weber. Aber ich glaube... Der Sieger durch einstimmigen Punktentscheid aus der Bodenlinke, Marcel Weber. Marcel Weber holt den Sieg. Kult ist sein zweiter Sieg. Es war aber eng. Ja? Muss man sagen. Starker Kampf, Jungs, starker Kampf. Und hier möchten wir uns einmal bei unseren Zuschauern entschuldigen. Die Internetverbindung hier ist momentan leider nicht die beste. Falls der Stream also verstopft, möchten wir uns entschuldigen. Sie können die Kämpfe natürlich aber auch später bei Fighting.de noch einmal nachlesen. Vielen Dank. Und hier wird der Kämpfe wieder präpariert. Ja, was wir eben gesehen haben, ist tatsächlich für den Amateurbereich etwas leicht Ungewöhnliches. Dadurch, dass es eine sehr lange Abtastphase war, wurde viel geguckt, viel finitiert. Häufig von Amateuren, gerade wenn noch ein bisschen weniger Farb im Spiel ist, dann wird erstmal nach vorne gerannt. Aber nein, beide. Ja, also man muss sagen, das Niveau steigt stetig. Ja. Also selbst bei den Leuten, die jetzt noch einen relativ niedrigen Kampfrekord haben. Aber aus meiner Sicht auch international betrachtet, ist das Niveau extrem hoch mittlerweile schon. Also es ist wirklich unvergleichbar. Also wenn wir jetzt zum Beispiel in Bahrain waren, gab es eine Fight Week, wo eben auch Brave FC zum Beispiel gekämpft hat, als Show-Act sozusagen am Finaltag, nach den Finals. Und man muss wirklich sagen, dass die Endrunden bei den Amateuren teilweise vom Niveau wirklich besser waren als die Profi-Veranstaltungen. Und man darf nicht den Fehler machen, die Leute auf den internationalen Turnieren zu unterschätzen. Da sind wirklich richtige Brecher dabei. Und die haben es echt drauf, die Jungs. Also egal, welche Nation. Also egal, ob es jetzt die Russen sind. Auch die Bahrainer haben relativ gut eingekauft, sage ich mal. Oder auch in manchen Gewichtsklassen, wir Deutsche, die Iren, die Ukrainer, die haben alle doch ihre Top-Leute am Start. Und man muss eben auch sagen, dass das natürlich ein Weg auch in Profi-Veranstaltungen wie UFC zum Beispiel ist. Und wir haben auch UFC-Kämpfer, die in der IMAV gekämpft haben früher. Also es ist natürlich durch die Unterstützung auch, also die UFC-Punkte auch relativ viel Geld rein. Ich glaube, jährlich Millionenbeträge, ehrlich gesagt, in die IMAV. Natürlich auch in dem Bestreben, das Ganze olympisch werden zu lassen, die Reputation des Sports noch mehr voranzutreiben. Also der Weg für die Kämpfer, startend hier bei der GMAV, dann zur IMAV und dann eventuell später in die UFC, ist natürlich eine Sache, die das Ganze sehr reizvoll macht. Und ja, wo man doch sagen kann, dass die Kämpfer sich glücklich schätzen können, dass sie eben so einen direkten Weg, sage ich mal, der auch gut vorgezeichnet ist, gehen können unter sicheren Rahmenbedingungen. Wenn wir uns angucken, wie Gerd Richter und sein Judge-Team zum Beispiel aufgestellt sind, ja, die Ausbildung, die gemacht werden. Es werden jetzt Coaches-Seminare gemacht. Und das sind alles Sachen, die auf den Weg gebracht werden, die extrem positiv zu bewerten sind. und ja, die einfach Spaß machen. Auch einfach dabei zu sein und ja, mitzumachen. Ja, es ist ein langer Weg seit den 90ern, wo gewissens halt Smoker-Campfe in amerikanischen Reservaten oder Vorstädten abgehalten wurden. Es ist ein junger Sport, der sich aber sehr schnell, sehr gut entwickelt. Absolut, absolut. Ja, also, wir haben gerade aufs Ohr bekommen. Wir können mal ein bisschen was für die Sponsoren tun. Dann machen wir das doch, oder? Ja, dann gehen wir direkt in die Werbung und sind gleich wieder da. Diese Game-Up-Meisterschaft wird dir präsentiert von Fighting.de Foodspring Zebra Green Hill Move Act Sea Tickets und unserem Partner vor Ort der Sportschule TM Göttingen. Willst auch du mehr als nur zusehen? Willst auch du Teil des Spektakels sein? Werde Akteur in der spektakulärsten Kampfsportart der Welt. Tauche ein in die Welt des MMA. MMA Unfolded Coming Soon Diese Game-Up-Meisterschaft wird dir präsentiert von Fighting.de Foodspring Zebra Green Hill Move Act Sea Tickets und unserem Partner vor Ort der Sportschule TM Göttingen. Der Game-Up-Event-Tipp Das große NFC-Wochenende Drei Tage Drei MMA-Events Und das Beste Ihr könnt live dabei sein Was für ein Löwenherz Ein echter Krieger Vom 23. bis 25. Juli Seht ihr im Maritim-Motel Janik Riebe Das stärkste, was NFL in Deutschland zu bieten hat Plus mit dem NFC Super Package bekommt ihr die besten Tickets für die NFC Series und NFC 4 Eine Übernachtung im Vier-Sterne-Hotel und ein erstklassiges Dinner inklusive Der große NFC Tripleheader im Juli Jetzt Tickets sichern auf eventim.de Ja, und hier sind wir schon wieder Und es geht direkt in den nächsten Kampf Und hier haben wir Janik Riebe Das ist sein MMA-Debüt Aber der junge Mann hat schon einige Erfahrungen im Grappling Speziell im Brazilian Jiu-Jitsu Hat dort eine Bilanz von einem Sieg und drei Niederlagen Also wahrscheinlich größtenteils Erfahrungen im Boden mit Janik Riebe Sein Monterheld in der Rundlaus-Ecke aus Berlin Sportschule war Finn Flügge Und hier haben wir Finn Flügge Gibt auch sein MMA-Debüt heute Hat aber schon einiges an Erfahrung im Striking Und zwar im Wild-Type Da hat er eine Bilanz von 7 Siegen und einem No-Contest Also bis jetzt keine Niederlage Und auch hier wieder ein Kampf-Striker gegen Grappler Referee Stampus Andreas Rachter Bin Flügge Meine Damen und Herren Kate Schreit Kate Schreit Runde 1 Flügge Flügge Macht sofort Druck Geht in Schlägen und tritt nach vorne Schnelle Kombination Sehr intensiv Sehr sehr intensiver Beginn Von Flügge Ein bisschen tief Hängt das Bein jetzt Kataschidori Nein Fegt das Bein einfach nur an Geht direkt in die Bergmaul Beide Hooks sind drin Geht auch Aktiv weiter Gute Liefers von Riebe Ja, die Triangle Ja, aber ist nicht ganz drin Ja Und jawohl Und Riebe ist raus Muss aufpassen mit den Upkicks Und er mag die Roundhouse-Kicks zum Körper Da hat er von einem sehr schön genannt Aber wurde dann direkt geworfen Schön viel Druck bisher In den Aktionen von Flügge Allerdings jetzt wird er etwas ruhiger Die erste Aufregung ist dahin Und jetzt wird es doch etwas überlegter Ja Die wird insgesamt jetzt etwas aktiv, oder? Uh Du musst den rechten Haken etwas mehr einsetzen Die geht oft nach links raus Die linke Hand dann nicht am Kopf Mir gefällt der rechte Headkick von Riebe Der wirkt immer wie ein Buddykick Und im letzten Moment zieht er ihn noch einen Schritt nach oben So muss Flügge wirklich aufpassen Bis jetzt reicht er gut aus Versucht den Takedown, aber Gute Defense von Riebe Direkt wieder Reversal Und da ist er drin Dynamische erste Runde Guter Beginn von Flügge Aber danach Immer mehr von Riebe Die Defense von Riebe Insgesamt ist sehr beeindruckend Klärt Takedown-Angriffe sehr gut Reverse sofort am Käfig Am Boden Hat er sich sehr souverän Aus der Backmode rausgearbeitet Flügge hatte er Erfolg am Anfang Mit schnellen Kombinationen Und auch mit harten Kicks Er zeigt in seiner Korne gerade seine Hand Vielleicht ist da auch was passiert Ich habe mal probiert hinzuhören Aber ich konnte leider nichts verstehen Die Masken sind da doch Ein Hindernis Alles Taktik Oh, sind noch nicht alle draußen Die Jungs wollen gleich loslegen Auf geht's in die zweite Runde Jetzt dürfen sie On Geht sofort zum Takedown Und jetzt Steht raus Versucht in die Nord-Süd-Position zu kommen Die sind dynamisch am Boden Versucht auf den Leglock zu gehen Aber Respekt an Flügge Gutes Top-Game Vielleicht den Underhook geholt Auf Kontrolle jetzt Und da ist er in der Side-Control Ich versuche den rüber zu bridgen Aber dadurch hat er jetzt den Rücken gegeben Aber die Hooks sind nicht drin Und Die ist wieder raus Lass ihn aufstehen Lass die Runde gehen zum Körper, zum Kopf Jetzt fokussiert er sich auf die Beine Und gleich nochmal Und nochmal Er möchte natürlich nicht wieder abgefangen werden Wenn er zum Körper tritt Und da geht es wieder hoch Wiebe greift konstant das linke Bein von Flügge an Oh und jetzt ist ein Headkick von Flügge Und das sieht aus, als wäre da Ein leichter Cut anbahnen Auf der rechten Stirn von der Beine Wiebe beschäftigt Flügge sehr gut Oben und unten Die ganze Zeit passiert was Ja, Flügge muss etwas aktiver werden Und dafür, dass beide eigentlich gerne kicken Und beide eine Reichweite haben Stehen sie jetzt doch sehr viel in Boxdistanz Sehr souverän Hat schön die Beine Hatte die Beine unter Kontrolle Muss man sagen Die Beine kann aufstehen Und Ende der zweiten Runde Was glaubst du? Sehen wir eine dritte? Also es kommt ein bisschen darauf an Wie die Aktionen auch gewertet wurden Am Anfang Die halt sehr hart waren von Flügge In der ersten Runde Genau Also ich könnte mir schon vorstellen Dass Flügge vielleicht die erste Runde Doch gekriegt hat Also es könnte wieder so sein Dass wir eine dritte Runde sehen Ah, Flügge hat hier in der zweiten Runde Zwei Takedowns gelandet Ich würde mich nicht unbedingt festlegen Es ist auch immer ein Unterschied Ob man jetzt Sich den Kampf aus unserer Perspektive anguckt Und auch auf Technik und Taktik achtet Oder ob man da als Ref sitzt Und halt wirklich Einfach nur auf die Kriterien achtet Auf die drei Judging-Kriterien Es sieht so aus Auch die Corners Bereiten sich wirklich darauf vor Dass es weiter geht Noch sind die Zettel nicht alle eingesammelt Jetzt gab es die Kommunikation Es gibt ein Ergebnis Kommen wir nun zur Entscheidung In dem Fall würde ich Meinst du Blaue Ecke? Ich kann es nicht wirklich sagen Der Sieger Durch einstimmig Punkt entscheidet Aus der roten Ecke Fünf Flügge Da haben die Takedowns Und der Druck in der ersten Runde Die Entscheidung gemacht Alles klar Aber Riebel muss ich nicht verstecken Hat sehr gut gekämpft Absolut Superoffenes Match fand ich Hätte eine dritte Runde verdient Eigentlich Von Unterhaltungswert auf jeden Fall Vielen Dank Das nächste Match Startet in Kürze Jetzt warten wir auf das nächste Match Wieder ein Leichtgewicht Du hast ja gerade vorgeschlagen Ein guter Vorschlag Vielleicht die Zeit noch zu nutzen Ein bisschen was über MMA Unfolded zu berichten Du hast das Wort Absolut Wir haben den Trailer ja auch vorhin schon gesehen Letzten Endes geht es darum Natürlich auf allen Ebenen zu professionalisieren Und die GMAF ist ja schon seit längerem dabei Judges auszubringen Referees und so weiter Alle offiziellen sozusagen Das bedeutet auch Wenn man jetzt nicht Ein wirklich krasser Kämpfer ist Oder sich nicht traut mitzumachen Man kann Teil des Ganzen sein Und kann sich eben auch da einbringen Und ja Also Coaches Ausbildung Judges Ausbildung Offiziellen Ausbildung Generell Das ist halt ein Thema Was ganz ganz wichtig wird Und wir haben nachher auch noch Clemens Werner Den Präsidenten der GMAF Bei uns Und der kann uns natürlich Noch viel mehr darüber erzählen Ich bin gespannt Und es wurde schon angekündigt Referee in diesem Kampf Mirko Gleicher Hier haben wir Kevin Müller Gibt auch sein MMA-Debüt Hat allerdings schon einiges an Erfahrungen Im Kickboxen Genau im K1 Mit 80 und 2 Niederlagen Und das ist halt auch noch einiges an Und das ist halt auch noch einiges an Aber ich bin auch noch einiges an Kevin Müller vom Boxclub Lanzberg. Kevin Müller vom Boxclub Lanzberg. Mal sehen, was die beiden hier liefern. Wir können nur auf die Gym-Namen gucken. Defense Group und Boxclub. Vielleicht sehen wir ein gutes Boxing. Und gute Defense. Und das natürlich auch mal zu wünschen wäre, der erste Finish. Bis jetzt gingen alle Entscheidungen über die Distanz. Was natürlich auch ein gutes Zeichen dafür ist, dass die Matches gut ausgelost werden. Gut ausgelost. Taki hat auf jeden Fall Lust jetzt. Das sieht man. Beide Kämpfer sind bereit. Es geht los. Rechtsauslage von Kevin Müller. Und er geht sofort runter. Sehr schöner Treffer von Taki. Zieht gleich die Guards. Ein Overhook. Jetzt machen wir den Druck von oben. Oh, da muss man aufpassen. Das ist schon oft ins Auge gegangen, in den Transitions zu kicken. Gegner grounded oder nicht, das ist dann immer die Frage. Auf jeden Fall viel Elan. Oh, oh, oh. Er springt rein in die Gart. Und er hat die Guillotine relativ eng. Der hat sich festgehalten vorher. Da gab es auch gleich die Erwarnung, ähm, Verwarnung. Oh, und du hast den Finish, Felix. Du hast es. Darmin. Sieg durch Guillotine. In der ersten Runde. Kurz vorher hat sich Müller noch im Käfig festgehalten. Während seines Takedownsversuchs. Nicht unbedingt zu seinem Vorteil in dem Moment, leider. Was da häufig passiert. Kommt jetzt zur Rückmeldung. Der Sieger in der ersten Runde nach 53 Sekunden via Hitchi-Cho in der Drohnencke. Es Taki. Schön gemacht. Und ja, was du gerade gesagt hast, nicht unbedingt zu seinem Vorteil. Eben, wenn man in den Käfig greift, was ja häufig instinktiv passiert, dann weist der Schiedsrichter natürlich darauf hin, dass das ein Fehler ist. Und das ist häufig eine Millisekunde, die ich einfach schon zur Ablenkung führen kann. Ja. Und boom, ist die Guillotine dazu. Aber das soll jetzt nicht davon ablenken, dass Inis Taki erst sehr schön gemacht hat. Sehr souverän in die Gart gesprungen und den Nacken kontrolliert. Er hat auf jeden Fall die stürmische Art von Müller ausgenutzt und hat ihn voll reinlaufen lassen. Und ja, muss man eben auch den Hut vorziehen. Ist cool geblieben. Trotz sehr viel Drucks und hat die Situation ausgenutzt. Dadurch, dass es jetzt sehr schnell war, gucken wir mal, wie schnell die nächsten beiden Athleten bereit sind, in den Käfig zu gehen. Ob sie schon warm sind. Aber es sieht auf jeden Fall so aus. Die ersten nähern sich schon. Und wir haben ja auch die Ansage an die Athleten, dass sie sich halt bereithalten sollen. Sollte ein Kampf früher entschieden sein, geht es nämlich auch sofort weiter. Wichtige Info auch für unsere Zuschauer. Denn ihr könnt dranbleiben. Die Action geht sofort wieder los. Es geht jetzt nämlich weiter mit dem letzten Lightweight-Kampf der Herren. Auf geht's in die nächste Begegnung im Leichtgewicht bis 70,3 Kilogramm. Als erstes rufe ich in den Cage in die blaue Ecke für die Kampfsportschule Einerjahr, Stefan Rinekt. Hier haben wir Stefan Ried. Auch ein ganz überschriebenes Platz. MMA-Debüt. Keine uns bekannten Vorkenntnisse. Oh, das war gut geladen. Der war fix. Sein Echner in der roten Ecke für das Show-Berlin, Tommy Trapp. Und hier kommt Tommy Trapp, geht in seinen dritten MMA-Kampf, hat jetzt einen Sieg und einen No-Contest. Dann konnte ich vorhin beim Warm-Up ein bisschen zusehen, wirkte nach sehr sauberem Striking, mal sehen wie es funktioniert, wenn er vor einem Gegner steht. Und hier kommt Tommy Trapp. Tommy Trapp auch aus Berlin, von der Sportschule Choke. Vielleicht der Take-Down-Versuch. Ja, aber Feed war auch schon kurz angeklingelt, den linken Hook hat er gemerkt. Und Trapp bleibt oben. Da ist schon wieder ein Jab. Ach, da gab es einen Eye-Poke, aber alles in Ordnung. Spannende Defense von Feed. Absolut. Harte Knie. Ja. Mit dem Rücken zum Käfig. Oh, der war tief. Aber das war unglücklich. Ist gerade hochgesprungen in dem Moment. Ja. Ei, 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 ei. In dem Fall wieder das Prozedere Time-Out. 5 Minuten Verletzungszeit. In dem Fall Spinning-Back-Kick. Einer der härtesten Tritte. Einer der härtesten Tritte. Aber ich glaube, man kann Tommi da keine Absicht unterstellen. Nein, das war schlichtweg ein Unfall. Die Atleten tragen zwar Schutzausrüstung, aber die bewirken nur so viel. Aber es scheint weiterzugehen, denke ich. Muss ich noch ein bisschen erholen, aber... Ja, das geht sofort. Er nimmt sich nicht. Er gibt sich nicht. Das ist perfekt. Au. Das war tatsächlich ein Knockdown, aber das war eher eine Frage des Gleichgewichts. Sehr wild, was Feed macht. Ja. Aber Respekt nach dem Treffer. Die waren satt. Schöne Links-Rechts-Kombination von Tran. Schon wieder. Nochmal. Kommt einfach gut dran. Oh. Die Defense vom Takedown von Tran. Jetzt schön knee on belly. Und kann hier punkten. Tan jetzt in der Side-Mount. Wieder knee on belly. Kurz aber harte Wirkungstreffer. Schönen Treffer. Kombiniert. Die bleibt am Bein. Ich kann bald »ne verschwangen«ھی. Ja. Aus den knutzen Rippens Hausequenzenventil. Die guten Links-Rechts-Kombinationen punkten. Nein, und diesmal. Und gleich zum Kopf. Oh, da ist der Knockdown. Oh, da ist es vorbei. Sieg durch TK auch für Tommy Tran. Aber nicht abgewunken gerade. Ah, jetzt ist abgewunken. Okay, ich war kurz... Kurz hatte ich die Frage, ob es vielleicht ein illegaler Treffer war. Auf den Hinterkopf. Es sah kurzzeitig so aus aus meiner Perspektive. Aber... Und die zwei Wirkungstreffer vorher waren clean. Kommen wir nun zur Siegererklärung. Der Sieger durch TKO. In der ersten Runde nach 2 Minuten und 32 Sekunden aus der Roten Ecke. Tommy Tran. Tommy Tran holt also den Sieg. Stefan Vieth verabschiedet sich aus dem Turnier. Und Tommy Tran geht weiter ins Halbfinale. Jetzt wird es wieder schwerer. Somit haben wir unseren letzten Halbfinanisten für das Leichtgewicht der Herren. Es wird immer schwerer jetzt. Wir haben jetzt die Weltergewichtler auf dem Programm. 77 Kilo auf der Waage. Und da kommen jetzt drei Paarungen auf uns zu. Und ja, bei den Weltergewichten ist in der Regel immer noch ein bisschen mehr Wumms dabei. Absolut. Also da können wir uns drauf freuen. Die Frage auch jetzt im Weltergewicht, erfahrungstechnisch, wenn wir auf die Kampfrekorde gucken von den gelisteten Kämpfern. Wir können nicht viel sagen. Wir haben einen K1 Kämpfer mit einem Kampf. Wir haben einen relativ erfahrenen DJ Jailer mit 15 Siegen, 5 Niederlagen. Und ansonsten, ja, ein sehr ebenbürtiges, vom Kampfrekord her, Starterfeld. Insofern können wir uns drauf freuen. Wir waren ja eben so ein bisschen bei Unfolded, MMA Unfolded stehen geblieben. Vielleicht können wir das nochmal ein bisschen vertiefen auch. Solange wir Zeit haben, ist ja immer eine gute Sache da auch über die ganzen Sachen, die drumherum vorgehen zu reden, würde ich sagen. Und ich hoffe, dass wir noch Clemens Werner nachher bei uns haben werden, der noch ein bisschen mehr erzählen kann über die ganze Geschichte. Ist es denn bei euch grundsätzlich eigentlich in der Sportschule TM eigentlich auch? Habt ihr auch offizielle im Moment schon bei euch, die jetzt bei der GMAV tätig sind? Wir haben einige der Athleten uns trainieren. Die haben zumindest die Referee-Ausbildung gemacht. Einer unserer Jutsu-Trainer ist schon recht lange dabei. Aber wir arbeiten hier generell recht viel zusammen mit der GMAV. Aber wir sind in der Regel eher als Anbieter vor Ort da, als Mitveranstalter. Ja, das ist auch klar. Und es ist auch toll, dass ihr das hier alles auf die Beine stellt, letzten Endes. Also Sportschule TM hat hier sicherlich extrem viel dazu beigetragen, dass wir überhaupt das erste Event nach Corona in der Größenordnung auf die Beine stellen können. Ich frage nur deswegen, bin ich interessiert, weil es letzten Endes ja immer viele Leute gibt in den Sportschulen, die sehr MMA-affin sind, sehr MMA-interessiert sind, allerdings jetzt nicht unbedingt den Schritt ins Oktagon dann gehen würden. Ja, das stimmt. Und somit natürlich auch immer Adressat. Jetzt sind die Leute, die sozusagen in den Sportschulen trainieren und sich trotzdem einbringen wollen, eben auch teilzunehmen an den Referee-Ausbildung, Judge-Ausbildung und offizieller zu werden bei der GMAV. Jetzt geht weiter. Mick Dragusha. Erster Weltergewichtskampf, Viertelfinale. Gegen Lukas Mayer. Und Herr Wien, Mick Dragusha. In seinem MMA-Debüt. Im Oktober 1999 geboren. Kommt von U-Sport Kiel aus dem Norden. Wir sehen doch, ich bin etwas angespannt. Wenn er das jetzt gleich in die richtigen Bahn lenken kann, dann mache ich mir keine Sorgen. Und er hat bei seinem Debüt, ist mit Lukas Mayer zu tun, der drei Kämpfe schon vorzuweisen hat. Zwei Sieger, eine Niederlage. Aber zwar im Kampf gehören über zwei, deswegen rufe ich in die rote Hänge für das Sintware-Tudo-MMA-Fortzeigen. Lukas Mayer. Jetzt hat er seine Korna gefunden. Sehr gut. Und er versucht es zu genießen auf jeden Fall. Also wir haben jetzt die Gewichtsklasse bis 77 Kilogramm. Das Weltergewicht steht an. Lukas Mayer vom Sintware-Tudo-MMA-Fortzeigen-Team wird bereit gemacht für den Kampf. Wird auch sehr fokussiert, deutlich ruhiger als sein Kontrahent. Ja, es ist ein vierter Kampf. Bringt auch schon ein bisschen mehr Erfahrung mit. Mal der Check, ob das nur Wasser ist oder Gel in den Haaren. Ist die Frisur leider dahin. Und der wird freigegeben und kann jetzt den Kämpfe betreten. Kurzes Handshake nochmal vor dem Kampf. Wird ja auch unterschiedlich gehandhabt von Kämpfer zu Kämpfer. Moment, das dann zu sehen. Und der Kampf geht los. Starker Jab. Und aus der roten Ecke. Und gleich ein dritter Huck hinterher. Schöner Uppercut. Meier setzt ein Wirkungstreffer nach dem anderen. Sehr schön. Den hat er auch gleich gemerkt. Guter Auftakt. Starker Auftakt. Gleich nochmal. Nochmal. Und vielleicht ist es auch gleich schon... Und da geht er zum Kopf. Das war gut vorbereitet. Gut vorbereitet. Nochmal zum Kopf. Das Fightback-Kommando. Und abgebrochen. Aber der Grussoff will das nicht wirklich einsehen. Oh. Das wollen wir natürlich nicht sehen. Er will es einfach nicht wahrhaben, dass er hier verloren hat. Und die Ansage war auch klar. Auf gar keinen Fall wird hier so lange abgewartet wie im Profibereich. Und sowas will man natürlich nicht sehen. Aber er möchte es nicht wahrhaben. Er ist sehr enttäuscht von seiner Niederlage. Das kann man verstehen natürlich. Aber man muss natürlich sagen, man muss auch dann in der Niederlage zusammenreißen können. Und sonst muss das Personal eingreifen. Aber Gott sei Dank haben wir auch in diesem Bereich gut ausgebildete Referees, wie wir sehen. Also die Frustration ist verständlich. Aber das Stoppage meiner Meinung nach nicht zu früh. Fightback-Kommando kam. Er hat dann auch die Deckung aufgemacht. Er war natürlich noch nicht komplett weg. Aber wir sind im Amateur-Bereich. Er hat sich weggedreht. Ein TKO ist ein TKO. Absolut. Er hat sich nicht mehr gewehrt. Also er stand nur noch da und hat abgewartet. Jetzt muss er aufpassen, dass er sich nicht selber verletzt noch. Und Hauptsache es folgt jetzt ihm noch jemand, dass es nicht noch mehr passiert. Aber ich denke, das ist jetzt Gott sei Dank. Geht er raus. Wir können Entwarnung geben. Das Team bleibt auch dabei. Wir hoffen, dass die Infrastruktur heile bleibt hier in Göttingen. Starker Auftritt. Ja. Ist jetzt ein bisschen der Fokus weggegangen von. Ja, leider. Das war stark, muss man sagen. Das war eine sehr, sehr gute Leistung von Lukas Mayer. Absolut. Sehr überzeugend. Starker Jab gleich zum Auftakt. Hat ihn angeklingelt. Dann der Uppercut. Und dann die Low-Kicks, wie du schon gesagt hast. Unglaublich hart und präzise. Und die Low-Kicks als Setup für den Headkick. Absolut. Er hat drei oder vier von den wirklich harten Wirkungstreffern gelandet. Dann ging der gesamte Fokus von der Gutsche nach unten. Ja, genau. Also genau richtig analysiert. Er hat es perfekt umgesetzt. Er hat es perfekt umgesetzt. Und wir müssen einfach sagen, da war ein Riesenunterschied natürlich im Niveau zwischen beiden Kämpfern. Das kann passieren im Viertelfinale. Und wir werden allerdings jetzt sicher einen stärkeren Gegner für Lukas Mayer ermitteln können. Und hoffen, dass er dann auch wirklich getestet wird nochmal. Genau. Wir haben jetzt dann den nächsten Kampf auf dem Programm. Es bleibt im Weltergewicht. Zweimal drei Runden wieder. Da haben wir Karl-Henning Ahn gegen Kai-Uwe Bartelt. Genau. Und wir legen auch dann demnächst gleich wieder los. Die Kämpfer sind ready. Ich gucke schon mal rüber. Ja, und speziell auf Karl-Henning Ahn bin ich wirklich gespannt. Wie schon gesagt, man bringt sehr viel Erfahrung aus dem Brazilian Jiu-Jitsu mit. Mit bis jetzt 20 absolvierten Matches. 15 Siegen, 5 Niederlagen. Absolut. Gut, also da haben wir jetzt zwei erfahrenere, sage ich mal. Oder einen erfahrenen Kämpfer aus der Gewichtsklasse. Und jetzt werden die Kämpfer in den Cage gebeten. Ich rufe die blaue Ecke für das Fendris-Trainingszentrum möglich. Ja, hey, ja. Aus Berlin vom Fendris-Trainingszentrum in der blauen Ecke. Wichtig auch hier, er darf sich noch abschlagen. Aber das muss alles vor dem letzten Check passieren. Vor, bevor die Maske aufgetragen wird mit der Vaseline. Und die letzten Checks absolviert werden, bevor es dann in den Käfig geht. Ich rufe die mausende Kräuter. Ich rufe die mausende Kräuter. Ich rufe die vor dem letzten Sommer hin. Ich rufe die Applaus. Aber das kommt noch nicht gut vor dem Überschuss. Aber das kommt noch so gut vor dem Überschuss. Ich rufe die Mäuze. Ich rufe die Mäuze. Kai-Uwe Bartelt ist sein Gegner. Ein MMA-Kampf, eine Niederlage zum Auftakt. Ihr 90er Jahrgang vom Fuchsbau MMA Potsdam. So, beide Kämpfer sind im Käfig. Der Käfig ist zu und ich denke, wir können Fairness-technisch wieder da anknüpfen, wo wir vorher waren. Ganz klare Instruktionen jetzt nochmal von Philipp Neumann, unserem Ref für dieses Match. Und jetzt geht es, Runde 1. Arm bleibt im Center. Schöne Might-Bewegung, gut gesehen. Gleich der Takedown. Aber direkter Reversal. Arm in Top-Position. Gute Defensive darf nicht bewertet werden von den Judges. Schönes Knie zum Körper. Bartelt genügt der Reversal, aber es geht direkt zurück. Versucht den Kopf ranzubringen und den Gegner eng zu halten. Und jetzt geht er zum Jujigatame. Gut rübergegangen, genau das Richtige gemacht. Konstanter Druck. Und er geht auf den Ankle-Lock. Die Hüfte war nicht kontrolliert, aber jetzt könnte er sitzen. Er muss sich auf die andere Seite drehen, er muss Druck kriegen auf den Arm. Ist er selber in dem Hebel gerade drin? Toe-Hold? Toe-Hold? Lass mich leider nicht so gut sehen. Ja, schwierig. Der Fuß ist frei. Ich glaube, er war ein bisschen unter Druck gerade. Wir konnten es leider schlecht sehen aus unserer Position. Ist unglaublich offen am Boden. Und wieder Ground and Pound. Konstanter Druck von der Hand. Ist nicht mehr ein Halfguard, sondern ein Affordguard. Ein Rubberguard würde ihm vielleicht helfen, den Druck kurzzeitig. Oh, da wollte er in den Käfig. Oh, hat er in den Käfig gegriffen? Hat sich's noch anders überlegt. Letzte Minute läuft schon. Die Guard ist nach wie vor offen. Jetzt dreht er sich weg. Und gibt den Rücken. Versucht die Hooks reinzukriegen. Oder nein? Schlägt weiter. Doch, jetzt kommt die Hook rein. Einer ist drin da. Und jetzt kommt der zweite Hook. Jetzt könnte er ihn komplett gerade machen. Das versucht er auch genau. Und wenn er jetzt die Hände noch rauskriegt, dann könnte er noch die 30 Sekunden nutzen, um gut Punkte zu sammeln. Vielleicht sogar das Finish zu bekommen. Oh, hart treffer gerade. Jetzt kommt er aus der Backmount. Er hat die Position nicht gut genug. Zu wenig Druck mit der Hüfte. Deswegen konnte dann Bartelt hochkommen. Bartelt bleibt hier sehr ruhig. Das ist ein Armbar-Attempt. Versucht auf den Armbar. Oh, oh, oh. Jetzt da ist der Armbar. Bartelt noch aus. Bartelt macht Druck und kriegt die Runde rum. Aber klare Runde für Arndt. Guter Druck mit Brown and Pound. Submission Attempt. Takedown am Anfang. Am Ende auch immer wieder die knifflige Situation für sich entschieden. Ja, eigentlich jeder Angriff von Bartelt wurde von Arndt sofort umgedreht. Ja. Vielleicht der Tag am Anfang sofort am Boden gewendet. An sich sehr gute Kontrolle von Arndt aus der Backmount. Aber Bartelt hat es geschafft, den Moment abzupassen und sich in die Garten zu drehen. Er hat ein bisschen der Druck gefehlt. Wenn er mit der Hüfte mehr Druck gemacht hätte, dann glaube ich, hätte er ihn in der Position halten können. So ist Bartelt sofort wieder auf die Knie gekommen und konnte seine Position verbessern. Zweite Runde steht an. Alle müssen raus. Referee Philipp Neumann ist bereit, sobald die Käsesstüren geschlossen sind. Letzte Runde. In der regulären Kampfzeit. In der Lowkick. Mir gefallen die Might-Bewegung von Arndt. Er taucht immer gut ab. Absolut. Er muss dann kontern halt danach. Er muss was machen. War schon wieder. Genau. Das wäre eine gute Situation gewesen. Könner Haken. Da hat er mal einen gesetzt. Er timet immer wieder den rechten Hook von Arndt. Den sieht er gut. Den sieht er gut. Von Arndt still würde ich diesen Hook vielleicht einmal fake nehmen und daraus einen Uppercut machen, weil dann würde er sich direkt reinducken. Gute Idee. Guter Superman-Punch von Bartelt. Jetzt hat er auch mal einen richtigen Treffer gelandet. Sehr schön. Oder so. Hoben Faken mit dem Kick arbeiten. Sehr schön. Er könnte die Might-Bewegung schön nutzen als Ausfuhrbewegung für den Schlag. Meistens, wenn dann gelacht wird, dann hat er gewirkt. Richtig. Da sollte er gleich nochmal rangehen. Er meidet da zu sehr in Rücklage. Er sollte ein bisschen mehr Vorlage behalten, um auch wirklich handlungsfähig zu sein. Aber in der ersten Runde bleiben wir jetzt im Stand. Schöner linker Hook von Arndt. Und die 1-2 kam auch durch. Bartelt versucht, nach vorne zu gehen, aber Arndt kontert ihn aus. Arndt lässt ihn jetzt auch mehr kommen. Arndt wartet mehr ab, wartet auf die Aktion von Bartelt, um nicht ausgekontert zu werden oder daneben zu schlagen. Und setzt dann sofort nach. Sehr starke Links-Rechts-Kombination. Gleich nochmal. Aber jetzt ein sehr schöner Konter von Bartelt. Jetzt ist es sehr offen. Wunderbar. Beide können ihre Akzente setzen. Beide mit dem Jab-Treffer im gleichen Moment. Lächeln sich auch kurz an. Was Arndt gut macht, sind auch die Schläge über die Außenbahn in der Rückwärtsbewegung. Zu sehr aufgeladen, den hat er gesehen vorher. Erst oben der Cross und dann unten rein für den Takedown. Jetzt haben wir wieder so eine Situation wie vorhin. Diesmal ist aber Bartelt derjenige, der oben bleibt. Und das kurz in der Runde. Das, glaube ich, könnte eine dritte Runde geben. Ich will mich auch hier wieder nicht festlegen. Ich muss gestehen, dass ich da jetzt doch nicht ganz genau sagen könnte, wo es lang geht. Dritte Runde auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. Definitiv. Sehr oft eine zweite Runde. Die erste Runde würde ich jetzt so einfach aus dem Kopf, glaube ich, an der Arndt geben. Und die zweite Runde könnte Bartelt speziell jetzt mit der Aktion zum Schluss für sich entschieden haben. In der ersten Runde war auf jeden Fall Arndt derjenige, der immer die kritischen Situationen am Ende dann für sich entscheiden konnte. Positionsgame war auf jeden Fall besser. Und klar, natürlich Bartelt mit den guten Defensivbewegungen, aber eben nicht mit den Treffen. Aber anscheinend doch die dritte. Die Judges wollen noch mehr sehen. Wir haben auch nichts dagegen. Welterweight, Viertelfinale bei den Herren. Zweites Viertelfinale. Oh, sofort eine Reihe von Treffen. Das war genau das, was du gesagt hast vorhin, ja. Er meidet nach außen, wartet dort ein bisschen zu lange, der Uppercut kommt. Bartelt muss jetzt gucken, dass er trotzdem noch scharp bleibt. Jetzt kommt der Takedown ab. Diesmal überrascht ihn Arndt mit dem Takedown. Schöner Crossface, immer Druck aufs Genick bringen, auf den Kopf. Hält ihm auch noch Mund und Nase gerade zu. Noch mal ein bisschen Conti rauszuziehen. Hör mal fest. Ja, das macht er gut. Er hält ihn flach auf dem Rücken. Geht er für. Und jetzt kommen die Haken-Treffer von oben. Gute Aktion von Arndt. Also beim Ground and Pound, da hat er deutliche Vorteile auf jeden Fall. Immer wieder guter Wechsel zwischen Aktion und dann kurzes Aufladen auch wieder. Er holt sich dann eine sichere Position, er holt sich kurz. Das macht er sehr smart. Dann macht er damit auch Zeit gut. Absolut. Und schon wieder. Bartelt fehlen etwas die Mittel gerade. Ja, aber es ist ein bisschen weniger Druck in den Schlägen von Arndt. Das ist ja auch die dritte Runde. Absolut, absolut. Aber er macht eigentlich alles richtig. Man muss sagen, im Moment läuft es absolut für ihn. Setz sogar mal zum Pass an. Geht aufpassen, dass er jetzt nicht durchschlüpft, genau. Und dann in Side-Control kommt. Versucht ja auch mit der Daumenkante ein bisschen Schaden anzurichten. Ja, aber diese Treffer aus der Rückenlage, das ist ganz selten, dass die wirklich starke Wirkungen zeigen. Meistens nerven die eher. Und auch jetzt gerade bei den Amateuren bist du natürlich in der Position deutlich limitiert, da du keine Ellenbogen schlagen kannst. Klar, der Armbar-Attempt, der könnte da sein. Man könnte probieren, am Käfig hochzukommen, die Separation kurzzeitig zu schaffen oder eine Rubberguard zu ziehen, um ein bisschen Ruhe zu kriegen und vielleicht für ein Submission-Attempt gehen. Aber nichts davon zeigt Bartelt gerade. 20 Sekunden noch auf der Uhr und die Runde. Wenn jetzt nicht noch was ganz Außergewöhnliches passiert, dann geht Arndt hier als Sieger aus dem Kampf. Oh, da war nochmal ein kleiner Submission-Attempt, aber viel zu spät, viel zu sloppy. Das war eine ganz klare Runde mit der Renning Arndt und damit dürfte er sich auch den Kampf gesichert haben. Ups, nein. Natürlich müssen wir jetzt auch trotz einer sehr deutlichen Runde die ganze Prozedur einhalten, deswegen dauert es ein ganz kleines bisschen, aber da wird es keine Unstimmigkeiten geben. Der Sieger durch einstimmigen Punktentscheid aus der Blaune, Karl-Henning Arndt! Also Karl-Henning Arndt, der Sieger im zweiten Viertelfinale im Wältergewicht. Kai-Uwe Bartelt verabschiedet sich aus dem Tournament. Und wir gehen für den ersten Bracket in die letzte Wältergewichtsrunde. An dieser Stelle auch noch ein großes Dankeschön an die medizinische Versorgung, gewährleistet durch Dimboi, Lohan und das DRK. Ja, eigentlich jetzt zum letzten Kampf noch mal. Bartelt konnte in der zweiten Runde seine Akzente setzen, aber die erste und die dritte Runde, da muss man sagen, die ging schon... Ja, speziell die dritte. Die gehen schon an Arndt, da kann man nichts sagen. Ja, aber ich bin ziemlich zufrieden eigentlich mit den Leistungen in den Kämpfen bisher. Wir haben echt gute Sachen gesehen. Und wir haben auch das erste Finish, das hast du dir so gewünscht. Hatten wir vorletzten Kampf, glaube ich. Und gleich drei in Folge. Ja, und dann auch gleich actionmäßig danach. Also, ja, gute Aktion. Und wir freuen uns auf den nächsten Kampf jetzt. Wie geht's weiter? Wir haben weiterhin Wältergewicht auf dem Programm. Als nächstes kommt Lennart Sonnenberger gegen Joshua Gansat. Und danach gehen wir über ins Mittelgewicht. Genau. Letztes Viertelfinale bei den Herren im Wältergewicht. Ja, und wir sind gespannt. Wir können ja mal auf die Statistiken schauen, die die beiden Kämpfer haben. Während Ringrichter Jan Schwarzrock die nächsten Kämpfer schon aufruft. 77,1 Kilogramm ist das Gewichtslimit für das Wältergewicht. Wir haben natürlich auch Abnehmprozeduren gehabt. Allerdings, da das Wiegen am gleichen Tag stattfindet, im Gegensatz zum Profibereich, wo es meistens einen Tag früher ist, haben wir natürlich hier auch weniger Gesundheitsrisiko, was ja auch immer oft eine Diskussion ist im MMA. Hey, ist das gesund? Sollte man da vielleicht eine Regeländerung herbeiführen? Bleibt auf jeden Fall spannend. Aber hier bei den Amateuren am gleichen Tag wird gewogen. Und das ist jetzt gerade mal ein paar Stunden her. Also viel Gewicht kannst du da nicht machen. Es ist mir persönlich ein Rätsel, warum das bei den Profis nicht genauso gehandelt wird. Absolut. Mir auch, ehrlich gesagt. Also man hört es eigentlich von allen Ecken. Und ich meine natürlich Weigh-Ins, man sieht es in der UFC, man hat jetzt auf einmal Events wirklich. Da kommen richtig viele Zuschauer. Deswegen würde man sich natürlich dieses Marketing-Tool irgendwie so ein bisschen nehmen. Und was macht man auch, wenn jemand das Gewicht halt nicht hat, wenn man direkt vorm Kampf liegen würde? Das sind so immer die Kontra-Argumente, die da kommen. Aber ich finde, die Gesundheit des Athleten oder der Athleten generell muss eigentlich immer im Vordergrund stehen. Genau das. Und das wäre natürlich viel besser, wenn man da sehr kampfnah, zeitnah vor dem Kampf dann wiegen würde. Am besten mit Montur und allem drum und dran. Dann würde man diese ganze Cutterei komplett ausklammern. Meiner Meinung nach die richtige Lösung. Ja. Und hier gerade einmarschiert, Lennart Sonnenberger, jetzt kommt Joshua Gantert und beide Athleten geben hier ihr Debüt. Keine Vorerfahrung und jeweils der erste Kampf im Amateur-MMA. Kleine Impfung, Freunde, achtet bitte darauf, zum Rein- und Rausgehen und den Haupteingang zu nutzen. Der zweite Eingang dient lediglich zur Durchlüftung, zu unserer aller Gesundheit. Und bitte nicht zum Rausgehen raufen, rumtollen und rumraufen. Danke euch. Joshua Gantert. Beide Kämpfer sind bereit. Kein frei oder eins. Gib den Käfig frei. Sonnenberger mit dem besseren Beginn im Stand, aber gleich der Takedown und Side-Control von Joshua Gantert. Ja. Versucht jetzt seine Position noch weiter zu verbessern. Er hat jetzt die Beine ganz gut unter Kontrolle und sieht gut aus, dass er vielleicht Full-Mount kriegen kann. Ja, Full-Mount, also je nachdem, wie Sonnenberger sich dreht, sogar den Rücken. Ja, er hat jetzt das Knie zwischen den Beinen und hindert ihn natürlich dadurch daran, sich zu ihm hinzudrehen. Jetzt ist leider die Position verloren gegangen für Gantert aus seiner Sicht. Zwei Minuten haben wir jetzt noch auf der Uhr. Oh, aber er geht direkt in die Mount. Und dort auch Druck. Crossfaced ihn, um da Separationen herzustellen und besser schlagen zu können. Gute Flexibilität, da hätte ihn fast erwischt. Fast überrascht. Ja, und jetzt hält Sonnenberg ihn sich auf eng. Aber es gelingt er dann immer wieder, sich aufzurichten. Wir wechseln aus schnellen Schlagfolgen. Atenschlägen. Und da ist es vorbei. Philipp Neumann gab das Kommando. Fightback. Und dann hat man vielleicht noch maximal fünf Sekunden. Und wenn dann nichts Großartiges kommt, dann ist es leider vorbei. Sich nur mit der Doppeldeckung hinlegen, ist es leider keine intelligente Verteidigung. Kommt hier zur Urteilsverkündung. Urteilsverkündung durch Jan Schwarzwald. Der Sieger in der TKO in der ersten Runde nach einer Minute und 40 Sekunden. Aus der Rote Ecke, Joshua Gantert. Joshua Gantert kompletiert das Halbfinale. Und somit sind wir jetzt schon bei den etwas schwereren Jungs. Den schwersten heute. Den schwersten heute. Ja, den schwersten heute. Du hast recht. Vier Kämpfe jetzt im Middleweight auf dem Programm. Das ist 83 Kilogramm. Und wir öffnen das Ganze mit Tobias Schröter gegen Lukas Bögelholz. Kampfzeit bleibt natürlich weiterhin, wie in allen Vorkämpfen, zweimal drei Minuten mit der Option auf eine Runde Verlängerung. Tja, uns wurde gerade noch mal. Übersüber angesagt, dass der Stream wohl leider immer noch leid wird. Das tut uns sehr leid. Die regionale Meisterschaft müsste halt aufgrund der aktuellen Situation nicht improvisiert werden. Aber natürlich kann sie nicht unter optimalen Bedingungen stattfinden. Zum Beispiel haben wir halt kein Studio. Wir müssen alles vor Ort aufnehmen und streamen. Dafür entschuldigen wir uns nochmal, dass die nicht zu 100% optimal ist. Allerdings könnt ihr natürlich auf fighting.de oder fighting.de natürlich alle Kämpfe in der Mediathek noch einmal anschauen und euch da eure Portion Amateur MMA zu Gemüte führen. Dort dann natürlich ruckelfrei und in bester Qualität. So, und hier haben wir jetzt Tobias Schröter. Geht in seinen fünften NML-Kampf. 50-50 Bilanz, zwei Siege, zwei Niederlagen. Hat aber auch Erfahrung im Thai-Boxen. Dort drei Siege, eine Niederlage, ein No-Contest. Lanz-Striermann-Referee, die da entgegennt. Vielen Dank. Tobias Schröter. Zwei Gegner für den Feindklapp-Holzburg, Lukas Bögeholz. Lukas Bögeholz, 95er Jahrgang aus Wolfsburg, vom Feindklapp Wolfsburg, hat einen MMA-Rekord von zwei Niederlagen und einem No-Contest, leider noch keinen Sieg verbuchen können. Er bringt aber schon zwei Siege aus dem K1 mit, dort allerdings auch drei Niederlagen, aber das bedeutet, dass wir hier zwei Spezialisten haben, beide aus dem Striking. Lukas Bögeholz. Und los geht's. Und gleich nochmal. Schöter spielt auf Distanz. Steckt die Körpertreffer easy weg. Högeholz probiert hier über die Außenbahntreffer zu landen. Gut rein und rausgegangen von Schröter, landet den Jab, sofort wieder rausgegangen. Der Treffer, Treffer gesetzt, selber nicht getroffen worden. Super. Zwei Minuten noch auf der Uhr. Jetzt ein Körperkick auf der anderen Seite. Aber jetzt geht Bögeholz nach vorne mit kurzen Box-Techniken. Gute Aktion. Steht sehr seitlich. Das ist dadurch natürlich auch schwerer am Kopf zu treffen. Aber für Low-Kicks empfänglicher. Da ist wieder der Kick zum Körper. Und gleich nochmal. Oh! Unter geht er zu Boden. Da könnte es jetzt vorbei sein. Da ist keine intelligente Verteidigung mehr. Und Sieg durch TKO. Der Tobias Schröter. Sehr starke Aktion von Schröter. Hat er auch genau gemerkt, dass der Gegner gezeichnet ist und hat nachgesetzt. Auch eine Qualität. Es gibt ja oft auch Kämpfer, gerade wenn es am Anfang der MMA-Karriere ist, die dann vielleicht nicht unbedingt merken auch, dass der Gegner gerade schwächelt und dann nicht genug nachsetzen. In dem Fall super umgesetzt. Viertelfinale. Erstes Viertelfinale. Middleweight. Sieg durch TKO. An Tobias Schröter. Kaum Schaden genommen. Perfekt. Besser hätte es nicht laufen können, oder? Nein. Der Sieger durch TKO. Und den bis zum Ende ist es sehr, sehr gut durchgeführt. Es ist der blauen Ecke für das Ausbautschirm, Tobias Schröter. Applaus So, das ging wieder schnell. Tobias Schröter also im Halbfinale als erstes Middleweight. Wir haben natürlich weitere Mittelgewichtskämpfe, wie eben schon angekündigt. Vier insgesamt. Und Viertelfinale zwei jetzt Alex Friesen gegen Onur Öztürk. Jetzt waren wir drei Minuten wieder. Ja, ich muss sagen, sehr, sehr starke Vorstellung von Tobias Schröter. Ja. Auch gegen keinen leichten Gegner. Also ich stand sehr, hat eigentlich eine relativ gute Entfernung gehabt. Ja, stand seitlich drin. Ist über die Außenbahnen gefährlich gewesen, aber lange Jabs, schnell rausgegangen wieder. Er hat sich selber nicht treffen lassen und super. Super Leistung. Und zumindest so wie es eben aussah, ist er jetzt in der ersten Runde schon weitergekommen. Hat selbst eigentlich auch nichts eingesteckt. Der war jetzt noch frisch. Genau. In solchen Turnierformaten natürlich extrem entscheidend, so wenig Schaden zu nehmen, wie es geht. Und ich glaube auch bei seinen Kicks hat er sich nicht wirklich wehgetan. Die waren alle ziemlich sauber. Zwei, drei haben auch wirklich gelandet und gar nicht die Deckung touchiert. Also insofern glaube ich auch, da wird er noch nicht mal ein dickes Bein haben jetzt in der nächsten Runde. Also optimal gelaufen. Er kann sich jetzt zurücklehnen, kann gucken, was seine Gegner machen und ja, schon mal den nächsten Kampf dann anschauen, denn das wird dann auch seinen Gegner ergeben für das Halbfinale. Ja, entweder Alex Friesen oder Manuel Stürk. Genau, Alex Friesen, 99er Jahrgang, drei Kämpfe schon auf dem Tacho. Kommt aus Hannover, Lead Gym Hannover. Gleiches Gym wie Weber Take-By von vorhin, wo wir den Drei-Runder gesehen haben. Während unser Neustürk aus Frankfurt kommt, das Team Frankfurt. Wir kommen zum nächsten Begegnung und bitte griechen bis 83,9 Kilogramm. Ich rufe den Cage in die blaue Ecke aus Lead Gym Hannover. Alex Friesen. Franz Schwerpunkt ebenfalls Referee in dieser Folge. Alex Friesen, ein großer Kämpfer. Deine Arme wirken relativ lang. Das ist insgesamt ein Körpertyp, den man auch im professionellen MMA immer mehr sieht. Groß, schlank, lange Reichweite. Ja, sehr von Vorteil auf jeden Fall. Auch er muss sich natürlich dem letzten Check unterziehen. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, auf jeden Fall. Es ist wie in jedem anderen Sport auch eine Niederlage, aber einfach mal zu akzeptieren. Absolut. Wir widmen uns wieder dem aktuellen Geschehen. Bruno Öztürk gibt sein MMA-Debüt, hat allerdings schon zwei Matches im B2J bestritten. Eins gewonnen, eins verloren. Wir holen also schon Erfahrung am Boden mit. Etwas Erfahrung, ja. Wir sind gespannt, wie sich die beiden hier schlagen. Und beide wollen sich natürlich beweisen und Erfahrung sammeln. Los geht's. Und hier ein ganz klarer Reichweiten- und Größenunterschied. Das, was Friesen in den Armen hat, ist Türk noch an der Hüfte. Oh, da hat er sich in den Rücken und boah. Super. Sehr gut ausgehoben. Richtig guter Tumui Nagel. Und jetzt gleich die Fullmout gehört und mit Frequenz. Wenn der Käfig nicht da wäre, wäre der Arm schon fast da gewesen. Jetzt gibt er den Rücken. Wenn er jetzt schlau ist, macht er die Hooks rein. Und da ist der Joke. Das Dirk probiert sich noch zu schlagen, aber da ist es vorbei. Wir konnten nicht ganz sehen, war es ein Tap oder hat Referee Schwarzmann den Kampf von sich aus beendet. Allerdings wieder ein schnelles Finish. Sehr souverän von Alex Friesen. Absolut. Super umgesetzt. Hat ihm nicht den Fauch einer Chance gebrochen. Der Sieger via Rear-Naked-Choke in der ersten Runde ab 57 Sekunden aus der Blaudecke, Alex Friesen. Alex Friesen via Rear-Naked-Choke in der ersten Runde. Natürlich gibt es jetzt nochmal den Handshake. Vielleicht ein kleines Foto, das sei ihm gegönnt, oder? Natürlich. So viel Zeit muss sein, die haben Sie auch eingespart jetzt gerade. Ja, Stichwort. Genau wie Tobias Schröter. Alex Friesen geht frisch in die nächste Runde. Ja, perfekt. Besser kann es nicht gehen. Halbfinalticket gezogen. Und wir gehen jetzt in den letzten Kampf vor der Pause. Genau, jetzt trifft David Pichacek auf Stefan Siegler. Auch nochmal ein Match im Mittelgewicht. Und hier noch ein kurzer Hinweis. Nächstes Wochenende schon ein weiteres Event auf Fighting.de läuft, nämlich der NFC-Triple-Header. Ja, also der Juli ist vollgepackt. Oh, das war's! Das war's! Das große NFC-Wochenende. Drei Tage. Kommen wir nun zur letzten Viertelfinalkampf im Mittelgewicht. Ich rufe in die blaue Enkel für die Panterei A von David Pichacek. Ihr seid ihr im Maritimhotel Bonn das stärkste, was MMA Deutschland zu bieten hat. Plus, mit dem NFC-Super-Package bekommt ihr die besten Tickets für die NFC-Series und NFC 4. Eine Übernachtung im Vier-Sterne-Hotel und ein erstklassiges Dinner inklusive. Ihr Trichter-Rapery dieses Kurses. Der NFC-Triple-Header im Juli. Jetzt Tickets sichern auf eventim.de. Ja, auf jeden Fall eine runde Sache, der NFC-Triple-Header. Das ist super. Jetzt im letzten Kampf, während David Pichacek fertig gemacht wird, wurde eben unser Ref bekannt gegeben für diese Partie. Gerd Richter, unser GEMAF Head Judge, auch verantwortlich für die Kampfrichter- und Referee- und Judges-Ausbildung in der GEMAF. Und ein ganz erfahrener Mann. Er hat schon in der KSW eine leitende Tätigkeit. Viele Matches im Profibereich und im Amateur-Bereich auf internationaler und nationaler Ebene gereft. KSW und auch in der UFC sogar. Also auch auf dieser Ebene, wo wir vorhin über MMA Unfolded geredet haben, natürlich die Möglichkeit, nicht nur als Kämpfer in die UFC zu kommen, sondern eben auch als Offizieller. Und wenn das nicht ein Ziel ist, weiß ich auch nicht. Stefan Siegler? Siegler? Siegler. Siegler jetzt in der Vorbereitung im Pacto-Team Stuttgart. Letzter Kampf vor der Pause. Vielleicht hier auch nochmal spannend. Beide Kontrahenten geben ihr MMA-Debüt. Und beide kommen aus Grappling, aus den Sportarten. Der eine aus dem Logi Grappling und Stefan Siegler aus dem Ringen. Stefan Siegler. Mittelgewicht auch wieder hier. Unterschiedliche Körpertypen. So auf den ersten Blick kann man fast gar nicht sagen, dass die in einer Gewichtsklasse sind. Stefan Siegler. Sehr massiv gebaut. Kleiner. Oh. Will dann noch, täuscht er den Fist-Check an. Und schlägt dann sofort. Ja, das kann man auch sauberer machen. Versucht sofort ranzugehen. Geht zum Körper. Von Siegler. Oh. Und da zieht er ihn tatsächlich auf den Rücken. Stefan Siegler mit dem Fist-Check. Und dann aus Stuttgart, jetzt mit der Kontrolle. Kommt hier. Kommt hier der Triangle-Versuch. Es sieht so aus. Auf jeden Fall könnte er jetzt schon mal für den Tipi gehen, fast schon. Jetzt versucht er reinzukommen. Leider ist noch die Hand gefangen. Und da steht er auf und will slammen. Aber der Triangle ist trotzdem noch da. Der Triangle ist noch drin. Hat er gut durchgehalten. Und jetzt wird es immer enger. Noch den Winkel verändern. Und man sieht auch an der Aktionsrate jetzt von Siegler, dass er unter Druck gerät. Vielleicht den Fluss festhalten, dass der nicht rausrutscht. Genau. Pytacek geht jetzt ans Bein. Sorgt dafür, dass Siegler nicht nochmal aufstehen kann und ihn zu slammen. Der massive Körper von Siegler ist natürlich jetzt Vorteil und Nachteil zugleich. Aber der Schrengel ist nicht ganz gelockt. Ah, da ist der Tab. Trotzdem. Gerade so. Das war auf Messers Schneider auf jeden Fall. Sehr souverän von Pytacek. Nach dem Slam hätten einige den Triangle geöffnet. Ja, und schon wieder ein erstrunden Finish. Und wir gehen jetzt gleich nach der Urteilsverkündung natürlich in die Pause. Kommen wir direkt zur Urteilsverkündung. Der Sieger, der Triangle Show. Gleich die Aufgabe für Gerd Richter. Aus der Blau der Gerd David Bietje. Fantastisch. Nicht aus der Ruhe bringen lassen. Exakt. Cool geblieben und durchgezogen. So, alles. Das Team freut sich schon fast mehr. Das Team freut sich schon fast mehr als der Kämpfer. Sehr guter Kampf. Können stolz auf Ihren Kämpfer sein. Ja. Haben Sie doch glatt das Foto vergessen. Gut, dann sind wir mit dem ersten Teil für heute durch. So, meine Damen und Herren. Und gehen in die erste Pause. War doch gut. Hat dir Spaß gemacht? So darf es weitergehen. Wir gehen weiter, oder? 15 Uhr, 20 Start. Ich freue mich auf euch. Lauft nicht zu weit weg. Bis gleich. Das nächste Match startet in Kürze. Das nächste Match startet in Kürze. Bis zum nächsten Mal. Das nächste Match startet in Kürze. 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 Das Paige startet in Kürze. Das inadvertert in Kürze. Das nächstes schon echo. Das nächste Match startet in Kürze. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das nächste Match startet in Kürze. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das nächste Match startet in Kürze. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das nächste Match startet in Kürze. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das nächste Match startet in Kürze. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das nächste Match startet in Kürze. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das nächste Match startet in Kürze. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das nächste Match startet in Kürze. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das nächste Match startet in Kürze. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das nächste Match startet in Kürze. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das nächste Match startet in Kürze. Das nächste Match startet in Kürze. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das nächste Match startet in Kürze. Das nächste Match startet in Kürze. Untertitelung des ZDF, 2020 Das nächste Match startet in Kürze. 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 Und logo getено in Kürze. Das nächste Match startet in Kürze. Mit Assessment startet in Kürze. Das nächste Match startet in Kürze. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das nächste Match startet in Kürze. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das nächste Match startet in Kürze. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das nächste Match startet in Kürze. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das nächste Match startet in Kürze. Untertitelung des ZDF, 2020 Und erstes in den Catch, in die blaue Ecke von die Sportschule TM Göttingen, Und hier geht es schon los. Wir sind wieder im Flyweight bei den Damen und hier ist ohnehin Steolano Dietrich, die einzige Göttingerin, die heute kämpft, aus der Sportschule TM. Untertitelung des ZDF, 2020 Viele werden sie kennen, wo sie ja einiges abgeräumt hat, da kommen wir gleich noch zu. Und hier ist sie ja einiges abgeräumt hat, da kommen wir gleich noch zu. Ja, wie gerade von Jan, wie gerade von Jan sozusagen schon vorgesprochen, kein unbeschriebenes Blatt. Wie ich auch gerade schon erwähnt habe, Anna Gaul, wahrscheinlich die mit die bekannteste Amateursportlerin im MMA in Deutschland. Die mehr oder weniger alles geholt hat, was man holen kann im Amateurbereich von den deutschen Meisterschaften über die Europameisterschaft 2019, Weltmeisterschaft 2019. Letztes Jahr natürlich nichts sozusagen, aber da ging ja auch nichts und jetzt will sie wieder angreifen. Hallo, Gaul! Lass mich bitte mit raus, lass mich bitte mit raus! Echt, ja? Nächstes Jahr, mal gucken. Wenn es einer von den beiden auslastet, ey. Re-Match beginnt. Ziemlich aggressiver Start von der blauen Ecke. Und Anna ist dann sofort in den Clinch gegangen. Ja, aber Lahn-Dietrich setzt sofort mit Schlägen nach. Und jetzt geht der Gaul, der Tagdown. Ja, da hat man auch vielleicht gleich gesehen, wo die Schwerpunkte liegen. Bei On-Hands eher im Stand, sehr aggressiv. Und Anna will das scheinbar eher auf den Boden verlagern und erstmal ein bisschen runterregulieren sozusagen. Und das erste Match der beiden sah auch ähnlich aus. Auch Dahl konnte dann Dietrich im Stand punkten und Gaul am Boden. Und Gaul konnte das Ganze dann per Entscheidung nach rausholen. Ja, jetzt hat On-Hands gerade probiert zu sweepen, hat dann aber Anna sozusagen in die Mount gehoben. Und ist jetzt natürlich in einer ziemlich schlechten Position, aber bisher hat sich Anna noch nicht wirklich aufgerichtet und Schläge angesetzt. Also ist gerade eher passiv und probiert nicht gesweept zu werden, was jetzt gerade fast passiert wäre. Gute Kontrolle von Gaul von oben. Mit dem Crossface rein, mit dem Griff von Dio Lahn-Dietrich zu brechen. Das ist natürlich auch schwer jetzt für On-Hands hier direkt am Cage. Der Kopf ist direkt an den Cage gepinnt. Macht es natürlich auch schwerer für sie, sich da rauszuarbeiten. Optimal wäre es für sie, wenn sie sich genau 90 Grad dreht und er mit den Füßen vom Cage abstoßen könnte. Aber das will Anna natürlich auch nicht zulassen hier. Und da ist der Ansatz vom Armbar. Der sieht relativ eng aus. Der sieht sehr eng aus, aber Dio Lahn-Dietrich hält durch und dreht sich raus. Der Armbar, ja die Spezialität von Anna und dementsprechend Respekt, dass On-Hands hier sich gerade da scheinbar befreien kann. Er kommt durch und steigt tatsächlich drüber. Aber noch ist es gefährlich. Noch ist der Ellenbogen nicht ganz raus. Aber Zentimeter für Zentimeter verrückt der Arm. Aber beim Armbar weiß man nie. Manchmal reicht es auch, wenn der knapp über der Leiste ist und dann kann er trotzdem noch ganz gut drin sitzen. Und Anna adjustiert hier gerade. Sie bringt sehr viel Geduld mit, genau richtig. Hat noch 20 Sekunden. Sieht so aus, als ob es in die zweite Runde gehen könnte. Jetzt hat On-Hands hier sozusagen den Underhook unter Annas Arm, was den Druck auch nochmal ein bisschen verringert. Und tatsächlich, trotz eines echt guten Ansatzes, schafft Solano-Dietrichs die zweite Runde. War eine sehr klare Runde für Anna. Ja. Nicht unbedingt eine 10.8, aber es war schon sehr, sehr eindeutig, weil sie schnell in die Mount gegangen ist. Im Stand hat On-Hands aber einiges landen können. Deswegen denke ich, ist eine klare 10.9 jetzt erstmal so rein vom Schauen. Das würde ich so unterschreiben. Keiner hat jetzt äußere Schäden irgendwie großartig abbekommen. Was natürlich erfreulich ist. Die Cut-Woman in diesem Fall haben nicht allzu viel zu tun. Werden jetzt nochmal mit Vaseline eingeschmiert. Und er sieht auch so aus, als hätte der Arm von der Antidrichen nichts weiter abbekommen. So, ja, denn die Taktik für die zweite Runde scheint dann klar für Anna wieder auf dem Boden vermeintlich. Und On-Hands muss aufpassen, dass sie ihre Distance hält und vielleicht ein bisschen vorsichtiger und weniger aggressiv vorgeht. Check-Hands und direkter Low-Kick. Und ein Head-Kick. Und diesmal versagt Na und Hedrich dem Anna-Gaul den Takedown. Muss aber aufpassen mit dem Leg-Lock. Das Wein ist in Gefahr. Da ist Anna sozusagen eigentlich mehr oder weniger freiwillig auf den Boden gegangen und hat die Guard gepullt. Auf ein bisschen komische Art und Weise. Konnte sich jetzt aus der Half-Guard in die Guard wieder zurück bewegen, Anna. Und jetzt hat sich das Blatt ein bisschen gedreht. Und sie versucht wieder auf den Armband zu gehen. Das Bein ist rum, der Arm ist kontrolliert, aber noch hat On-Hands den Antidrich ihr Gewicht ganz gut drauf. Ja. Hat sie auch noch nicht durchgezogen. Also scheinbar hat ihr das vom Adjustment noch nicht so ganz gepasst. Aber nach wie vor, die Gefahr ist da. Und da ist der Tab. Sehr schön. Sieg durch Submission in der zweiten Runde für Anna Gaul. Ja, da hat sie wieder ihre Spezialität ausgepackt. Und obwohl es natürlich bekannt war, wahrscheinlich konnte On-Hands das in dem Fall nicht verhindern. Ja, einmal in der ersten Runde echt schön verhindert, aber der zweite Angriff war dann nicht mehr abzuwehren. Ja, aber ein schönes Match auf jeden Fall. Die Sire, der Arm war in der zweiten Runde nach einer Minute und fünf Sekunden. Aus der roten Decke, Anna Gaul. Sehr verdient. Schöner Sieg. Vielen Dank. Und wie auch letztes Mal muss der Käfig noch einmal vorbereitet werden für die nächste Runde. Ja. Und dann werden wir gleich das erste Bantamweight-Match des Abends sehen. Das erste und letzte, oder? Äh, vorletzte. Also wir hatten drei Anmähler sozusagen. Oh ja, ist das. Ähm, jetzt haben wir das eine Halbfinale. Der dritte Athlet sozusagen hat das Freilust und jetzt gucken wir, wer sozusagen gegen ihn im Finale antritt. Und können gespannt sein. Also wie auch bei der ersten Hälfte, es wird langsam aber sicher immer schwerer. Definitiv. Sowohl was die Kondition angeht, für die, die schon gekämpft haben, als natürlich auch das Level von den Athleten, die dann natürlich auch nicht umsonst in die nächste Runde gekämpft haben. Und es geht gleich weiter, meine Damen und Herren, es müssen noch einige Sachen geklärt werden. Es gibt eine kurze Unterbrechung von vielleicht zwei bis drei Minuten. Die Konditionen sind immer auf TFC-Championship. Es gibt über 15,15. Arschne. Nee, das ist halt die Konditionen. TFC-Championship. Nee, 15,15. Ja, das ist so krass. Ja, man sieht's kommen, aber man kann es nicht. Ja, TFC ist richtig. Ja, das ist scheiße. Man ist auch geil zu gucken, ne? War sehr unerheizend. Ja, das seid doch fünf Bergenwiesen. Ja, das ist ja auch nicht so. Wenn die Kampen fünf gehen, fünf, dann geht's los. Und dann geht's los. Ja, das ist ja auch nicht so. So, ganz toll. Und dann gehen wir hier a gosh. Das nächste Match startet in Kürze. So, kommen wir in das Halbfinalkan mit dem Band am Gewicht bis 61,2 Kilogramm. Ich rufe in die blaue Ecke fürs Choke-Team Berlin, Elbert Sigauri. So, und hier kommt Elbert Sigauri mit seinem dritten Kampf im Amateur-MMA. Hat bis jetzt zwei Siege. Und wie eben schon angekündigt, jetzt sind wir im Bantamweight, also bei 60 Kilogramm. Elbert Sigauri. Sein Gegner in der roten Ecke fürs Helles-Training-Zentrum ebenfalls aus Berlin. Großen Applaus für Nessi Mabut. Und hier kommt Nessi Mabut. Steigt ein in seinen zweiten Amateur-MMA-Kampf. Hat bis jetzt einen Sieg. Beide Athleten am Beginn der Karriere also noch ungeschlagen. Auch hier der obligatorische Check, ob das in Ordnung ist. Nessi Mabut. Nessi Mabut. Da wollte Sigauri direkt mit einem schönen Kick reinsteigen, aber Mabut hat den Kick genutzt und sich den Takedown geholt. Ist jetzt aber in Gefahr, getriangelt zu werden. Ja, die Sigauris sind von Natur sozusagen, sag ich jetzt mal aus, eher Striker. Also kommen tendenziell aus dem Striking, aber arbeiten scheinbar auch sehr hart an ihrem Ground-Game, was man auch an seinem Bruder Adam gesehen hat vorhin. Ja. Der Strag ist. Und der Triangle wird immer enger. Ja. Aber nachjustiert. Der ist schon sehr eng. Jetzt dreht er ihn rüber. Und kann auch mit Schlägen nachsetzen. Das dürfte hier vorbei sein. Ja! Sieg in der ersten Runde. Der Albert Sigauri. Stark. Den Takedown direkt umgewandelt. Besser oder ja, gleich genutzt für seine eigenen Zwecke. Und der wurde dann immer enger und enger und ging dann auch relativ schnell. Und dann noch eine Kombination aus dem Joke und aus den Schlägen. Ja. Aber Aboud ist auch schon wieder da. Sieht gut aus, obwohl er kurz weg war. Und Ärzte und Cutman, Cutwoman und Ärztinnen kümmern sich gerade. Kommen wir nun zur Urteilsverkündung. Der Sieger in der ersten Runde nach 47 Sekunden. Der TKO aus der Blaunecke. Helmer Sigauri. Sehr verdienter Sieg. Und uns wurde gerade Bescheid gegeben. Die Athleten haben leider jeweils die falsche Kleidung angezogen. Also die falsche Farbe und müssen sich noch einmal umziehen. Deswegen kommen Sie wieder zu einer ganz kurzen Verzögerung von zwei bis drei Minuten. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich rufe als erstes in den Cage, in die blaue Ecke für das Beste im Bergisch Gladbach. Lorenzo Batsch! Applaus 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 Lorenzo Bratsch. Sein Gegner in der roten Ecke für das Joke-Team Berlin, Adam Sigauri. ...weiter in die zweite Runde ziehen und er folgt jetzt direkt auch seinem Bruder, der ja gerade sehr beeindruckt am Triangle-Choke gewinnen konnte. Mal schauen, ob er da anbinden kann. Ich höre gerade, dass wir bis eben ein paar Turmprobleme hatten, dafür möchten wir uns natürlich entschuldigen, aber jetzt sind wir wieder da. Ja, in Bezug auf die Ausdauer kann man natürlich davon ausgehen, dass Lorenzo ein Ticken, der Tank ein Ticken leerer ist, weil er drei Runden gegangen ist. Und Adam hat gegen einen sehr starken Gegner aber nur zwei Runden gehen müssen. Wobei Lorenzo eigentlich cardio-mäßig auch im ersten Kampf ziemlich gut aussah. Ja, speziell in der dritten Runde hatte er ja noch sehr viel Luft. Auf jeden Fall. Also mal schauen, ob das einen Einfluss auf das Match hat. Und Sie hatten ja bald jetzt auch etwas Zeit, sich zu erholen. Los geht's. Halbfinale im Federgewicht. Clemens hat es eben schon gesagt, die Sigauris beide eher Striker. Auch Lorenzo Bartsch. Sehr viel im Kickboxen. Oh, gerade noch so abgetaucht. Aber jetzt sucht Sigauri sogar die eingesprungene Guillotine. Und die sieht eng aus. In der Tat. Aber Lorenzo macht's relativ gut. Und ist raus. Verringert den Druck und ist schon raus, ja. War aber definitiv eine signifikante Aktion. Ja. Auch der Wheelkick vorher. Auch wenn er abgetaucht ist, der hat ihn noch erwischt. Aber das Problem an eingesprungenen Guillotine ist natürlich immer, dass man dann auf dem Rücken landet. Aber jetzt kommt er schnell hoch und geht sogar in Double Leg. Problem gelöst. Sehr explosiv, Adam. Oh, und da geht er auf den eingerollten Nieva. Aber durch den Cage kann er sich nicht wirklich rollen. Das hat ihn jetzt gerade ein bisschen gestoppt. Und jetzt Batsch auf dem Rücken. Auf jeden Fall ein sehr unterhaltsames Match schon jetzt. Anderthalb Minuten. Hin und her. Und Sigauri lässt Batsch aufstehen. Geht direkt wieder auf den Takedown. Und Reversed von Adam, der jetzt erstmal sich die Top Guard sichert. Ja, aber Batsch hat da noch dieser Knee-Schild drin. Das ist gefährlich. Der Butterfly-Hook, damit kann er versuchen zu sweepen. Ja, man sieht schon einen leichten Kräfte-Unterschied, würde ich sagen. Explosivitäts-Unterschied. Aber jetzt geht's. Zugunsten Adams, aber jetzt, ja. Der Armbar. Jetzt hat er gerade irgendwas dem Referee signalisiert. Aber es geht weiter. Und wieder in der Top ist er sogar in der Triangle. Er sitzt im Triangle in der Top. Jawohl. Sehr dominante Position. Genau, wenn er jetzt einfach nur noch durchzieht. Aber. Das ist wirklich ein Hin und Her hier. Sigauri hat es zumindest geschafft, da rauszukommen. Aber Land ist im Armbar. Und Reversed auch den. Wahnsinn. Da haben die Punktrichter definitiv einiges nachzudenken. Oh, das war beinahe ein Ellbogen. Der Cut von Lorenzo ist jetzt auch ein bisschen aufgegangen, aber blutet nicht allzu stark. Also ich denke, ich können die Cut-Men oder Women gleich in der Rundenpause gut behandeln. Und die erste Runde ist vorbei. Das war ja ein Feuerwehr. Die haben noch einiges im Tank. Starke erste Runde weiter. Athleten. Da hat er ja recht. Beide sehr Submission gefährlich. Ja, interessant. Dass Adam sein Game so in Richtung Boden auch oft verlagert, das kennt man von ihm bisher eigentlich nicht so. Der hat eigentlich im Stand immer ziemlich schnell gefinisht. Aber jetzt zeigt er auch die Seite. Aber da hat er einen ebenbürtigen Gegner gefunden. Jetzt in dem Match zumindest. Ich bin auf jeden Fall froh, unter dem Mikro zu sitzen und nicht vom Punktezettel. Das stimmt ja. Also viel mehr Reverse-It-Submission-Ansätze kann man kaum haben in drei Minuten. Und da will ich jetzt auch gerade, da ich nur zuschaue, gar keine Prognose abgeben. Da setzt man sich sonst in die Nässe hin. So, Cut ist geschlossen bei Lorenzo. Das sieht gut aus. Sie sehen auch beide relativ frisch aus. Ja. Ready? Ready? Go! Cage-Frei, Runde zwei. Siegaui ist sehr leichtfüßig. Gibt kein stationäres Ziel, bewegt sich immer. Schön Kombination rein. Ja, und dann explosiv raus, rein, raus. Bartsch versucht in den Takedown, aber... Und wieder Reverse. Wir machen weiter, wo wir den ersten Aufhörter haben. Bis dann irgendwann die Kräfte schwinden und sie werden schwinden. Dann wird es ein bisschen stationärer werden, aber gerade... Sehr guter Top-Pressure jetzt von Siegaui. Mal Bartschot zu sweepen. Ein Butterfly hat jetzt nicht gereicht. Ja, und jetzt haben die Jungs, glaube ich, eingesehen, okay, danach gibt es noch einen Kampf, theoretisch. Wir drücken mal ein bisschen auf die Bremse. Aber Adam schlägt hier ganz gut, außer Guard. Lorenzo hält hier vor allem den Overhook auf der linken Seite. Bleibt weiterhin nach vor Guard. Ja, schöne Unterarm-Pressure. Oh, schön gelöst. Jetzt schweres Ground and Power von Siegaui. Gleich nochmal. Ah, er muss aufpassen mit den Upkicks von Bartsch. Aber jetzt ist er wieder sicher. Ist grounded. Holt sich den Rücken, bringt die Hooks rein. Und der Arm ist auch schon gefährlich in Position, aber noch kontrolliert Bartsch. Er versucht sich jetzt langsam wieder in die Guard zurückzudrehen. Aber... Ja, da hält Bartsch noch ganz gut den Arm. Boah, Siegaui macht das richtig ergreifend. Genau, mit einem Arm nach dem anderen ein, aber Bartsch löst den Top-Arm. Sehr, sehr gute Defense. Frage ist, ob jetzt der eine Arm reicht. Wahrscheinlich nicht. Nee, reicht nicht. In der Regel nicht, nein. Greift er... Nee, ist noch unter. Bartsch rutscht langsam tiefer. Aber jetzt sieht es sehr, sehr eng aus. Und da ist der Tipp. Sieg durchs Abmischen der zweiten Runde. Adam Sigoury. Schönes Match. Sehr, sehr schönes Match. Sehr ausgeglichen. Ja, und dann haben wir unseren ersten Finalisten im Federgewicht der Herren. Zweite Runde ist erst ab Mischen, lass dich. Jeder Kampf bis jetzt. Ja, beide Sigourys sind ex ab Mischen. Einmal Triangle und einmal Armbar. Ja, da haben Sie... Da habe ich jetzt... Ich wiederhole mich. Ja, da haben Sie auf jeden Fall an Ihrem Ground Game gearbeitet. Und da haben die Gegner vielleicht auch was anderes erwartet. Haben Sie sich abgesprochen. Aber starke Leistung von Bartsch auch. Vom Min. zu der Urteilsverkündung. Der Sieger in der zweiten Runde nach 2 Minuten und 25 Sekunden. Wir haben eine Win-Aid-Show aus der Rotenäcke. Alan Sigoury. Wir erfolgen vielen Dank. Vielen Dank. Und es geht direkt weiter. Das nächste Match im Federgewicht. Andreas Razumny wird jetzt antreten gegen Berber einen Prüfer. Razumny hat auch im Viertelfinale durch Decision gewinnen können. Berber einen Prüfer hatte Glück, der hatte sozusagen eine Freilust, der kämpft jetzt zum ersten Mal. Manche sehen es als Glück an, manche Athleten wollen kämpfen, auch so viele Kämpfe wie es geht. Aber er hat jetzt natürlich auf jeden Fall einen konditionellen Vorteil, davon kann man ausgehen. Und das ist dann schon wieder das letzte Federgewichtsmatch für diese Runde und danach gehen wir über ins Leichtgewicht. So, Freunde, kommen wir nun zum Halbfinalkampf im Federgewicht. Ich rufe den Cage in die blaue Ecke für das erste 10-Jahr-Greis Traumort, Andreas Razumny. Und hier haben wir wieder Andreas Razumny. Eine sehr, sehr dominante Leistung gebracht im Viertelfinale. Sehr, sehr gut im Stand. Sehr dynamische Kicks. Ja, auch sehr schöne Counter-Strikes. Das war schon relativ beeindruckend. Und sehr, sehr gut darin, seine Reichweite auszuspielen. Ein großer Fan vom Tornado-Kick. Da ist er fürs Federgewicht auf jeden Fall ziemlich groß und schlagsig. Aber man hat ja gesehen im ersten Kampf, dass er sich auch am Boden relativ gut trotzdem wehren kann. Auch wahrscheinlich gegen kleinere Gegner, die dann ein bisschen massiver gebaut sind. Und genau das ist auch Bärwandprüfer, der tendenziell, ich würde mal sagen, halben Kopf mindestens kleiner ist. Ich habe noch geschaut, ob den Handschuhen alles in Ordnung ist. Keine Pferdesalbe drauf. Andreas Razumny. Sein Gegner in der Rote Decke für die Grand Gang MMA Karlsruhe. Werbung, Prüfbar. Und hier haben wir Bärwandprüfer. Tritt heute zum ersten Mal an. Das ist aber sein dritter Kampf. Hat bis jetzt zwei Niederlagen. Und natürlich hofft er, dem jetzt einen Sieg hinzufügen zu können. Genau. Kommt von der Grand Gang. Der Name ist Programm. Aber die 0-2, also die zwei Niederlagen, täuschen vielleicht auch ein bisschen. Einmal war es bei einer Game of Meisterschaft. Einmal bei NFC. Aber beides mal gegen sehr erfahrene, sehr starke Gegner. Das heißt, man muss jetzt nicht davon ausgehen, weil er 0-2 hat, dass er hier automatisch der Underdog ist. Der hat einfach gegen sehr starke Gegner bisher gekämpft. Und ja, wie schon gesagt, da ist ein deutlicher Größenunterschied. Und der war Prüfbar. Das ist also das Gegner in der letzten Runde. Tommy Förster zum Verhängnis geworden. Der konnte die Distanz nicht zumachen. Da probiert Prüfbar jetzt gleich den Arm zu kriegen. Und greift auch mit harten Schwingern an, wenn er in der Distanz ist. Der Name ist wirklich Programm. Genau. Ja, wieder. Die Mount, was oft schief geht und jetzt hier auch in der Halfguard erstmal wieder landet. Gut, aber direkt auf den Armlock zu gehen, trotz Halfguard. Oh, muss jetzt aufpassen mit dem Leglock. Da war er so in die letzte Runde schon gefährlich. Sieht jetzt aber relativ weit draußen aus. Das Knie ist schon draußen. Aber er kann natürlich auch genau wie beim Armbar den wieder reinziehen. Da He-Hooks nicht erlaubt sind, ist das Ganze auch etwas weniger riskant. Schönes Ground-and-Pound, aber die Beinattacken wird da nicht so richtig los gerade. Jetzt kommen auch die Abkicks dazu. Gut rauszuspinnen. Ja, mit den langen Beinen ist es natürlich auch relativ schwer, sich dann daraus zu befreien aus der Beinschere letztlich. Und jetzt geht er selbst auf den Ekellock. Jetzt sagt er, jetzt reicht es mir, jetzt gehe ich selber raus. So kann man es natürlich auch probieren zu lösen. Aber mit den langen Armen natürlich dann direktes Ground-and-Pound. Aber jetzt ist die Position erstmal neutralisiert. Jetzt wird er probieren. Oh, versucht ein X-Kick. Das ist riskant. Das darf nicht zum Kopf gehen. Sieht man auch selten, ja. Ich glaube nicht, dass er ihn hochlassen will. Nee. Das ist schon wieder aufs Bein. Und ist wieder in der Half-Guard, wenn ich es richtig sehe. Fast Full-Guard. Und eine Beine ist mit dem Nischschild drin. Es dürfte ihm vielleicht fast sogar lieber sein, weil dann die Leg-Lock-Gefahr ein bisschen geringer ist. Wobei dann der Triangle und Arm war. Aber prüfen wir nach wie vor mit echt harten Treffern von oben. Und schon wieder. Oh. Und da ist die erste Runde vorbei. Genau, wie immer eine starke erste Runde. Und besonders von Bär-Wahn. Hier hat er auf jeden Fall gut sich in die Distanz reingekämpft. Konnte es auf den Boden bringen. Einige harte Schläge landen. Die Leg-Locks waren nicht wirklich drin. Also das sollte eine 10-9-Runde für Bär-Wahn sein, würde ich jetzt mal behaupten. Das schätze ich auch, ja. Andererseits ist es auch immer so eine Sache, was wir hier als Kommentatoren reden oder meinen, zu sehen, ist was anderes, als was die Judges sehen. Und die sind hochkonzentriert und ausschließlich darauf fokussiert, die Aktion zu bewerten, während wir natürlich hier probieren, das Match für euch möglichst gut zu begleiten. Das heißt, unsere Einschätzung sehen wir natürlich a nicht und b können natürlich auch komplett falsch sein. Oh, da muss jemand schon noch mal gerichtet werden. Ja, hat er gerichtet. Also mir gleich wieder mit den Kicks. Und der war wieder... Oh, er setzt selbst zum Headkick an. Der war hart, obwohl er geblockt war. Und trotz Schiemann-Toner wird er auch spürbar gewesen sein. Und er hat sich sehr gut an den Käfig rangearbeitet, dass Rasumi nicht mehr ausweichen konnte. Und ja, schön geswitcht und hat ihn runterbekommen. Ja, da kann man wieder nur sagen, Styles makes fights. Ja. Im ersten Kampf zwei Standkämpfer, da war Rasumi klar überlegen. Und jetzt sehen wir hier, dass Prüfer halt auf den Boden geht und da tendenziell ein bisschen die Oberhand hat. Ja, aber in Gefahr. Und den Beinen besteht. Der Bein Gefahr ist immer da, ja, scheinbar. Aber bisher hat er das gut kontrolliert. Und er zieht aktuell auch noch nicht an. Wir sind jetzt eigentlich in der 50-50 mehr oder weniger. Ja, 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 ist schwieriger bei den Amateuren, definitiv. Ja, weiß ich auch nicht. Rasumi will vielleicht auch erst weepen und selber in die Top-Position kommen. Oder er weiß jetzt auch selber gerade nicht ganz genau, wo er hin will. Du bist vielleicht überlegen tatsächlich einfach, Distanz aufzubauen, sich wieder hinzustellen. Aber er will nicht. Ja, das wäre aber auf jeden Fall, was man Rasumi empfehlen könnte, ja. Also wieder in Stand zu kommen, probieren mit seinen Kicks zu arbeiten. Oh, da wäre ein schöner Treffer. Genau, mit seinen langen Armen hat er die schön gesetzt. Ja, zieht jetzt jeder ein, abwechselnd. Was man sehr selten sieht, prüfen wir eben mit einem Fersen-Kick in die Seite. Genau, das ist ja auch, wenn du es schon ansprichst, Hacken, Tritte, Zorniere, seit 2017 kein Foul mehr. Das heißt, die sind vollkommen legal. Oh, jetzt spinnt er rüber. Schön gemacht. Full Guard. Und der Armbar droht. Das Bein ist drüber, aber der Ellbogen ist ein bisschen tiefer. Aber das kann kommen. Aber Prüfer zieht raus. Aber Prüfer ist sehr kräftig und zieht explosiv raus. Schön gemacht. Aber die Runde ist wirklich, würde ich sagen, auf Messerschneide insgesamt. Obwohl jetzt vielleicht Rasumi mehr auf dem Boden war. Und wo ich es gerade sage, kommt der und könnte es vielleicht doch in die Richtung Prüfer umschwenken. Wir werden es sehen. Prüfer landet hier jetzt noch leichtes Ground and Pound. Und da können wir gespannt sein. Stark. Sehr stark. Sehr knapp. Mein Bauchgefühl sagt, dass Bevan Prüfer das in der Tasche hat. Aber vielleicht sehen wir noch eine Dritte. Ja, ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere auch ein Draw auf dem Zettel hat. Und dann entscheidet natürlich, wie viele Draw auf dem Funkzettel haben logischerweise. Ich wäre nicht traurig, wenn es viele sind. Das stimmt, das stimmt, ja. Auf jeden Fall unterhaltsam. So, jetzt warten wir gespannt hier, ob es noch eine Dritte Runde gibt. Jetzt wird nochmal der Schimein-Schoner gerichtet, dass er auch wirklich möglichst viel vom Bein abdeckt. Und wie zu erwarten scheint es ein relativ enges Ding zu sein, auch den Punktzetteln, weil es ein bisschen länger dauert als normalerweise. Aber wir haben eine Entscheidung. Der Sieger durch ein stimmelnd Punktentscheid und somit im Finale aus der Rote Decke, Werner Prüfer. Ja. Durchaus verdient. Aber ein enges Match. Zweite Runde definitiv eng. Die erste war seine. Aber die Punktrichter waren sich auch einig. Also von dem her starke Leistungen und sein erster Sieg als Amateur oder generell im MMA. Glückwunsch. Ja. Ja, stimmt. Jetzt den einen Sieg zu den zwei Niederlagen hinzugefügt. Wie ich vorhin gesagt habe, die 0-2 heißt eigentlich gar nichts. Ja. Besonders bei den Amateuren. So, der nächste Kampf ist ein Match-Fall und findet somit außerhalb der Turnierwertung statt. Ich rufe in den Cage. Für die blaue Ecke. Für die White Gang in der NL-Karlesburg. Kering, Neumann. Da muss man bei dem Präsidenten-Spring die Linken sehen, oder? Danke. Vielen Dank. Hier haben wir ein Matchfight, das ist außerhalb des Turniers, das heißt der Sieger aus diesem Kampf geht nicht weiter, sondern freut sich einfach über seinen Sieg. Und während Thomas Aldemir sich zum Käfig aufmacht, freue ich mich, Harry Werz wieder neben mir begrüßen zu dürfen. Und endlich zurück. Kleiner Ausflug an den Cage, auf die andere Seite und jetzt wieder hier. Ja, herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Ja, Fallback-Position genutzt, würde ich sagen. Sind mal wieder an den Boden gegangen, konnten es da entscheiden. Aber im nächsten Kampf wollen wir ein bisschen mehr im Stand zeigen mit Anna. Ja, mit Rolenz hat er sich aber auch eine sehr starke Gegnerin im Stand. Da war der Boden schon eine gute Wahl. Absolut und vor allen Dingen auch bei den langen Armen und so weiter. Genau. Da bietet sich natürlich einiges an. Und man muss auch dazu sagen, dass es doch relativ wild war noch am Anfang. Und ja, jetzt nach der langen Sparrings-Pause dann doch irgendwie ein bisschen zu viel Hektik aufgekommen ist, sodass dann halt wieder die Stärken rausgeholt wurden. Ja. Man kennt das. Und hier kommt jetzt Thomas Aldemir. Hat bereits zwei Siege im Amateur-MMA. Thomas Aldemir. H2 Runde 1. Rechte gerade und gleich. Die Distanz verkürzt. Sind 3x3 Minuten von vorne rein gesetzt. Neumann bleibt dran. Da hakelt er gut das Bein weg. Die Beine da zusammenzukriegen mit Armkraft wäre auch wirklich sehr schwer geworden. Ein Takedown Stück für Stück. Neumann hat gerade versucht, die Hand von Aldemir mit dem Schienbein zu trappen. Aldemir versucht, ihn weiterhin eng dran zu halten. Auch unangenehm, wie Neumann die Faust ab und zu unter die Wirbelsäule legt und Druck von oben macht. Das sind so die kleinen Kniffe zwischendurch, die dann auch nerven den Gegner einfach. Jetzt probiert er zu separieren, aufpassen wegen Ellenbogen. Ja. Ja. Das ist die Verwarnung. Aber ich glaube, er war gar nicht dran. Aber es kann aus der Perspektive für den Kampfrichter so ausgesehen haben. Aua. Da gab es nur was auf die Finger. Nur eine Verwarnung. Und jetzt natürlich dann nicht ganz da gewesen irgendwie und die Position verloren. Und jetzt für Aldemir. Schwierig auseinanderzuhalten, ne? Blaues T-Shirt, rote Ecke. Und wiederum rote Hose. Schöner Reversal. Ja, super. 40 Sekunden noch auf der Uhr. Zweites Halbfinale Federerwicht der Herren. Geht jedenfalls da, aber wir sind ja hier in einem Matchfight. Da müssen wir uns immer auch selber dran erinnern. Die beiden haben heute ihren letzten Auftritt. Ja. Aber es geht ja auch darum, Erfahrung zu sammeln. Und es gibt immer genug Kämpfer, die für solche Matchfights offen sind. Aldemir versucht, ihn schon wieder zum Sweep anzusetzen. Die Pause ist nicht gelungen. Zehn Sekunden noch, dann beginnt die Pause. Start, erste Runde. Beide Handling. In der Runde ist noch nicht so viel passiert, aber es war ganz klare Dominanz für Thomas Aldemir. Hat sich den Takedown geholt. Die meiste Zeit die Top-Control behalten. Kann man so sagen? Gerade noch gekämpft. Jetzt schon wieder als Coach im Einsatz. Sehr gut. Wer war ein Prüfer? Der war ein Prüfer. Zeit ist rum. Es geht in die zweite Runde. Auf geht's in die zweite Runde. Neumann arbeitet viel mit Fans. Guckt erst mal. Aldemir hat gesagt, okay, vorwärts. Da schon wieder. Ja. Wenn man die Arme etwas tiefer, dafür immer mit Kopfbewegung. Aber Aldemir probiert das auszunutzen. Kommt öfter mal mit den Mavashigeris von außen. Den High-Kicks. Versucht es wieder, aber diesmal. Und geschafft. Sehr gute Aktion. Ja. Eigentlich letzte Runde. Erst mal in den Käfig gebracht. Effizienz. Genau. Und er macht es auch genau richtig, dass er ihn jetzt nicht in Richtung des Käfig dreht. Dreht. Gibt ihm nicht die Chance, sich aufzurichten und hochzukommen. Dann käfig. Jetzt der Griff um den Kopf. Er singt den eigenen Arm auf dem Rücken. Da machen wir uns der Griff leider nicht viel wert. Ja. 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 Jetzt schön den Arm fixiert auf links. Und jetzt ist alles offen gerade. Jetzt hat er es geschafft, sich wieder zurückzuarbeiten, um etwas mehr Schutz zu haben. Aber all dem Stop-Control bleibt trotzdem bestehen. Denn er ist sehr, sehr gut. Er macht wirklich sehr gut Druck. Ja. Jetzt in der Halfgard wäre die Gettine sogar ein potenzieller Gefahr. Man sieht auch gut, wie er immer mit dem Kopf arbeitet. Immer Druck auf den Kopf. Und Kerim Neumann bringt. Ein paar Reden miteinander. Jetzt werden ein paar Worte rausgetaucht. Ich würde leider nicht ganz verstehen, was sie gesagt haben. Und da ist es vorbei. Zweite Runde vorbei. Wir sind gespannt. Zweite Runde. Aber sehr viel Kontrolle von Thomas Aldimir. Ja, zweite wie erste Runde. Ich denke, das dürfte in einer Decision für Thomas Aldimir enden. Ich denke, das dürfte in einer Decision für Thomas Aldir. Scheinbar geht es doch noch in der dritten Runde. Das sehen wir wieder mal. Schlau von der Seite reden können viele. Aber das letzte Wort haben die Judges. Auf Runde drei. Für die dritte und letzte Runde. Göttingen, seid ihr noch klar? Etwas zu weit vorne getroffen mit dem Fuß. Sollte keine große Wirkung gehabt haben. Oben angetäuscht, unten rein. Sieht da leider ein kleines bisschen mit Distanz verschätzt. Aber hast du mir schön gemacht. Von Neumann bisher noch zu wenig in dieser Runde. Er hat taktiert viel, aber hier geht es jetzt halt um alles in der letzten dritten Runde. Versucht ihn zu stellen. Wieder der Kick. Nochmal der Kick. Und auf den Punkt zetteln wird Aldimir jetzt vorne liegen zu dem Zeitpunkt. von Neumann muss jetzt was kommen. Bis jetzt noch keine Aktion. Nee. Jetzt langsam Japs höchstens zum Distanz abschätzen. Fakt ist aber auch, dass Aldimir eben auf jeden Fall Zeit zum Regenerieren gibt. Ja. Vielleicht sehen wir noch einen Finish hinten raus. Oh. Der geht diesmal auf die Wade. Oh, und ja. Er wechselt die Auslage auch. Ah. Da hätte er warten müssen, bis das linke Bein wieder vorne ist. Ich finde, war super. Es war super vorbereitet, der Mawashi. Aber damit hat er wahrscheinlich auch gerechnet, weil das Bein schon hinten stand. Schön angetäuscht, die Gerade und dann von außen rein. Nutzt auch den Käfig ab und geht wieder auf den Takedown. Das sieht so aus, als wenn Neumann hier einfach nur durchkommen möchte. Es werden wieder Worte gewechselt. Versuch mal hinzu, ja. 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 Da kann ich nichts verstehen. Ich auch nicht. Das ist ein sehr inniges Gespräch gerade. Da kann ich nichts sagen. Wie ist das? Da ist da noch Luft ? T-Shirt, aber rote Ecke. Ja, da kam auf jeden Fall zu wenig in der letzten Runde. Eigentlich fast keine signifikante Aktion. Drei Minuten lang. Er hatte zwischendurch mal ihn am Käfig auch. Gute Position, um zumindest zu shooten oder ein bisschen Druck zu machen. Aber leider kann ich. Er hat allerdings auch schon in Runde zwei die Logik gefressen. Es kann auch einfach sein, dass dementsprechend das Bein schon vorgeschädigt war. Der Sieger durch einstimmigen Punkt entscheidet. Aus der rote Ecke, Thomas Aldemir. So, Matchweight-Kampf. Thomas Aldemir setzt sich durch. Und jetzt können wir im Turnier weitermachen. So, und wir werden jetzt weitermachen. Wir werden im Lightweight der Herren. Das erste Halbfinale muss leider ausfallen. Dort kommt weiter Marcel Weber-Tujak-Baev. Aufgrund, weil sein Gegner den Medical-Check nicht bestanden hat. Die Sicherheit der Athleten ist natürlich von aller oberster Priorität. Vor allen Dingen im Amateursport. Und deswegen wird dieser Kampf leider ausfallen. Und Marcel Weber-Tujak-Baev ins Finale weiterkommen. Der nächste Kampf wird dann von Enes Taki und Tommy Tran bestritten werden. Ich bin gespannt. Enes Taki kommt ja in der letzten Runde durch das Admission für sich entscheiden. Tommy Tran durch TKO. Beide sehr frühzeitig, glaube ich. Erste Runde. Tommy Tran ins Turnier gegangen mit einem Sieg und einem No-Contest. Hat natürlich durch den Sieg im Viertelfinale seine Kampfbilanz verbessert auf 2, 0 und 1. Enes Taki konnte bei seinem Debüt überzeugen in der ersten Runde. Wie eben schon von Felix gesagt, das den Finish ansetzen und durchsetzen vor allen Dingen auch. Steht jetzt bei einem Sieg. Null Niederlagen, null No-Contests. So, kommen wir zum Halbfinale-Kampf mit einem Leichtgewicht für 70,3 Kilogramm. Ich rufe den Cage in die blaue Ecke für die Defense-Group. Und dann wird dann nach dem Check in den Käfig gehen. Und kämpft jetzt ums Finale. Und dann wird dann nach dem Check in den Käfig gehen und kämpft jetzt ums Finale. in den Finaleinzug bei der Mitteldeutschen Meisterschaft der German Mixed Martial Arts Federation. Herr Neumann, unserer Reflewie für dieses Halbfinale. Hannes Tagi in der blauen Ecke. Sein Gegner für das Joke-Team Berlin, Tommy Strack. Wir haben die schon angemerkt. Taki konnte sehr schnell den letzten Kampf für sich entscheiden und sieht auch noch frisch aus. Keine Blessuren. Topfit aus. In dem Kampf wird er jetzt zeigen müssen, was er wirklich drauf hat. Das war sehr souverän in der ersten Runde. Sehr viele verschiedene Konter angebracht. Und dann der Finish aus dem Spinning Back Kick, Head Kick und dann nochmal eine Hammerfest hinterher. Er hatte auch einen sehr unorthodox kämpfenden Gegner, glaube ich. Ja. Kann auch schwierig sein. Kann einen überraschen. Ist gut geblieben, sich durchgesetzt. Und steht jetzt verdientermaßen im Halbfinale. Und wir wollen jetzt den Gegner für das Finale von Marcel Weber-Tujakbaev ermitteln. Wir sind gespannt. Gleich geht's los. Es sieht so aus, als wenn doch noch einige Dinge zu beanstanden waren in dem Moment. Da wurde sicher noch vielleicht ein bisschen Tape befestigt oder ein Fußnagel geschnitten. Ob der jetzt so schnell nachgewachsen ist? Die letzten Instruktionen von Philipp Neumann. Und es geht endlich los. Links, rechts, gleich von Tran. Ja, in der Rückwärtsbewegung. Die letzte Mal sehr souverän. Die Arme oben. Und eine gute Rechte da von Taki. Ja, Tran ist richtig zu Boden. Die Stimme ist reingegangen. Tran kriegt sofort zwei Underhooks. Und bringt ihn mit dem schönen Kosoto Garke zu Boden. Taki hält ihn jetzt eng dran. Verändert dadurch die Schläge. Aber jetzt kommt die Separation. Ja, aber Tran macht sehr viel Druck mit den Schultern. Man hat eine breite Base. Tran könnte jetzt vielleicht mal die Hand auf den Mund legen oder so. Irgendwas zwischen die Köpfe kriegen. Der Vorteil ist, dass er so breit steht und so viel Druck nach vorne macht, dass er sehr schwer gesweetet werden kann. Aber er kann sich natürlich auch schwieriger aufrichten und anfangen zuzuschlagen. Ja, jetzt hat er die Hand dahin gemacht. Schönen Druck auf den Nacken. Jetzt kann er sich aufrichten. Und es geht gleich wieder hoch. Aber ich glaube noch nicht mal, dass Tran damit unzufrieden ist. Die Position hier wieder zu wechseln. Die ersten zwei, drei Treffer sollten die Mut gegeben haben für den Stand. Aber Taki scheut auch nicht die Exchanges. Nö. Ist dabei jetzt ein bisschen hektischer und stürmischer. Wirbelt mir ein bisschen zu viel rum. Ein bisschen mehr Gradlinigkeit in seinen Schlägen wäre schön. Schön zum Körper gegangen. Und auch gute Maltbewegungen von Tran. Sehr gut ausgewichen. Tran immer in Bewegung. Die Arme jetzt mittlerweile ganz weit unten. Schöne Doppel-Jab-Kombination oben unten. Sehr gut gemacht. Oh, die wird ja recht nachgesetzt. Wieder Taki setzt halt nach. Ist aber etwas zu stürmisch. Oh, der hat gut gesessen. Ja. Oh. Wieder zum Körper, er streut das ganz gut. Taki geht beinahe mit Hammerfist nach vorne. Ja, das ist sehr unorthodox. Tran lässt aber auch nicht atmen und eine Haselrechte. Leicht hinters Ohr. Aber Taki ist noch dabei. Ja. Und Tran merkt, er hat hier deutlich Oberwasser, deutliche Vorteile im Stand. Deswegen lässt er ihn aufstehen. Aber Runde vorbei. Super Runde für Tran. Tran. Taki muss sich wirklich was einfallen lassen. Mal sehen, was die Coaches ihm sagen. Das ist eine Runde zweier von Tran. Aber auch technisch leider doch. Ich denke, das können sie jetzt nicht unbedingt abstellen in der Zeit. Ist ja auch ganz schön angeschlagen, wie er sich da auf den Stuhl fallen lässt. Unabhängig von der Technik vielleicht eine Sache, die Taki anvisieren könnte, wäre der Körper von Tran. Da ist Tran bewusst schon die Arme unten lässt und den Kopf freilässt. Das heißt, er rechnet mit Treffern zum Kopf und dann zum Körper zu gehen. Könnte ihm ein bisschen die Luft rausnehmen. Stimmt. Aber das ist alles hätte, hätte, könnte, könnte. Ja, aber Tran eben auch immer sehr gut, overcommitted einfach nicht in die Aktion. Und ist halt super schnell auch wieder im Rückwärtsgang, wenn Druck von vorne kommt. Also wird schon schwer, da einen Takedown auch zu landen, muss ich sagen. Auch im ersten Kampf von Tran hat er wirklich eine gute Takedown-Defense gehabt. Da lässt die blaue Ecke sich zu viel Zeit, die müssen schnell raus. Okay, scheint so, dass er nicht weitermachen kann. Eben habe ich ein Abwinkzeichen gesehen, scheint irgendwie verletzt zu sein. Oh ja. Es scheint so, als wenn der Fuß in Mitleidenschaft gezogen ist. Wir können das nicht deutlich sehen. Er zeigt auf jeden Fall Bein und Fuß. Er scheint nicht richtig auftreten und abrollen zu können. Hast du einen harten Kick gesehen mit links? Nicht wirklich, nein. Auch keine Storm-Kicks? Ich frage mich, ob er eben umgeknickt ist, als er die Rechte bekommen hat. Ja. Kampf wird abgebrochen. Kampf wird abgebrochen. Tommi Tran im Finale gegen Marcel Weber-Tujak-Baev. Durch Verletzungen. Dr. Stoppage. Oder Aufgabe. Das werden wir jetzt noch sehen. Natürlich, im MMA ist immer alles möglich. Aber man muss eben auch festhalten, die erste Runde war deutlich. Okay, ich höre gerade Medical Stoppage. Dr. Stoppage. Da wird jetzt auch gekühlt. Ich könnte vielleicht den Schienbein schon noch aufschneiden. Ich weiß gar nicht, ob da was durchkommt in der Kälte. Runterziehen bei einem Bruch könnte unangenehm werden wahrscheinlich. So, jetzt brauchen wir natürlich ein bisschen Zeit. Die Refs besprechen sich auch nochmal. Ich denke, es geht darum, ob es jetzt wirklich ein Dr. Stoppage ist oder eine Aufgabe. Der Sieger, der TKO, Dr. Stoppage. Und Jobteam Berlin, Tommi Tran im Finale. Trotzdem eine gute Leistung. Ja. Sehr, sehr gut durchgesetzt. Es ist immer ärgerlich, wenn ein Kampf so zu Ende gehen muss. Aber nicht so trotzdem. Schöne Leistung von Tommi Tran. Der ist verdient im Finale. Absolut. Ja, und es wird auch ein interessantes Match werden. Weil wir haben ja bei Marcel Weber-Tujak-Baev gesehen, dass er schon jemand ist, der gerne rangeht. Der gerne Druck ausübt auf seine Gegner. Und das wird auf jeden Fall eine Herausforderung für Tommi Tran im Finale da, die richtigen Kniffe zu finden. Während der Kämpfer aus der blauen Ecke aus dem Käfig gestützt wird. Wir wünschen natürlich gute Besserung für Ines Taki. Aber damit gehen wir nun direkt über ins Weltergewicht. Und auch hier entfällt der erste Kampf des Halbfinales. Lukas Meier wutscht automatisch ins Finale, da auch sein Gegner den Medical Check nicht bestanden hat. Das bedeutet als nächstes kommen Joscha Gantat und Emin Hagemann. Ja, Lukas Meier hatte sich im Viertelfinale durchgesetzt gegen Mick Dragusha. Das war sicherlich der Kampf, der die meiste Aufmerksamkeit außerhalb der eigentlichen Kampfzeit bekommen hat. Leider aus den ganz falschen Gründen. Genau. Und wie ich vorhin schon gesagt hatte, es wird jetzt so verfahren in der ganzen Geschichte, dass der Kämpfer auf unbestimmte Zeit gesperrt wird. Und dann wird es vom Gemach-Komitee eine Entscheidung geben, wie lange. Und die Frage ist auch, ob er überhaupt jemals wieder für die Gemach kämpfen darf. Also es steht alles im Raum. Denn so ein Verhalten kann einfach nicht geduldet werden und trägt auch nicht zur Verbesserung des Images des MMA-Sports bei. Und steht natürlich im eindeutigen Kontrast zu dem, was wir bisher in allen Kämpfen gesehen haben, nämlich Fairness. Und absolut kollegiales Verhalten vor, während und nach der Kämpfe. Also, ja, das war leider ein Fehltritt. Aber ich glaube auch, dass es, ja, es wirkte auf mich so, als wenn eine Person doch mit sich auch etwas mehr auszumachen hat. Ja, genau. Und das ist wortübergreifend. Das kann leider immer wieder passieren. Und das ist die blaue Hände für das Exit Asia Freiburg, Joshua Gantert. Ja, hier haben wir auch in der Vorrunde im Viertelfinale einen schönen Takedown gesehen. Dann hat er sich die Full-Mount erkämpft und dann mit Ground-and-Pound den Kampf entschieden. Schönes TKO von Joshua Gantert. Es sollte ihm Selbstvertrauen geben. Das auf jeden Fall. Und das beim Debüt. Also, keine schlechte Leistung. Gute Vorbereitung. Ja, und mit Emin Hagemann, der gleich nach ihm einwandt, kommt hier jemand rein, der in das Halbfinale einfach reingerutscht ist quasi. Im Halbfinale. Ich weiß, der ist noch frisch, aber auch Joshua Gantert ist noch sehr ausgerutscht. Großen Applaus für Emin Hagemann. Die Fanbase ist auf jeden Fall da. Und Emin Hagemann... Vielleicht auch nur die Lautstärke. Aber Emin Hagemann gibt hier auch sein MMA-Debüt. Jür hat allerdings schon einen Sieg im K1, so zuweisen. Eben noch kurz die Info bekommen, scheint so, als wenn der Fuß gebrochen ist bei der Füße. Verletzung vorhin. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf den nächsten Kampf. Welter Gewicht. Halbfinale. Gantert macht direkt wie letztes Mal auch die Distanz zu. Aber Hagemann geht jetzt auf den Double Leg. Verteidigt sich gut. Hatte schon den... Einbein war schon eigentlich da. Jetzt sind die Arme zusammen. Der Kopf ist zwischen den Beinen getrappt. Aber... Vielleicht kann er sich nochmal aufrichten, wenn jetzt ein bisschen Platz... Der Kopf ist nämlich immer noch gefangen. Ja, schafft er. Sehr gut. Schön von Hagemann trotzdem. Gut weggezogen. Natürlich ein schlechter Winkel jetzt, um da wirklich Kraft zu entwickeln. Wenn der Kopf so eingeklemmt ist da vorne. Aber er würde gut daran tun, jetzt vielleicht die Hüfte noch etwas wegzuziehen vom Käfig. Aber da kommt auch der Hinweis... Muss mehr getan werden. Ja. Das geht auch als Hinweis. Wenn zu lange Inaktivität besteht, hat der Referee das Recht, die Kämpfer wieder hinzustellen. Und jetzt gelingt Ganter der Sechdown. Schön das linke Bein kontrolliert von Gantert. Wie auch letzte Runde, ist er wieder in der Mount und beginnt mit Ground and Pound. Ja. Schiebt immer wieder energisch den Kopf weg, das macht er super. Landet die Treffer dann. Oder landen die Hammerfists. Das könnte genauso ausgehen wie letzte Runde. Er dreht sich weg, aber so richtig auf den Bauch hat er sich nicht gedreht. Oh yes, Ground and Pound geht weiter. Noch versucht er die Basis zu stören. Und das war's. Schwarzmann geht dazwischen. 30 Sekunden vor Ende der ersten Runde. Sieg durch TKO für Jascha Gantat. Genau wie der erste Kampf wieder. Take-down, Mount, Ground and Pound. Gut da rein. So, und jetzt haben wir natürlich einen Sieger. Und können mal aufs Leaderboard, äh nicht aufs Leaderboard, sondern auf den Turnierbaum gucken. Und sehen da, dass Joshua Gantat jetzt gegen Lukas Mayer im Finale steht. Werte Gewicht. Kommen wir nun zur Entscheidung. Der Sieger via TKO in der ersten Runde nach 2 Minuten und 25 Sekunden. Aus der Blaudecke, Jascha Gantat. Sehr verdient. Überzeugend. Herzlich willkommen im Finale. Und wenn er dann auf Lukas Mayer trifft, trifft er auf einen Striker. Er schafft sich dort wieder so festzubeißen. Hat er gut gemacht. Kann er aber wirklich aufs Finale zu steuern. Wer ist im Finale? Ja, auf den Sieg im Finale zu steuern. Und wir haben ja jetzt auch noch nicht wirklich viel gesehen von seinem Gegner, von Lukas Mayer. Der Kampf war ja auch relativ schnell vorbei. Sehr überlegen. Und eben so überlegen, dass man nicht genau sagen kann, wo sind jetzt die Stärken, wo sind die Schwächen. Und das wird spannend auf jeden Fall. 3x3 Minuten haben sehr dann Zeit. Im Gegensatz jetzt zu den Vorkämpfen. 2x3 Minuten mit der Option auf die dritte Runde bei Gleichstand. Jetzt aber dann wirklich 3x3 Minuten und no excuses. Jetzt werden hier nochmal die letzten Schweißperlen und Schweißpfützen aus dem Käfig entfernt. Der muss natürlich immer super clean sein. Das ist klar. Und für den nächsten kann vorbereitet sein. Und bis jetzt ist es zum Glück auch wirklich nur Schweiß. Glücklicherweise sehr wenig Blut bis jetzt. Genau. Vielleicht ein, zwei ganz kleine Katze. Oder meine. Ja. Eine angeditschte Nase. Ja. Aber das war es dann wirklich. Und ja, da im Amateur-MMA ja die No-Bone-on-Bone-Contact-Rule herrscht, also kein Ende umgeschlagen werden dürfen zum Beispiel, haben wir natürlich auch nicht so viele Katze wie im Prozess. Ich rufe als erstes in den Cage, in die blaue Ecke, für das Southport Channel 90, Tobias Schröter. Und hier haben wir Tobias Schröter. Hat auch sehr souverän letzte Runde für sich entscheiden durch TKO. Gegen Lukas Bögelholz. Und jetzt gegen Alex Friesen, der sich gegen Onur Öztürk im Viertelfinale durchsetzen konnte. Genau, durch Submission. South Paging. Ist das richtig? Oder South Paul? Nee, aber das steht auch South Bay. Okay. Tobias Schröter, mein Gladiator. Tobias Schröter dreht nochmal seine Runde. Sein Gegner, ich rufe hier in Rote Ecke für das Lied Jim Hannover. Einen großen Applaus für Alex Friesen. Lärmtechnisch definitiv ein Vorteil für Alex Friesen. Wirkung gleich auf Referee dieser Begegnung. Alex Friesen auch unbeschadet durch die erste Runde gekommen, wie du gesagt hast Felix, super souverän weiter. Mal sehen, ob er mit seiner langen Reichweite, seiner großen Reichweite Schröter auf Abstand halten kann. Er hat allerdings auch einen sehr relaxten Eindruck gemacht. Und definitiv mehr Reichweite hat als Friesens vorige Gegner. Ja. Das wirkt jetzt doch deutlich ausgeglichener. Und wie es wirkt und wie es dann letzten Endes ist, kann ja auch manchmal dann immer noch ein Unterschied sein. Also, mal sehen, wie es sich auswirkt. Alex Friesen. So, jetzt sind wir endlich komplett im Cage. Es kann wieder losgehen. Wer wird der erste Finalteilegeber sein im Mittelgewicht? Finden wir es jetzt heraus. Jan Schwarzrock hat es gesagt. Erstes Halbfinale. Schöne linke für Schröter. Gleich mal eine Duftmarke gesetzt. Harte Lowkick zum Auftakt. Befriesen. Oh, sehr, sehr schöner Sweep. Aber, da gibt er den Rücken. Etwas zu viel Elan. Da wollte er zu viel. Da hätte er mehr draus machen können, ja. Ja, aber es passiert. Man landet eine schöne Aktion, freut sich drüber. Hups, und der andere hat die Sekunde schon genutzt. Ja. Sehr ärgerlich in dem Fall. Und Schröter macht einen ziemlich stabilen Eindruck dann der Side Control. Hat jetzt verschiedene Optionen. gedrehte Hebel. Kann auch in die Full-Mount gehen. Ich glaube, das bereitet er auch gerade vor. Neon Belly. Vielleicht geht er auf die Ground & Pound. Lässt ihn aber jetzt Luft. Aber nicht zu viel. Geht die Gefahr der Up-Kicks ein, da er natürlich nicht grounded ist gerade. Aufpassen. Ja, genau da. Das ist immer wieder gefährlich. Immer wieder gefährlich. Schön abgetaucht. Der ging schwer zum Körper, da muss er kurz mal ausatmen. Da muss er aufpassen, mit beiden Arm zu No-Kicks zu gehen. Er wurde halt zum Ausatmen gezwungen, kann man eher sagen. Ja. 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 Wenn er in der Linksbewegung da den Mabashi von der Seite tritt, dann wird es schwierig, da wirklich Wirkung zu entfalten. Jetzt ist er viel Druck von Schröter. Schöner Jab. Schröters Jabs sind sehr, sehr schnell und akkurat. Er hat die Faust auch relativ weit vorne, wenn er in der Normalauslage steht. Man kann blitzschnell im Gesicht des Gegners sein. Der war etwas tief, aber keine Wirkung. Also geht es weiter. Aber die gefolgte Rechte, die wird Friesen gemerkt haben und wir sind schon wieder am Boden. Gute Positionierung. Gute Positionierung. Schaut dann noch einen guten Eindruck. Da holt Friesentief Luft. Oh, Schröter mit Knie zum Körper. Und Friesen gibt Knie zum Körper aus der Rückenlage, das sieht man sehr selten. Stadion erste Runde in diesem ersten Halbgenalkampf. Im bisschen Gewicht bis 83,9 Kilogramm. Und während die Kämpfer in der Pause sind, auch nochmal kurze Kommunikation zwischen unserem Ref und Head Ref Gerd Richter. Auch da natürlich immer wieder Optimierungsbedarf und Optimierungswillen auf allen Seiten. Also auch, genauso wie bei den Kämpfern, Coaching für die Refs auch sehr, sehr wichtig. Ja, ein guter Stichwort genau wie für die Kämpfer. Es ist ein Job, in dem man eigentlich nie auslernt. Absolut. Und die Drucksituation ist auch sehr, sehr hoch. Du bist für die Verantwortung, äh, für die, für die Verletzungen und die Gesundheit der Kämpfer natürlich verantwortlich. Du musst sie schützen. Du musst natürlich auch... Es ist wieder, es sind wieder zu viele Leute im Cage. Und jetzt sind wir clear. Jetzt kann es losgehen. Ready? Ready? Go! Auf geht's in die zweite Runde! Jetzt will wir Friesen zum Tag da noch ansetzen. Friesen braucht da etwas mehr Geduld, auch ein bisschen enger halten. Aber jetzt ist er am Rücken. Ja. Sollte dann einen schönen Harai Goschi ansetzen. Aber der Kopf ist natürlich in der zweiten Runde auch schon glipschig. Ist abgerutscht. Da muss ich auch passen, da ist ja die Gefahr des Legglocks. Viel Gewicht auf dem Bein jetzt. Legglocke fast da, jawoll, aber... Huch! Abkicks von Schröter. Kontrolliert jetzt die Fersen. Oh! Der war zum Körper, glaube ich, oder? Ja, muss zum Körper. Kannst du ihn leider nicht ganz genau sehen, aber... Egal wo er gelandet ist, er ist hart gelandet. Der hat gesessen, der Abweg. Und? Aber gleich den Rücken genommen. Schröter konnte immerhin aufstehen. Jetzt aber mit einem sehr langsamen Tanjo Joshi zu Boden. Leider... Etwas zu langsam dadurch konnte. Und nicht gut ausgeführt. Nicht das zweite Bein blockiert. Deswegen kurze Drehung, Schröter in der Gart. Und jetzt auch gleich wieder ein Full-Mount. Höchstwahrscheinlich. Geht erstmal über die Seite. Aber wir wissen, wo Schröter hin will. Das hat er eben schon gezeigt. Er möchte die absolut dominanteste Position im MMA. In der neuen Position. Zeigt jetzt aber auch aus der Seite noch. Ellenbügenschläge leider verboten. Auch zum Körper. Deswegen die kurze Ermahnung vom Ref. Von Schröter. Jetzt ist... Schöne Kniestöße. Die haben zwei richtig schön tief drin gesessen. Also Friesen ist hier doch zunehmend unter Druck. Hat doch nur noch 10 Sekunden. Und jetzt noch mal ein kleines Feuerwerk. Das war... Ich würde sagen... Insgesamt eine sehr dominante Leistung von Tobias Schröter. Aber... Warten wir erstmal ab, was die Judges sagen. Besser ist es. Wir sollten uns nicht zu sehr festlegen. Aber... Ich glaube, du hast recht. Also... Super zweite Runde. Super zweite Runde von Schröter. Und auch in der ersten. Der dominante Mann. Der dominante Mann. Der dominante Mann. Friesen wird auch gekühlt. Auf dem Kopf. Sicher ist sicher. Wir haben eine Entscheidung. Also es geht nicht in die dritte Runde. Wir haben einen Sieger. Wer es sein wird, wird jetzt in Kürze bekannt gegeben. Der Sieger. Und somit im Finalkampf des Mittelgewichts. Durch mehrstimmigen Punktentscheid. Aus der blauen Ecke Tobias Schröter. Herzlich willkommen im Sieger. Ja. Tobias Schröter kämpft sich durch. Zwei Siege in diesem Turnier. Jetzt der dritte Kampf dann im Finale. Um den Titel des Mitteldeutschen Meisters. Im Mittelgewicht. So. Und wir gehen jetzt in den zweiten Halbfinalkampf. Im Mittelgewicht. David Pijacek. Pijacek. Schwierig. Und Maximilian Winkler. Das ist einfach. Und wir suchen den Gegner von Schröter. Der sich gerade durchsetzen konnte. Eindrucksvoll. Im Halbfinale. Gegen Alex Friesen. David Pijacek. Letzte Runde gewonnen. Big Submission. Maximilian Winkler hatte Glück. Der ist einfach weitergekommen. Der kämpft jetzt heute zum ersten Mal. hatte Glück in Anführungszeichen. Ich bin mir da immer nicht so sicher, ob das wirklich super ist, das Freilust zu haben. Also vor allen Dingen, wenn es dann schnell geht, wie in vielen Fällen heute. Dass man dann einmal schon mal drin stand, einmal schon mal das Feeling hatte. Und gerade bei den niedrigen Kampfrekorden, da macht das natürlich schon einen Unterschied. Ja, aber wir sind gespannt und warten auf die Kämpfer. Bis jetzt sehe ich noch einen. Ja. So. So, den ersten Finalteilnehmer haben wir gerade ermittelt. Aber für das Tänzchen im Finale brauchen wir zwei. Kommen wir nun zum zweiten Halbfinale-Kampf im Mittelgewicht bis 83,9 Kilogramm. Begrüßen Sie mit mir in der blauen Ecke für die Panterei Aachen, David Piacen. Und da ist er wieder, David Piacen. Von der Panterei Aachen. Und dann? Okay. Der fokussiert fast emotionslos seinen Blick. David Piazze. Da ist er. Sein Gegner in der Rote Ecke für das Impact-Team Stuttgart, Maximilian Winkler. Und auch wenn Maximilian Winkler heute zum ersten Mal kämpft, hat er schon einen Kampf vorher bestritten, den auch gewonnen. Also geht er jetzt in sein zweites Amateur-MMA-Match. Dies ist übrigens unser letzter Halbfinalkampf, meine Damen und Herren. Danach gibt es nach einer kurzen Pause direkt in die heiß erwarteten Finalkämpfe des heutigen Tages. Ja, wie Sie gerade schon gehört haben, hiernach gibt es nochmal eine ganz kurze Pause und dann geht es ins Finale. Macht einen sehr entspannten Eindruck, Maximilian Winkler, Impact-Team Stuttgart. Maximilian Winkler. Andreas Raspray, Referee dieses Halbfinalkhams. Maximilian Winkler ist sehr groß gewachsen. Kage 2, Runde 1. Ja, dürfte er auf jeden Fall reichweilen Vorteile, aber nicht allzu viel. Sehr gut vorbereitet, der Low-Kick. Schöner Double-Lag, oben angetäuscht, unten reingegangen. Schöner Double-Lag, oben angetäuscht, unten reingegangen. Czacek mit Bizeps-Kontrolle durch die Arme zu kontrollieren. Du schaffst jetzt nicht aufzurichten, aber wintelt sie den gleichen wieder runter. Bei der Athleten noch sehr trocken, kaum Schweiß auf der Haut. Einerseits besser zu kontrollieren für die dominante Position, aber natürlich auch nicht so leicht rauszukommen und rauszurutschen für Winkler. Körperkopf schön kombiniert wieder, hat funktioniert. Es sind noch relativ wenig Aktionen. Jetzt ist schon die Hälfte der Kampfzeit vorbei, eventuell die beiden den Stand zurückzuholen. Ja, wobei so kurze Schläge wie eben von Czacek häufig schon reichen, um Inaktivität vorzubeugen. Ja, ist auch ein bisschen Auslegungssache. Jetzt sind wir schon in der letzten Minute. Bis jetzt ist außer dem Takedown relativ wenig passiert. Die Winkler jetzt versuchen, auf den Armbar zu gehen. Ja, das ist ja auch ein bisschen Auslegungssache. Ja, das ist ja auch ein bisschen Auslegungssache. Ja, das ist ja auch ein bisschen Auslegungssache. Der Treffer war jetzt besitzt, da noch rumzukommen, aber Pichacek zieht ihn sofort wieder in die Garde. Pichacek wird angewiesen, von seiner Corner den Kampf mehr in die Mitte des Cages zu verlagern. Jetzt hat er Platz, jetzt kann er auch mal im Wirkungstocher landen, aber da ist die Runde schon wieder vorbei. Aber man muss sagen, er hat Winkler dadurch eben auch kaum eine Chance gegeben zu punkten. Er hat den Takedown gescored und am Ende am Boden dominant und mehr gemacht. Winkler hatte zu Anfang eine schöne Kombination mit einem Low Kick. Das sollte gerade noch genug sein von der 10-9, aber die Runde hat auf jeden Fall verloren. Aber dass jetzt so inflationär mit 10-8 Runden rumgeworfen wird, finde ich schon ein bisschen schade, jetzt auch im Profibereich muss ich sagen. Aber ja, du hast vollkommen recht, also 10-9, das sollte der Score sein hier. 10 Sekunden, Seconds out, alle müssen den Cage jetzt verlassen. Diesmal klappt das hervorragend. Und jetzt geht's in die zweite Runde in diesem Mittelgewichtskampf. Das war das Halbfinale der Herren. Die Tiefel, ein Low Kick, ist gefährlich, aber Pichaschek geht sofort wieder rein. Versucht auszuheben. Und wir sind wieder in der Guard-Position in der ersten Runde. Wieder sucht Pichacek den Takedown. Davor hat er den Haken gut erspäht, gut gesehen und ist dann direkt reingegangen. Sehr gut umgesetzt. Jetzt wieder in der dominanten Position. Und ein zusätzlicher Bonus. Der Tricard Winkler jetzt direkt vor seiner eigenen Corner. Von da kann er natürlich die Ratschläge sehr gut hören. Der Corner kann auch deutlicher drauf gucken. Ja, absolut. Der Tricard Winkler hat sich aufzustehen. Vorsicht mit den Abkicks. Er ist gegroundet. Oh, da kommt der Triangle. Mit dem langen Bein kommt er gut rum. Das ist ziemlich eng. Und er registriert nochmal. Das ist sehr, sehr gefährlich für Pichacek. Schön reingearbeitet von Maximilian Winkler. Und das ist MMA. Der geht auf den Armbar. Aber das sieht so aus, als wäre Pichacek es raus. Jetzt besteht die Corner darauf, dass getappt wurde. Aber ich glaube, er hat nicht getappt. Ich glaube, es hat jemand in seiner eigenen, in der Pichacek-Corner hat er, glaube ich, auf den Boden gehauen. So ist es immer ärgerlich. Also ich habe keinen Tab gesehen. Ich auch nicht, aber wir sind ja auch in einem schlechten Winkel. Ich habe auf den Bildschirm geschaut. Ich habe nichts gesehen. Jetzt wurde Winklers Coach ermahnt, etwas ruhiger zu sein. Das geht jetzt in die neutralen Ecken. Coaching nicht erlaubt in diesem Moment. Ein Timeout bei 15. Nein, doch kein Timeout. Die Zeit läuft auf unserem Screen weiter, aber ich denke mal, sie ist angehalten worden. Und jetzt bin ich gespannt. Die Refs beraten sich. Die Refs beraten sich. Also wir hatten jetzt natürlich gerade die Situation, dass es den Submission-Attempt gab von Winkler und der auch relativ gut drin war und dann beide sich halt in eine Position begeben haben, wo man nicht genau sehen konnte, gab es einen Tab, gab es keinen Tab. Und aus unserer oder aus meiner Sicht, Felix, weiß nicht, was dir geht. Aus unserer beider Sicht, ja. Ich habe gehört, dass jemand auf den Käfigboden geschlagen hat. Ich meine aber, dass es in der blauen Corner gewesen ist, was natürlich sehr zum Nachteil von seinem eigenen Kämpfer gewesen wäre. Also ich habe keinen Tab gesehen. Ich kann es aber auch nicht hundertprozentig sagen. Jetzt wird die Position wiedergegeben. Das heißt, es wurde entschieden, es war kein Tab. Es geht genau in der Position weiter, in der er war. Genau, also kein Tab. Ich habe auch nichts gesehen, muss ich ehrlich gestehen. Und jetzt geht es in der Situation weiter. Und ja, wir haben jetzt die Zeit selber nicht mehr auf dem Screen, aber es waren nicht mehr, es war vielleicht noch eine Minute ungefähr, würde ich jetzt mal schätzen. Also mit einer Minute Action können wir jetzt noch rechnen. Und wir schauen ungefähr. Temerfitz auf die Oberschenkel von Winkler. Timekeeping wird aber auf jeden Fall die richtige Ringzeit noch auf der Uhr haben. Dafür sind sie ausgebildet. Und dafür sind wir auch dankbar. Schöner Harai Goschi. Wunderbar durchgesetzt. Aber das ist eben immer das Problem bei den Eindrehwürfen. Zu weit gedreht. Zu weit gedreht und dann die schlechtere Position danach. Aber trotzdem spektakulär. Spektakulärer Submission Attempt eben auch. Ja. Also. Winkler hatte seine Aktion. Okay. Und jetzt ist die Runde vorbei. Fairer Handshake. Das ist super. Wunderbar. Es gab natürlich ein paar Diskussionen gerade, Meinungsverschiedenheiten. Nicht jeder sieht alles, das ist klar. Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir kein Tap-Dot hatten. Der Kampf zu unterbrechen ist auch jederzeit möglich für den Referee. Und dann eben auch Videomaterial herauszuziehen. Ja. Ist seit letztem Jahr tatsächlich möglich auch ein Profi in den Eindrehort. Genau. Insofern ganz normales Prozedere hier in dem Punkt. Und absolut auch gerechtfertigt. Ich meine auch zum Wohle der Kämpfer. Muss man auch sagen. Weil das wäre jetzt wirklich schlimm gewesen, wenn wir da nicht die volle Sicherheit gehabt hätten. Wir gehen hier trotzdem in die dritte Runde. Deshalb hat Mischner-Attemptat Winkler das in die Runde gegeben. Guter Jab, den sollte er öfter einsetzen. Sollte nicht over-committen, sonst kommt gleich der Takedown. Oh, der hat gesessen. Und noch einer. Der hat gesessen. Ja. Und er geht auf der Guillotine. Aber der Chatschek rettet sich mit dem Double-Leg. Ja. Das war ganz schön knapp. Also da hat man richtig gesehen, wie er kurz zusammengesackt ist. Ich weiß nicht, ob man es auf dem Screen auch gesehen hat, aber wir haben es deutlich gesehen gerade. Speziell, weil Körpertreffer immer mit so einer Verzögerung von circa einer Sekunde kommen. Ja. Jetzt der Guillotine-Versuch. Aber Winkler bleibt immer gefährlich. Man darf ihn wirklich nicht abschreiben. Er bleibt gefährlich, aber die Guillotine hier sollte er eigentlich lassen. Er hat nicht genug, er kontrolliert nicht genug mit den Beinen und mit der Hüfte. Da berennt er sich jetzt nur den Arm aus. Ja. Und wenn er loslässt, müsste er sofort gucken, dass er ihn irgendwie wegkriegt. Ja. Und sich aufrichten. Weil er muss jetzt nochmal punkten. Aber man muss auch sagen, klar, der Takedown, der war natürlich jetzt für Pichacek da, aber davor eben auch ein klarer Wirkungstreffer. Die Frage ist, haben die Judges es auch gesehen aus ihrem Blickwinkel? Und jetzt nochmal der Submission-Attempt mit der Guillotine. Zwar etwas schwach, gegebenermaßen schlechte Position, aber trotzdem auch wieder. Und bis jetzt sehe ich von Pichacek eigentlich nur Recovery-Programm von dem Körpertreffer. Aber jetzt dürfte er sich erholt haben. Aber er hat nicht mehr viel Zeit. Eine Minute. Ja, aber das ist mir die ganze Zeit halt die Top-Control. Ja, gut. Aber am Ende müssen wir die Wirkungstreffer zählen. Und da ist Winkler diese Runde dann doch vorne. Ja. Winkler doch in einer sehr komprimierten Position, aber er lässt einfach auch nichts zu. Vielleicht kriegt er auch wieder ein Triangle kurz vor Schluss nochmal oder so. Jetzt nicht mehr. Jetzt müsste Fulgard. Könnte jetzt nochmal ein bisschen mehr machen von unten. Könnte auch zeigen, dass er... Sollte auf jeden Fall mehr machen von unten. Ja, genau das. Ich glaube, er möchte nochmal für einen Trailer gehen, aber es ist alles viel zu spät. Die Zeit ist vorbei. So, wer kommt ins Finale? Wir werden es sehen. Ich würde schätzen David Pichacek, aber ganz sicher bin ich mir nicht. Ich bin mir auch nicht sicher. Vor allen Dingen, weil wir halt immer auch die unterschiedlichen Blickwinkel berücksichtigen müssen. Also der Körpertreffer war für uns sehr gut sichtbar. Aber 90-Grad-Unterschied kann schon wieder ganz anders sein. Also, wir werden es sehen. Die Scorecards werden gerade eingesammelt. Kommt zum Scorekeeper von den Judges. Wir haben einen Entscheid. Zusammengerechnet und dann an den Ref weitergegeben, der jetzt das Ergebnis verkündet. Der Sieger und somit im Finale durch den einstimmigen Punkt entscheidet. Aus der blauen Ecke, David Pichacek. Pichacek setzt sich durch. Steht im Finale gegen Tobias Schröter. So, Freunde, das waren die Halbfinals und jetzt sehen wir uns 17.40 Uhr genau hier wieder für die Finalkämpfe. Genau das, worauf wir den ganzen Tag gewartet haben. Bis gleich. Willst auch du mehr als nur zusehen? Willst auch du Teil des Spektakels sein? Werde Akteur in der spektakulärsten Kampfsportart der Welt. Tauche ein in die Welt des MMA. MMA unfolded. Coming soon. Der GEMA Event-Tipp. Und das war's! Das war's! Das große NFC-Wochenende. Drei Tage, drei MMA-Events. Und das Beste, ihr könnt live dabei sein. Was für ein Löwenherz. Alter, echter Krieger. Vom 23. bis 25. Juli seht ihr im Maritimhotel Bonn das stärkste, was MMA Deutschland zu bieten hat. Plus, mit dem NFC-Super-Package bekommt ihr die besten Tickets für die NFC-Series und NFC 4. Eine Übernachtung im Vier-Sterne-Hotel und ein erstklassiges Dinner inklusive. Der große NFC-Triple-Header im Juli. Jetzt Tickets sichern auf eventim.de Diese GEMA-Meisterschaft wird dir präsentiert von Der GEMA Event-Tipp. Liebe Kampfsportfreunde, macht euch bereit für die Deutsche Meisterschaft im Amateur-MMA. Am 25. September findet dieses einzigartige Event in der Stadthalle Falkensee bei Berlin statt, bei welchem sich die Athleten für die Deutsche Nationalmannschaft empfehlen können. Und wichtige Punkte in den Rankings sammeln. Es wartet ein Tag voller spektakulärer Kämpfer auf euch, den ihr nicht verpassen solltet. Tickets gibt es im Ticketshop der GEMAV. Weitere Infos zur Veranstaltung sowie der Arbeit der GEMAV findet ihr unter www.gmav.de Das nächste Match startet in Kürze. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das nächste Match startet in Kürze. Untertitelung des ZDF, 2020 Das nächste Match startet in Kürze. Untertitelung des ZDF, 2020 Das nächste Match startet in Kürze. Untertitelung des ZDF, 2020 Das nächste Match startet in Kürze. Untertitelung des ZDF, 2020 Das nächste Match startet in Kürze. Untertitelung des ZDF, 2020 Das nächste Match startet in Kürze. 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 Das nữa Next startet in Kürze. Das nächste Match startet in Kürze. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das nächste Match startet in Kürze. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das nächste Match startet in Kürze. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das nächste Match startet in Kürze. Untertitelung des ZDF, 2020 Das nächste Match startet in Kürze. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das nächste Match startet in Kürze. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist natürlich schade, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und hier haben wir jetzt das Finale. Ja, passend zum Finale ein sehr erfahrener Referee Gerd Richter, der auch bei KSW und anderen ähnlichen großen Promotions arbeitet, also eine gute Betreuung sollte hier sichergestellt sein. Gut, arbeitet direkt mit Kicks, mal wieder Low High, Low High. Kurzen X-Kick knapp verpasst und dann. Die Kampfzeit, welche angesetzt ist für die Finalkämpfe? Jetzt kommen auch die Hände dazu, macht sie schön. Ja, die Oberhand ist durchgekommen, ein bisschen zumindest von Anna und jetzt wie fast zu erwarten der Takedown, auch relativ ohne Gegenwehr, also schön reingegangen, direkt in die Half-Card. Ja, beide tauschen jetzt hier leichte Schlagtechniken aus, ohne jetzt was groß anzurichten. Ich denke, das letztliche Ziel von Anna wird es wieder sein, in die Mount oder ähnliches zu gelangen, um das Submission anzusetzen. Ja, weil Hut hat das Bein noch gut kontrolliert. Kein voller Lockdown, aber zumindest die Half-Card. Und wir müssen auch noch betonen, da es jetzt die Finals sind, wird dreimal drei Minuten gekämpft, das ist auf jeden Fall, also ein Draw sollte so gut wie ausgeschlossen sein. Oh, ich versuche jetzt den Nacken zu kontrollieren, aber... Sollte sie sich auch gut überlegen in Bezug auf den Van Flut-Joke, aber jetzt ist es eh erledigt. Amerikaner-Ansatz. Ja, allerdings ist der Kopf noch dazwischen und das Bein ist getrappt. Also wenn Anna Gaul von hier den Amerikaner durchziehen will, muss ihm sehr viel Kraft arbeiten, aber von hier kann sie halt sehr gut schlagen. Schöne Schlagtechnik. Gut mit dem Kopf, geht jetzt zum Körper. Ja, schöne Head Pressure auch. Jetzt ist der Arm sehr gut kontrolliert und jetzt hat sie den Lock. Ist aber wie gesagt nicht in der besten Position dafür, aber sie kann ihn sich holen. Das ist möglich. Sieht auch das... Ja, jetzt ist sie so... Aber sie geht wieder in den Armbar. Jetzt geht sie wieder rein. Und da ist der. Oder? Oh. Da ist er. Das ist halt die Sache bei einmaligen Taps. Also wenn man nur einmal tappt, weiß man nie wirklich, was Sache ist. Aber kurz danach... Nee, war ein Schlag. Ja, das ist die Frage, ne? War es jetzt ein Slap oder ein Tap? Aber danach wurde jetzt zum Glück in dem Fall von Anna gut gelöst. Hat sie es doch nochmal angezogen und eindeutig gemacht. Also Sieg im Finale für Anna Gau. Ich sag Mission. Zwei Kämpfe, zwei Armbar. Ja. Das ist keine Überraschung, aber sie kann sie irgendwie doch trotzdem durchbringen. Die Siegerin. Und zurück bitte, deutsche Meisterin. 20-21. Ria Armbar in der ersten Runde nach zwei Minuten und 48 Sekunden. Einen großen Applaus für Anna Gau. Und dann ja. Die Spitzende. Und dann sage ich es erstmal noch mal. Und dann freue ich mich auch auch noch mal. Sieg im Vorbereitung. Vielen Dank. Direkt weiter zum Finale der Herren im Bantamweight. Da kommt jetzt wieder Elbert Sigoury. Hatte letzte Runde gewonnen, auch durcharmbar. Und sein Gegner in der roten Ecke, der Big Screen Eidemir. Der hat einen Freilost gehabt. Im Bantamweight gab es wie gesagt nur drei Teilnehmer und er hatte das Freilost für das Halbfinale. Und ist jetzt somit frisch. Ich glaube aber, dass Elbert sich auch nicht zu sehr ausgepowert hat. Das ging ja recht schnell. Genau, deswegen können wir uns auf ein vielleicht ausgeglichenes Match freuen. Vielen Dank. Vielen Dank. Was ein kurierter Auswachs der Finale hat, aber es ist noch lange nicht gelaufen. Wir widmen uns nur dem Watt am Gewicht der Herren bis 61,2 Kilogramm. Ich rufe als erstes in den Cakes an meiner Seite, in die blaue Ecke, für das Jobteam Berlin, Elbert Sigauri! Und da haben wir Elbert Sigauri immer noch gut gelaunt. Und da haben wir die Die Vielen Dank. Aber zu einem Finale-Tanz gehören der Mannszeit. Von daher rufe ich jetzt in die rote Älter für den Akatsky-Tempel. Der Wettbewerb ein Spiel! Und hier kommt der Bruder von Thomas Aldemir, der vorhin in der Match-Fight den Sieg davon tragen konnte. Und eben dieser Bruder begibt sich jetzt auch in seine Corner. Ja, also genau wie Adam und Elbert, wir haben hier heute zwei Bruderpaare, die ganz gut was reißen heute. Aldemir geht hier in seinen dritten MMA-Kampf. Sein Rekord bis jetzt ist 1-1, ein Sieg und eine Niederlage. Der Wettbewerb, Aldemir! Mit dieser Begegnung unser Referee Mökel Bleichschau. Jetzt haben wir es. Dreimal. Ja, gute Stimmung hier, muss man sagen, für eine Amateurveranstaltung. Die Leute genießen einfach, dass sie wieder vor die Tür können. Harter Leck-Kick gleich zu Beginn von Aldemir. Sehr leichtfüßig. Oh, da hat er ihn durch den Scheck zu Boden gebracht. Und es geht weiter mit den Submission Attempts, der sieht auch sehr eng aus. Ja, Aldemir hat versucht rauszuspringen, aber das ist eine sehr enge Guillotine. Ich sehe jetzt nicht, ob die Hände, die Hände scheinen nicht verbunden zu sein. Also da hat er sich stark rausgedreht oder stark rausgewunden. Der sah sehr, sehr eng aus. Aber er geht auf den Armbar. Oh, der Dreier dreht sich raus. Auch wieder schönere Guillotine. Sehr schön verteidigt. Aber jetzt zwei starke Aktionen von Sigoury hintereinander. Das muss jetzt Aldemir erstmal aufholen. Und probiert es mit Leck-Kicks zu den Beinen. Da muss er aufpassen, da ist der Mishima schon noch verrutscht. Gut gesehen von Ralf. Sigoury muss in die neutrale Kavana dafür. Aber es geht schon weiter. Sehr schnell, sehr dynamisch. Beide. Oh, sehr schöner Kontrattreffer von Sigoury. Er geht wieder auf den Nacken. Er versucht sich rauszudrehen. Und hartes Drown-Gepalm von oben. Er ist aber noch da. Ja. Er verteidigt sich auch gut. Hat jetzt Double-Underhooks. Und wird jetzt erstmal klammern gehen von uns. Ist egal, ich versuche den Crossface zu brechen. Jawohl. Nach den ganzen explosiven Aktionen jetzt kurz ein bisschen Luft holen. Na, muss ich auch. Er bleibt sehr aktiv von oben. Jetzt ist der Mund zu. Auch nochmal besonders angenehm. Schöne Rechte nochmal. Er bleibt dran. Lässt er nicht aufstehen. Aber mit Haken-Low-Kicks. Und geht direkt wieder rein und passt jetzt. Geht wieder auf den Nacken. Zehn Sekunden noch. Es sieht so aus, dass er die Runde übersteht. Und da ist die Runde vorbei. Ja, sehr dominante Runde für Sigoury. Ja, auf jeden Fall. Aber schöne defensive Manöver trotzdem von Aldemir. Ja. Ja, das sieht so aus, dass er schon auf jeden Fall eine Blässtur unter Aldemirs Auge. Die Cutman kühlen gerade ein wenig. Ja, eine leichte Schwellung. Ist aber, denke ich, noch im Rahmen. Und bei den Amateuren geht natürlich auch, dass tendenziell auch bei äußeren Schäden, seien es jetzt Cuts oder Schwellung oder sonstiges, man natürlich sagt, okay, das sind Amateure, die haben einen normalen Beruf. Nicht wie die UFC-Kämpfer oder ähnliches. Und auch da, genau wie bei Abbrüchen durch TKO oder ähnliches, sagt man, okay, da bricht man tendenziell auch mal früher ab. Wieder. Schön ausgekontert. Den Kick ausgekontert. Und gleich bestraft mit Ground und Pound. Und diesmal lässt er ihn aufstehen. Schöner Low-Kick. Gut nachgesetzt von Aldemir. Oh, sehr harter Wirkungstreffer von Sigoury. Die rechte. Hat gesessen und er macht direkt weiter. Und da ist es vorbei. Sieg durch TKO in der zweiten Runde. Elbert Sigoury. Sehr schön gemacht. Da freut sich jemand. Da war die rechte Hand, das ist der Anfang vom Ende sozusagen. Ich habe ihn hart getroffen. Und auch ein vertretbares Stoppage. Wie gesagt, wir sind bei den Amateuren. Und da ist die Gesundheit an erster Stelle. Und Aldemir wirkt zwar enttäuscht, aber er ist in Ordnung. Wir haben eine Urteilsverkündung. Der Sieger und somit mitteldeutscher Meister 2021. Nach 239 Sekunden für das Show-Team-Beddy aus der blauen Ecke. Elbert Sigoury. Meine Damen und Herren, für das Show-Team-Beddy aus der blauen Ecke. Das ist die Frage. Das ist die Frage. Wie gerade angekündigt, kommen jetzt erstmal einige Siegerehrungen, bevor es weitergeht mit den Kämpfen. Deswegen nur ein bisschen Geduld, aber gleich geht es weiter. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Es gibt zwar den dritten Platz, aber selbst der dritte Platz erfordert zumindest einen Sieg im Laufe des Turniers. Also Antreten, Verlieren bedeutet nicht automatisch dritter Platz. Von daher wundern wir euch nicht, wenn wir in einigen Fällen nur zwei Medaillen heute aussehen. Sehr gute Regelung, finde ich. Ja. Begrüßen Sie mit mir hier im Cage nach einer starken Performance im Finalkampf und somit verdiente Vize-Mitte-Deutsche Meisterin hier in Göttingen. Einen großen Applaus für das KOMA-Team, Tanja Huth! Gratulation an Tanja Huth. Volle Leistung, Kickboxerin ihres Zeichens. Wirklich gute Kickboxerin. Das waren sehr, sehr schnell dann saubere Kicks. Der erste MMA-Kampf, da muss man auch dazu sagen. Also, gute Leistung. Die Siegerin des Finalkampfes und somit mitte-deutsche Meisterin 2021 begrüßen Sie hier mit mir im Cage für das Handori-Pro-Team Berlin, Anna Geyel! Sehr schön, ein sehr, sehr wohlverdienter erster Platz. Zwei Kämpfe, zwei Siege, zwei Armwärts. Starke, starke Armrechte, Herr Bortz. Kommen wir nun direkt zu den Bantam-Gerichten, welche sich auch heute einige Schlachten geliefert haben. Begrüßen wir zuerst im Cage für den Akanski-Tempel einen großen Applaus. Zudem ich will, Altebier! Und hier darf Altebier den Käfig nochmal betreten, um sich die Silo-Medaille abzuholen, nachdem er ihn eigentlich gerade erst verlassen hat. Auch sehr, sehr schön gekämpft. Arte Kämpfe auf jeden Fall. Dein Applaus, starke Performance! Hat sich vor allem durch sehr gute Defense hervorgetan, ist aus einem sehr engen Submissions wieder rausgekommen. Der Sieger im Bantam-Gewicht, unser mit Mitte-Deutscher Meister 2021. Begrüßen Sie mit einem großen Applaus für das Job-Team Berlin, Elbert Zidori! Ein kleiner Jump à la Bruce Buffer, habe ich da gesehen. Starke Applaus, das ist dein Applaus! Der ist mehr als verdient. Absolut, starke Leistung. Zwei Kämpfe, zwei vorseitig gewonnen, einer durch Submission, einer durch TKO. Seinen Bruder, den wir gleich auch noch bei der Siegerehrung sehen werden, kommt noch mittags zu. Aufs Foto. Starke Leistung. Noch eine dritte Siegerehrung. Noch eine dritte Siegerehrung. Nein, doch keiner. Auch noch Lorenzo Bartsch im Finale. Und in der ersten Runde hatten wir doch eine schwierige Aufgabe, die er durchstehen musste. Aus Traumreuth für den ersten 10 KKS Traumreuth. Andreas Rassoumi. Auch noch Lageleistung von Ihnen. Jemand, der sich absolut nicht verstecken muss für seine Leistung heute. Die Silbermedaille. Und somit Vize-Mitte-Deutscher Meister 2021. Ich rufe in den Kentsch für die Grind-Gang-Karlsruhe. Wer waren Prüfer? Ja, wer waren Prüfer? Leider nicht geklärt worden von den Medicals für den Finalkampf. Und scheinbar auch nicht mehr in der Halle aufgrund der Verletzung. Nicht mehr angebend. Aber das heißt, wir kommen ohne Umschweifel direkt zum ersten Platz zum Mitteldeutschen Meister 2021. Begrüßt Sie mit mir hier in Kentsch fürs Jobteam Berlin. Rassoumi. Dein Applaus, mein Freund. Dein Applaus verdient. Wir wollen. Absolut. Macht ihr noch ein schönes Foto zusammen. Habt ihr euren Kindern was zu erzählen? Erstmal die Federgewichtse, dann die Brüder. Da müssen jetzt einige Fotos gemacht werden. Ich hoffe, es ist genug Speicher auf dem Handy. Das Nachwuchstalent kommt auch noch ins Bild. Ja, der hat jetzt richtig Bock. So soll es sein. Starke Performance. Das Announcement für den nächsten Kampf findet gleich statt. So, es geht weiter. Jetzt gehen wir direkt über ins Leichtgewicht und dort ins Finale zwischen Tommi Tran und Marcel Weber. Du ja, bei jetzt. Das wird auch interessant werden. Wir haben es ja vorhin schon kurz angedeutet, kurz bevor ich dich verlassen musste. Und ja, ich bin, ich kann dir nicht genau sagen, also ich habe da keinen Favoriten ehrlich gesagt. Nee. Das wird spannend. So, meine Damen und Herren, jetzt sind wir ein bisschen abgekühlt. Wir haben die Siegerehrung genossen. Wir haben den Triumph genossen. Aber jetzt geht es um die, die sich diesen noch verdienen müssen. Also, kommen wir nun zum Leichtgewicht des 70,3 Kilo und zum Entscheidungskampf und den Titel Mitteldeutscher Meister 2021. Ich rufe in die blaue Ecke für das Jobteam Berlin einen großen Applaus für Tommi Tran! Und hier kommt der Tommi Tran. Zwei vorzeitige Siege. Einmal durch TKO und einmal durch Medica Stoppich. Keine Niederlage bisher. Ein No-Contest. Zwei Kämpfe konnte er heute schon für sich bestreiten. Und jetzt geht es mit den letzten Kraftreserven in die Finalschlacht um den Titel. Ja, und Kraftreserven ist ein gutes Stichwort. Der hatte zwar zwei Kämpfe, aber beide gingen relativ schnell rum. Während Heber-To-Ab-Eif zwar nur einen Kampf hatte, der ging aber über Folge drei Runden. Leichtes Pfeilchen, leichte Schwellung unterm Auge sehen wir da. Auf seiner rechten Seite. Da wird wohl eine kleine Overhand eingesegelt sein. Vielleicht. Und sowas ist natürlich im Turniermodus auch immer eine Komponente. Wie gehe ich mit meinen Verletzungen um? Wie gehe ich mit meinen Wehwehchen um? Und auch, wie kann ich als Gegner das ausnutzen? Wenn ich so ein Pfeilchen sehe, dann würde ich da an Weber-Tujak-Bayers Stelle einfach nochmal nachsetzen. Ein bisschen was nochmal aufgeben. Zu einem Final-Tanz braucht man einen Tanzmann. Von daher rufe ich in den Cage, in die rote Ecke für das Liedchen Hannover. Einen großen Applaus für Marcel Weber. Du-Tujak-Bayers! War jemand gute Laune? Haben wir ja auch im ersten Kampf schon gesehen. Er ist wirklich sehr easy und locker drauf, muss man sagen. Hatte jetzt auch viel Zeit, sich auszuruhen. Auf jeden Fall. Und wir haben im ersten Kampf ja auch gesehen, etwas zu abwartend vielleicht manchmal auch. Und als er dann lockerer wurde und sich mehr getraut hat, dann konnte er wirklich dem Kampf auch seinen Stempel aufdrücken. Vielleicht schafft er das ja jetzt auch, gegen natürlich einen wirklich starken Gegner, jetzt im Finale, das auch hinzukriegen. Und etwas früher auch die Aktion zu setzen. Und wir werden es gleich sehen, aber wenn ich es richtig einschätze, ist hier auch wieder ein Größenunterschied. Das heißt, Weber-Tujak-Bayers muss auch tatsächlich derjenige sein, der hier die Action nach vorne bringt. Marcel Weber-Tujak! Andreas Raphael, unser Referee. Sehr klare, ruhige Ansage vom Ref. Sehr angenehm. Göttingen! Und hier geht's los, das Finale. Oh, gleich ist ein Treffer zum Körper. Gute Aktion, gute Aktion. Okay. Er wollte noch sich berühren mit den Händen, kurz einmal abtatschen. Ja, aber das Finale. Das ist die Eigenverantwortung. Sobald der Referee sagt, es geht los, geht's los. Schöner Abkick, brandgefährlich. Dann ist sofort da. Sofort zeigt er, wer der Chef ist. Mal sehen, was Weber-Tujak-Bayers jetzt noch machen kann. Jetzt pusht er nach vorne, aber wie auch in die Runde zuvor, Trump bleibt cool. Ja, jetzt wollte er zu viel, dann muss er abwarten, bis er auf ihn zukommt. In die Aktion rein sind die viel wirksamer. Oder halt mit dem Rücken gegen den Käfig. Sehr guter linker Haken dran. Wir kommen auch schnell hintereinander. Ja. Gleich nochmal, aber diesmal konnte er bald stören mit einer Aktion. Uh, hoch angesetzter Wheel Kick. Er will ihn zu sehr. Er will ihn zu sehr. Er muss jetzt ein bisschen abwarten. Ja, nicht so hektisch werden. In den Back-Hack, Super-Kick, aber eben auch nicht inflationär verwenden. Wenn Tujak-Bayers schlau ist, dann geht er genau in dem Moment ran, während er sich dreht. Und holt sich den Takedown. Quasi ins Auge des Orkans. Schön, ein harter Kick. Und gleich nochmal. Genau gegen die Bewegungsrichtung. Setzten den Schlag nach. Jetzt ist Tran wieder in seinem Element. Guckt, berechnet. Back-Down-Defense, wie wir es die ganze Zeit schon gesehen haben. Hartes Knie, also er ist sehr gut unterwegs jetzt bis jetzt. Und er gibt viele Rätsel, er gibt viele Rätsel für Tujak-Baev. Sehr aktiv mit beiden Beinen, mit beiden Hinten. Ja, und Tujak-Baev wird jetzt etwas zögerlich, was ja auch verständlich ist. Aber da muss er jetzt nach vorne gehen, er muss Winkel finden. Nicht still stehen bleiben. Absolut. Absolut. Genau, immer rauszirkeln und versuchen, seine eigenen Lücken zu finden. Geblockt. Schöne Overhand, aber hat auch irgendwas getroffen. Das hat auf jeden Fall ein Geräusch gegeben. Und jetzt ein guter Jab. Ja, ja, jetzt hat Tujak-Baev seine Momente. Leider etwas zu wild. Dann auch zu viel Gewicht nach vorne, das erlaubt ihm halt gar nicht, wieder den Rückwärtsgang reinzulegen. Und dann gibt es die Clinch-Situation. Sechs Sekunden noch. Erste Runde gleich vorbei. Kein Takedown mehr. Aber ein schöner Treffer. Gut. Da hatte Tran die Runde schon beendet. Also im Kopf. Auch hier wieder immer aktiv bleiben und sich selbst schützen, bis der Referee sagt, es ist vorbei. Absolut. Ich glaube, die Anweisung hier mehr mit dem Jab zu arbeiten. Was auch sinnvoll ist. Er hat auf jeden Fall Reichweitenvorteil. Wobei ich glaube, dass die Länge der Arme gar nicht so anders ist. Nee. Überzeugt-Baev hat relativ lange Arme für seine Größe. Und der Tjak-Baev kriegt einfach das Distance-Management noch nicht richtig hin. Aber er committet etwas zu sehr in seinen Schlägen und ist auch zu rund. Etwas mehr Gradlinigkeit. Schöner Low-Pick. Sehr, sehr schön. Das könnte ein Weg sein, zurückzufinden. Wie auch im ersten Kampf. Er hat da oft zum Bein getreten. Den hat er gemerkt, glaube ich. Und dann auch oben mal rein. Den hat Tran aber sehr gut. Unter dem Ellbogen. Auch zum Körper gebracht. Ja. Diesmal war er drin. Diesmal war er nur mit der vorderen Fußspitze, aber drin. Aber man muss den wirklich akkurat mit der Ferse treffen und ganz gerade treten. Sollte Tran jetzt den Spinning-Back-Kick unbedingt nochmal anbringen, dann muss er ihn von sich aus gesehen links rumlaufen lassen. Ja. In den Tritt rein. Aber River-Tjak-Baev taucht auch gerade sehr gut ab. Die Konter sind noch nicht drin, aber er weicht zumindest aus. Aber da darf dich auch keiner treffen, ne? Von denen. Also die zischen schon sehr knapp vorbei. Ja. Zack. Er geht auf alles. Er geht auf alles. Wo sind die Jabs, die der Coach gefordert hat? Bis jetzt noch nicht so gut zu sehen. Ein Uppercut vielleicht auch. Also Weber-Tjak-Baev nimmt den Kopf runter im Exchange. Speziell bei der Oberheilung. Wie sieht er? Das muss er besser vorbereiten. Aber die Low-Kicks, die sitzen und Tran merkt sie auch. Und wir befinden uns in der zweiten Runde von dreien. Wenn noch ein paar davon landen. Die sind ein Long-Term-Investment. Oh, ein schöner Jab im Ziel. Hat ihm da auch keinen Raum gegeben, ist nicht zurückgegangen. Stehen geblieben, steifer Jab. Das war nur umgeknickt am Cage. Da war keine Wirkung. Ja, und er will die Overhands setzen. Die Jungs haben beide ihre Technik. Die wollen sie einfach durchsetzen. Tran's Jab kommt sehr, sehr gut durch momentan. Schön gesehen. Gut gesehen. Gut zum Körper. Bis Kanter. Ja, super. Beide sind durchgekommen. Und da ist wieder der Low-Kick. Und wieder der Body-Kick. Sie haben beide ihre Technik. Und da ist der Head-Kick. Ja, war unter der Schulter. Knie und noch ein Treffer zum Kopf. Tran setzt nach. Ende der zweiten Runde. Und jetzt nochmal Druck von Tran. Nein, er nimmt den Druck raus. Aber es geht in die Pause. Super Runde. Actionreich auf jeden Fall. Ja. Etwas mehr Variabilität würde ich mir noch wünschen, was die Final-Technik angeht. Aber ansonsten sehr stark. Und ja, auch einfach eine sehr starke Take-Down-Defense von Tran. Ja. Damit nimmt er die Stärke von Weber-Toyak-Baev komplett raus. Ja, allerdings sollte Weber-Toyak-Baev trotzdem immer wieder mal einen Take-Down-Versuch einstreuen. Auch einfach um Variabilität reinzubringen. Weil das kann auch das eigene Striking verbessern. Dann kommt auf einmal die Overhead durch. Ja. Und vor allen Dingen in den Situationen, wo er mit dem Rücken zum Käfig steht. Und Tran seine Chance wittert. So wie jetzt eben kurz vor Ende der zweiten Runde. Aus der Cage-Mitte hat Tran schon eine sehr gute Übersicht. Und sieht die auch frühzeitig. Aber jetzt mit konditioneller Einschränkung sollte er definitiv nochmals probieren. Und der Käfig ist geklärt. Die Türen sind zu. Und los geht's. Letzte Runde. In MMA kann alles passieren. Dritte Runde. Let's go. Und da ist wieder der Low-Kick. Und nochmal. Und jetzt saß auch die Overhead. Sehr schön. Ja, die Zeit wird ihm gegeben. Und weiter. Und wieder der Low-Kick. Stark ausgegangen. Sofort wieder rein von Tran. Genau. Aber ich habe gerade gehört, aus der Ecke von Tran. Aufwärts haken. Und den bringt er jetzt auch durch. Ja. Aber, oh, schönes Treffen von BF2F5. Aber Tran scheut den Exchange jetzt nicht. Nee. Und wie gesagt, ich glaube der Upper hat es eine gute Idee. Und er geht in den Takedown. Ja, ja, ja. Aber gut gesprawlt. Vielleicht schafft er es jetzt hochzukommen schnell nochmal. Gut den Underhook geholt. Nicht den Rücken gegeben. Und der hat wieder Knie. Nichts passiert. Oh, der ging zu tief. Der war tief. Genau vor unserem Platz. Wir haben es genau gehört. Wir leiden mit. Ja. Man könnte jetzt sagen, gemeinerweise eine wohlverdiente Pause. Eine günstig kommende Pause. Aber ich will ihm nicht Absicht unterstellen. Nein. Das kann passieren einfach in solchen Situationen. Natürlich sehr schade jetzt für die BF2F5. Das Risiko besteht immer. Der jetzt natürlich genug Zeit bekommt. Fünf Minuten Zeit. Aber zur Erklärung jetzt. Es ist die Zeit gestoppt. Es muss der Ref jetzt entscheiden. War es eine erlaubte oder eine unerlaubte Technik? Oder aus Versehen oder eben absichtlich? Unerlaubt war es. Unerlaubt war es definitiv. Und das darf er aber jetzt nicht dran mitteilen. Weil sonst, oder nicht dem, sorry, nicht dem Weber-Tujak-Baev mitteilen. Weil er natürlich sonst die fünf Minuten auslaufen lässt. Sagt, er kann nicht weiterkämpfen. Und dann wäre das eine Disqualifikation bei einer absichtlichen Technik von Tran. Stichwort Aljamain Sterling. Ja. Der gerade so in der UFC sich einen Titel, er so einen Titel bekommen hat. Er sitzt auf jeden Fall schon wieder. Aber er sollte sich definitiv... Göttigen, gib den Athleten ein wenig Motivation! Er sollte sich die Zeit nehmen jetzt. Er steht jetzt wieder. Das ist dann eben auch die Abgezocktheit, die man vielleicht haben muss, da doch nochmal die 30 Sekunden mehr rauszuholen. Das kann ihm jetzt fürs Finale auf jeden Fall nur helfen. Denn er liegt hinten. Aber Tran konnte sich natürlich jetzt auch gut sortieren nochmal. Konditionell auch wieder frischer. Konditionell auch wieder frischer. Das ist ein Auffassender. Transkombinationen sind unfassbar schnell. Diesmal ging es mit dem Kopf mit dem Spin. Und auch am Käfig. Gut getimed. Eine Minute 15 noch auf der Uhr. Also ich glaube, hier ist noch alles möglich. Weber mit seinen harten Haken. Oh, und der hat getroffen zum Körper. Warten wir es mal ab. Rechte Seite, Weber. Das kommt immer später wahrscheinlich, durchgekommen zu sein. War wahrscheinlich einen Tick zu hoch. Wieder hoch an der Rippe. Und Tran geht auch nie erst mit den Füßen rein, sondern immer mit der Aktion. Das macht er gut. Ist immer out of range. Und dann geht er rein mit der Aktion. Der hat den Miller einfach zu sehr heute. Er hat ihn noch ein paar Mal gelandet. Ja. Vorsicht mit dem Knie. Vorsicht mit dem Knie. Ja. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Das hätte fast ins Auge gehen können. Fast, dass er das Wort ist. Das Winneberg kickt zum Kopf. Keine Spannung auf dem Bein gehabt gerade. Zehn Sekunden nur noch. Jetzt muss Weber noch mal eine Aktion bringen. Genau. Die hätte schnell einen Druckvoller werden müssen. Oh, der saß zum Körper. Zum Schluss nochmal. Ja. Guter Kampf. Auf jeden Fall unterhaltsam. Sehr viel Herz von Lieberträg Bayer. Absolut, ja. Ist teuer verkauft. Also ging über die Distanz. Fairer Handshake. So wie wir es sehen wollen. So wie es in der GMAF üblich ist. Und auch bei der IMAF. Sportsmanship immer an erster Stelle. Andreas, Andreas, Andreas. Kommen wir jetzt gleich nach den letzten Absprachen. So, das ist ja gut. Der Sieger, unser mit mitteldeutscher Meister 2021 im Leichtgewicht, mit einstimmigen Punktentscheid ermittelt. Ein großer Applaus für die blaue Ecke. Und wieder wohlverdient. Und wieder wohlverdient. Drei sehr gute Leistungen abgeliefert. Die Sicherung für diesen Kampf erfolgt nach den letzten beiden Kämpfen, welche unmittelbar stattfinden. Genau, und damit geht es direkt ins Finale im Weltergewicht. Nachdem der Käfig vorbereitet wurde. Wir haben jetzt Joshua Gantert in der blauen Ecke gleich, den haben wir ja schon zweimal sehr dominant erlebt. Und Lukas Meier in unserer, ja einmal sehr kurz, also muss man jetzt sehen. Einmal kurz und deutlich. Ja, kurz und deutlich und jetzt muss man sehen, wie er sich schlägt im Finale. Das ist natürlich jetzt ein großer Sprung, aber wenn er das ansatzweise so gut umsetzen kann, auch gegen den stärkeren Gegner jetzt, dann wird das ein sehr interessantes Finale im Weltergewicht. Fahre ich mit uns zum Co-Main-Event des Tages. Ein Kampf, den sich beide Kontrahenten jetzt schon redlich verdient haben. Weil es steht nicht ohne Grund hier. Sie haben beide gewonnen und sind jetzt hier für den letzten Kampf in ihrer Gewichtsklasse. Begrüßen Sie mit mir für den Weltergewichtstitelkampf bis 77,1 Kilogramm. Ich rufe in die blaue Ecke für das Exit Asia Freiburg. Einen großen Applaus für Joshua Gantt! Und da ist er. Wirkt auch noch sehr entspannt, dafür, dass er ins Finale geht. Und da ist er. sein Gegner in der roten Ecke für das zentrale Tulu-MMA-Fortzeit. Begrüßen Sie mit mir hier zum letzten Tanz, Lukas-Lukas-Meyer! Hier ist Lukas Mayer. So ruhig wie eh und je. Er hat jetzt auch genug Zeit, sich zu erholen. Und er hat halt keine Blessuren. Nein. Gar nichts. Was waren das? 30 Sekunden? Exakt. Hier muss Gott sei Dank nicht nachgeschnitten werden. Einmal reicht's rauf. Schön die Kamera rauf. So, wir sind gespannt. Franz Schwertmann für unser Co-Main-Event, wie wir eben gelernt haben. Klare Ansagen vom Ref. Jawohl. Jan Schwarzrock in Sicherheit. Es kann losgehen. Gage frei, Runde eins. Das ist schon angedeutet. Ganter muss aufpassen wegen der Reichweite. Und beide Kämpfer eben schon ermahnt. Wir haben die Hände offen, müssen aufpassen mit ihren Fingern. Gantert, Southpaw. Jetzt am Cage holt sich wieder den Single-Leg und geht wieder runter. Aber er hat seinen Gameplan. Aber Lukas Meier. Das setzt er gut durch. Aber ist es immer noch Platz? Kriegt er das Knie rein? Gut, die Hüfte. Ah, da hätte er vielleicht den Kesagatame gleich richtig zumachen müssen. Ja, Lukas Meier. Sein Mobil vom Rücken aus. Holt sich die Guard. Ja. Schön in Bewegung geblieben. Schön Platz geschafft. Bleibt doch die ganze Zeit in Bewegung. Ja. Genau so ist es richtig. Ja, das ist okay. Es war noch vorne auf dem Kopf. Vordere Hälfte bis zur Spitz. Und schüttelt ihn ab. Gott, das springt da direkt rein. Der Team durchgestiegen. Geht da volles Risiko. Wenn er da abrutscht und den Kopf trifft. Vorsichtig mit den Necklocks. Toe Hold ist erlaubt. Oh ja. Toe Hold ist erlaubt. Ja, aber... Da ist er rausgerutscht. Und ist jetzt im Rücken. So, jetzt wird es interessant. Ich glaube, da ist die Hooks reinzubekommen. Meier macht da sehr eng. Ja, er macht es eng. Muss jetzt schnell eine Hand reinkriegen, wenn er hochkommt. Jetzt ist der erste Hook drin. Der erste Hook ist drin. Jetzt ist mit Aufstehen schon mal schlecht. Und der zweite Hook ist drin. Jetzt hat er die Backmount. Unkontrolliert den Arm nach hinten noch. Schnelle Drehung kann ihn jetzt vielleicht retten. Ich weiß nicht, ob der Arm fixiert ist. Ja, das ist der Arm. Er sucht, einen Streckhebel anzusetzen aus der schlechteren Position. Interessant. Oh, gefährlich. Er kreuzt die Beine. Und da kommt die schnelle Drehung. Genau das muss er machen. Und jetzt hat er die dominante Position. Das geht momentan alles aufs Schulterblatt. Ein großer Schaden. Das wird bei den Kampfrichtern gar nichts ändern auf den Punktezetteln. Wir nehmen jetzt noch 25 Sekunden. Lukas Mayer kontrolliert jetzt schön das rechte Bein. Die Treffer dagegen tun was. Er dreht zum Körper und zum Kopf. Und nochmal. Und er liegt ziemlich regungslos. Also wenn er jetzt noch Gas gibt in den letzten 10 Sekunden, dann kann es passieren. Kein Fightback. Oh, das war knapp. Das war sehr knapp. Ein paar Sekunden länger und das wäre hier vorbei gewesen. Hätte man schon stoppen können, meiner Meinung nach. Also Kampfzeit ist Kampfzeit. Egal, ob es kurz davor ist oder nicht. Aber, wie gesagt, man kann natürlich auch dafür argumentieren, so kurz vor dem Ende der Runde, dass man da wirklich ganz genau hinguckt und dem Athleten die Chance gibt, noch im Kampf zu bleiben. Zumal wir jetzt im Finale sind. Absolut, genau. Absolut. Also man kann Franz Schwertmann, unserem Ref, da überhaupt keinen Vorwurf machen. Das ist auch immer der Ermessensspielraum, der da richtig und richtig ist. Abagant hat Arbeit. Arbeitet auch, aber atmet schwer. Sehr schöner Low-Kick von Meier. Jetzt in der Normalauslage. Guter Low-Kick von Meier. Absolut. Hat sich sofort gerecht. Der Positionswechsel. Meier arbeitet mit Fans. Guckt, wie Gantat reagiert. Wechselt jetzt selbst die Auslage. Beide wechseln die Auslage. Aber da kommt der Low-Kick durch. Beide vorne mit dem Fuß getroffen. Hoffentlich keine Verletzung. Gantat will wieder zumachen, aber schiebt er. Und ist dadurch den Aufwärtshaken. Und jetzt den Body-Kick. Aber nach an will. Danke, Treffer. Da wäre der Moment gewesen. Als er auf einem Bein stand nach dem Kick. Oh, das war knapp. Gut gekontert von Meier. Das muss der Bester vorbereiten. Ja. Das hat er gerochen. Harte Low-Kicks auf beiden Seiten. Gerade Knie rein. Und er geht dran vorbei. Und sofort geht er wieder ins Ground and Pound. Hartes Ground and Pound. Man muss aufpassen mit dem Hinterkopf. Ja. Aber wenn Gantat sich da wegdreht. Ja, da ist es vorbei. Sieg durch TKO für Lukas Meier in der zweiten Runde. Sehr stark. Super. Sehr, sehr hartes Ground and Pound. Hat wirklich alles gezeigt. Gute Defense. Ja, war in... Also der Gegner hatte den Rücken. Sorry. Gantat. Gantat, sorry. Gantat hatte den Rücken. Und er konnte sich dann mit der schnellen Drehung befreien. Dann mit Ground and Pound die Runde beenden. Wo fast abgebrochen wurde. Und jetzt natürlich auch nochmal nach dem relativ, ich will nicht sagen plumpen Takedown-Versuch, aber doch etwas unvorbereitet. Er hat etwas telegrafiert. Oder was passiert, wenn man müde ist? Kein Vorwurf. Tolle Leistung von Gantat in diesem Turnier. Der Sieger. Und Lukas Meier hat gezeigt, dass er es verdient hat. Das ist 77,1 Kilogramm. 20,21. In der zweiten Runde, nach einer Minute und 31 Sekunden, wir haben Takedown aus der Roten Ecke, Lukas Meier. Wir kommen zum letzten Kampf des Tages. Ja. Und es wird noch einmal schwer. Schwerste Gewichtsklasse, heute Mittelgewicht, Herrenfinale, Tobias Schröter gegen David Pichacek. Tobias Schröter wirklich mit einer überzeugenden Leistung in jedem Kampf bisher. Ja, beide via Decision ins Finale gekommen. Und es wird noch einmal schwer. Ja, die wird schon angefragt, ob die Athleten bereit sind. Aber es scheint noch ein klein wenig zu dauern. Wir bitten noch um Geduld. Leider Hinweis zwischendurch, bevor es zum letzten Kampf der Fallanstalten kommt. Bitte haltet euch an die geregelten Corona-Maßnahmen und tragt bitte eure Masken. Ja, auch hier nochmal der Hinweis, sich an alle Corona-Auflagen zu halten. Wichtige Info und wurde auch super umgesetzt bisher hier bei der Veranstaltung, auch von allen Teilnehmern. So Freunde, der Moment, auf den wir alle gewartet haben, der letzte Kampf der Veranstaltung. Unser Main Event des Tages, unser letzter Begegnung. Ich rufe als erstes in den Cage, in die blaue Ecke, für den Finalkampf im Mittelgewicht bis 83,9 Kilogramm. Für Southport in Leipzig begrüßen Sie mit mir hier in Göttingen, Tobias Schröter! Ohhhh! Rara wieder der Schwarzrock-Jump. Herrlich. Tobias Schröter auf dem Weg in den Cage. Sieht auch noch unbeschadet aus. Der Stuttgarter verabschiedet sich nochmal von seinem Team. Was gleich losgeht. ... Vielen Dank. Der Referee macht sich auch schon bereit. Ja, der Ref macht sich bereit. Genau, Philipp Neumann in dem Fall. Begrüßen Sie mit mir, David Jetschel! Hier bin ich wieder auf den Größenunterschied gespannt, tatsächlich. Vor allem auf den Reichweitenunterschied. Da spürt er auch sehr, sehr gut darin, seine Reichweite auszuspielen. Von den bisherigen Leistungen, muss ich sagen, habe ich Schröter etwas weiter vorne auf meinem Papier? Wie geht es dir? An sich, ja. Schröter ist auf jeden Fall der bessere Striker. Aber Pichacek ist in meinen Augen der bessere Allrounder. Also, wenn er hier einen Dogfight draus macht, wenn er dranbleibt, dann ist alles möglich. Philipp Neumann, unser Referee des Main Events. Philipp Neumann mit seinem Finalkampf heute. Natürlich auch immer eine Auszeichnung, auch für den Ref, nach so einem langen Turniertag dann im Finale stehen zu dürfen. Hoffen wir mal, dass die beiden Englisch konnten. Und los geht's. Meine Damen und Herren, im Mittelgewicht bis 83,9 Kilogramm. Schröter arbeitet viel mit dem Jab. Oh, das ist ja ein Low-Kick. Der Größenunterschied ist nicht so stark, wie ich gedacht hätte. Ansatzlose Rechte. Leider nicht im Ziel. Richard Jake bleibt gefährlich. Schröter probiert, die beste Position für seine Attacke zu finden. Oh, sehr hart auf. Aber das meine ich. Ja. Sehr schöner Takedown. Sehr stark reingegangen, mit starkem Druck. Hätte mir von Schröter ein paar mehr Aktionen, ein bisschen mehr Härte im Stand gewünscht. Ja. Ja, das ist mir immerhin. Der Pichacek ist wie so ein Hund. Wenn er sich erst mal festgebissen hat, dann bleibt er auch dran. Jetzt hebt er die Beine hoch, damit auf gar keinen Fall der Gegner die Chance gibt, aufzustehen. Und das Gewicht auf dem Po bleibt. Jetzt versucht er mit den Beinen à la Khabib Klammern. Auch da wieder schön Enkel-Control. Und steigt rüber. Ah. Da muss er jetzt aufpassen. Ohne den Käfig wäre er wahrscheinlich sogar in die Monde gekommen. Aber das muss natürlich berücksichtigt werden, wenn er eine Wand ist. Starke Fäuste. Ja. Starke Fäuste. Bisher kann Schröter aus der Situation etwas mehr machen, finde ich. Aber jetzt natürlich fixiert er den Arm von Schröter. Oh, sehr gut kontrolliert, sehr gut fixiert. Und jetzt den rechten Arm, den linken Arm von Schröter noch kriegt. Ja, aber er kommt so schon gut durch. Oh, harte Treffer von oben. Ja. Gut, die Hüfte weggezogen wieder von Pichacek. Ja, und die Treffer kommen ab und vor durch. Röter muss wirklich aufpassen, dass er jetzt nicht den Rücken hergibt. Wie steht es noch drin? Oh, harte Treffer von Pichacek. Erste Runde. Der lässt ihn aufstehen und setzt nochmal nach. Erste Runde geht klar an Pichacek. Ja, es hat Kraft gekostet auch. Ja, er atmet schwer. Wenn ich mir beide angucke, dann bin ich jetzt wirklich auf die zweite gespannt. Röter scheint konditionell gut unterwegs zu sein, gut vorbereitet. Ja. 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 Da wird nochmal die Schienbeinschoner gerichtet in der blauen Ecke. Ja, auch etwas, was man nur im Amateur-MMA zu sehen bekommt. Und die Profis können Schienbeinschoner mehr tragen. Ja. 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 Pichacek geht sofort ran. Lässt sich auch nicht abschütteln. Schönes Knie. Aber jetzt geht er tief. Klopft den Kopf wieder zwischen die Beine. Kriegt es nicht ganz hin. Jetzt kann er vielleicht sich drehen. Oh. Wechselt zum Double-Eck und boom, da sitzt er. Also Pichacek macht's super. Jetzt muss er nur Profit schlagen aus der Situation. Ja. 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 Jetzt hat es weiter Druck gemacht. Aber es erzählt, Schöter-Pichacek gut eng. Macht aber nicht wirklich Anstalten, den Käfel zu benutzen, um aufzustehen oder um da irgendwie ein Wechsel anzukriegen. Aber jetzt, oh, jetzt hauert er sich langsam in Richtung Armbach vor. Hat den Arm aber noch nicht. Pichacek auch relativ massiv im Oberkörper. Also da ist es auch schwer rumzukommen. Aber. Aber. Oh. Und jetzt könnte er rübergehen. Jetzt macht er es auch. Aber Pichacek ist raus. Zieht den Arm raus im letzten Moment. Oh. Aber, aber, aber. Schöter. Hätte ich fast geschafft, ihn umzudrehen. Aber jetzt. Pichacek wieder in einer dominanten Position. Versucht den Natten zu kontrollieren. Ach. Guter Move. Eine sehr, sehr dominante Position im MMA. Und er ist jetzt hier in der vollen Mount. Die Anweisung von Rev Neumann, dass mehr Action am Boden passieren muss. Ansonsten nimmt er beide nicht stand, was genau jetzt auch wieder passiert. Wir haben noch 15 Sekunden auf der Uhr. Das könnte nochmal ein Finale geben. Ja, ich meine, eine dritte Runde haben wir so oder so. Ja. Und gleich nochmal. Holt er sich den Takedown noch. Nee. Diesmal wird er ausgesprallt. Jetzt Turtle Position. Oh, harte Treffer. Harte Treffer, ja. Das war ein Gamble von Pichacek, zur letzten Runde nochmal auf den Takedown zu gehen. Aber ansonsten hat er ja die Runde sehr gut kontrolliert. Ja, man kann sagen, also Schröter muss jetzt schon wirklich sehr dominant die letzte Runde gewinnen oder einen Knockout hinkriegen. Ah, Pichacek atmet jetzt auch sehr schwer, hat sehr viel gearbeitet. Absolut. Hat alles gegeben bisher. Ja, und seine Art zu kämpfen ist einfach anstrengend. Immer dran zu bleiben, nicht locker zu lassen. Ja. Sehr anstrengend, sehr, sehr anstrengend. Aber wenn ich rüber gucke und auf den Brustkorb schaue bei Schröter, da sieht es ein bisschen besser aus vielleicht, aber auch nicht viel besser. So, letzte Runde. Der Tee gut daran, jetzt aus der Ringmitte zu kämpfen, genug Platz im Sporn zu haben. Applaus für Freunde, Athleten, let's go! Er darf nicht zu doll reingehen, ansonsten kommt immer wieder der Takedown durch. Aber! Ja, gute Aktion. Die Defense, oh, das ist ein Harte Heimerfest. Ja, da ist ganz schön Wumms drin. Und er huckt das Bein mit. Er schafft sich rauszudrehen. Die linke Hand ist es, was Pichacek gerade noch rettet, die er am Bein hatte, aber jetzt hat sich Schröter gut rausgedreht. Er holt sich den Seatbelt. Er versucht, die Hand zu befreien, um schlagen zu können. Er ist wieder. So. Oh, der hat ganz schön gesessen. Ja, und er landet in der Side-Control. Dominante Position am Boden in der dritten Runde für Schröter. Ja, wie gesagt, wir brauchen wirklich eine ganz deutliche Runde, eine ganz, ganz sehr überlegene Runde oder etwas Knockout. Oh, und Neon Belly und er gräte es ihm wirklich in den Körper, was nochmal extra eklig ist, wenn man schon müde ist. Oh ja, das hat er sicher gemerkt. Nochmal. Und jetzt macht er das, was wir auch schon vorher gesehen haben von ihm. Und Ground and Pound war auch wirklich stark bei Schröter. Ja. Da kann er gut drücken. Oh, jetzt zieht er durch. Jetzt bleibt er hinten drauf. Und Pichacek kippt ihm in den Rücken. Aber er hat den Hook nicht drin, jetzt aber. Doch, aber jetzt habe ich den rein. Also der eine Hook ist auf jeden Fall drin. Ja. Der arbeitet weiter und weiter und das ist... Schafft er es, ihn flach zu machen? Ja. Er arbeitet dran, aber der Fuß, Pichacek möchte jetzt den Fuß rausziehen oder das Bein befreien. Ist aber auch getrappt und die rechte Hand von Schröter ist frei zum Zuschlagen. Ein Armbar, jetzt ein Armbar wäre er noch drin gewesen, theoretisch, kurzzeitig. Ja, zumindest ist er das Beckenhaut. Aber das ist nicht unbedingt das Game jetzt von Schröter, glaube ich. Also er möchte, glaube ich, wirklich das Finish mit den Fäusten entkriegen. Und lässt sich nicht auf irgendwelche Submission-Gambles ein. Wieder Backmount. Wieder in der Backmount. Reichen die ersten beiden Runden, ist die Frage, oder wird es hier eine 10 zu 8 vielleicht? Schröter hatte einen guten Schluss in der letzten Runde. Das ist schwierig zu sagen. Und bis jetzt ist das hier auf jeden Fall seine Runde. Das ist noch ein Handfighting. Die letzten 10 Sekunden. Ich glaube nicht, dass hier noch ein Finish kommen wird. Selbst wenn der richtig drin sitzt, der würde ja nicht abklopfen, jetzt so kurz vor Schluss. Was ein Mäden des heutigen Tages. Ja, spannend auf jeden Fall. Sehr spannend. Ich kann nicht sagen, wer das gewonnen hat. Die letzte Runde geht auf jeden Fall an Tobias Schröter. Ob es insgesamt gereicht hat? Ja. Hat ein bisschen zu spät die Rezeptur gefunden. Ja, einmal das muss man haben. Ich glaube, Peter Czajek ist auch einfach müde geworden. Das auf jeden Fall auch, ja. Mit Sicherheit hat er es auch mit reingespielt. Man sieht auch, er ist völlig ausgepumpt. Czajek war ein anstrengender Arbeitstag heute. Schröter sieht entspannt aus. Das wird wirklich spannend. Also die letzte Runde war sehr dominant. Wer weiß, ja. Also Leute, wir sind uns immer noch nicht einig. Letzte Runde 10 zu 8 für Schröter. Also Verlängerung. Unglaublich. Das ist mein Event. Das ist mein Event. Das ist mein Event. Ich hoffe es an. Piotr Jön. Was heute hier? Das ist mein Event. So muss das sein, oder? So muss das sein. Wir haben eine Verlängerung im Finale im Mittelgewicht. Um die Mitteldeutsche Meisterschaft. Vierter Runde, los geht's. 10 zu 9 an Piotr Jön. Letzte Runde 10 zu 8 wahrscheinlich. Oder muss ja so sein. Oh, harter Treffer. Sehr schön. Und nochmal. Und verteidigt. Gut raus, Herr Zirkin. Bleibt am Nacken. Ja, gute Entscheidung. Ja, gute Entscheidung. Absolut. Ja, der war auch an der Deckung. Hätte ein bisschen konsequenter blocken können. Und wieder gesehen. Wieder ein Shoot. Und gleich wieder ein Sproul. Schröter einfach der frischere Mann jetzt hier in der vierten Runde. Das war das Schlimmste, was Pichacek jetzt passieren konnte. Die Verlängerung. Jetzt würde ein Knie passen. Aus der Corner kommt auch der Ruf. Knie zum Körper. Knie zum Körper. Die hat Pichacek gemerkt. Wir haben ihn richtig schnaufen hören eben. Harte Fists. Ja, Granby Row. Und nein. Unglaublich. Trotzdem, der Ellenbogen ist drin. Ein bisschen Platz ist da. Überhaupt die Explosivität da ist, um da jetzt nochmal das Bein zwischen zu bekommen. Schröter könnte jetzt einfach klären, indem er kurz Kezagatame zieht und dann wieder in Side-Control geht. Dann hat er den Arm raus. Genau, das versucht er jetzt auch. Und jetzt wieder Side-Control. Ja, aber trotzdem zu viel Luft. Ich lasse ihn weiter von oben. Legt sein ganzes Gewicht auf ihn. Ja, genau. Vorsichtig. Aber die sind hart, die Fäuste, wenn die von außen auf den Kopf segeln. Von Schröter. Also von Pichacek kommt hier echt wenig jetzt noch. Die Kraft ist einfach nicht mehr da. Ausdauer. Er schafft es nochmal, sich aufzurichten. Aber im Stand ist es ja auch nicht unbedingt besser jetzt für Pichacek. Aber die Rechte kommt nochmal durch. Aber jetzt wittert er nochmal. 20 Sekunden nur noch. Gefährlich jetzt für Schröter. Das ist nochmal gefährlich. Harte Treppe, harte Treppe. Letzte Runde Pichacek. Unglaubliches Herz. Was für ein Kampf. 10 Sekunden. Und das war wirklich Schaden, muss man sagen. Das war der herzeste Treffer des Kampfes. Das weiß man schon wieder nicht. Das kann halt die ganze Runde wieder ausgleichen. Jetzt ist Abmission-Attempt. Nein. Und nochmal. Und nochmal. Enger Kampf. Oh mein Gott. Ich sag dir gar nichts mehr. Starker Kampf. Starker Kampf. Sehen wir noch eine Runde Verlängerung? Noch ein Fünf-Runde am Ende? Das wär's doch. Wollen wir mal Pichacek fragen? Weil Bock hat. Anscheinend ein bisschen Bock hat er noch. Sonst hätte er sich nicht so angestrengt zum Schluss. Aber starker Knockdown. 15 Sekunden vor Schluss. Einer der härtesten Treffer des Tages. Der hat gekracht. Aber Schröter sieht so aus, als wenn er den weggesteckt hat. Der hat es kurz gescheppert, aber dann war er wieder da. Der hat es kurz geflackert, müsste man sagen. Genau. Unglaublicher Kampf. Und wieder ist es nicht klar. Ja. Aber der Scorekeeper bekommt jetzt alle. Wir haben eine Entscheidung. Es gibt eine Entscheidung. Jetzt bin ich gespannt. Der Sieger und somit mitteldeutsche, Meister im Jahre 20, 21 im Mittelgewicht. Via Split Decision. Also ein Kopf an Kopf treffen, wie aus den Bildern. Der Sieger aus der Ruhe-Becke. Wahnsinn. Wahnsinn. Er holt sich noch ganz zum Schluss. Wir haben alle nicht mehr dran geglaubt. In der letzten Sekunde. Unglaubliches Herz. Statt. Aber seien wir ehrlich, in dem Kampf gibt es keinen Verlierer. Nein. Unglaubliches Herz für diesen. Er ist auch völlig durch. Er ist so durch. Er ist so froh, dass es jetzt vorbei ist, glaube ich. Aber er hat wirklich alles gegeben. So, meine Damen und Herren. Wir haben noch 30 Ebenen. Ja, der klassische Hail Mary-Hook zum Schluss. Also aus dem Sieg wird er sehr viel Energie ziehen und sehr viel Stärke. Ja. Also er weiß jetzt, er kann die Schlachten gewinnen. Das ist auf jeden Fall von Vorteil in Zukunft. Ja, das war ein riesen Vorgeschmack, oder? Deutsche Meisterschaften stehen ja an. Und wir sehen Pizzacic auf jeden Fall als Sieger dieses Turniers. Er ist ja qualifiziert. Ja. Und wir schauen mal in den Trailer für die Deutsche Meisterschaft, damit ihr alle richtig Lust bekommt auf dieses Event. Der GEMA Event-Tipp. Liebe Kampfsportfreunde, macht euch bereit für die Deutsche Meisterschaft im Amateur-MMA. Am 25. September findet dieses einzigartige Event in der Stadthalle Falkensee bei Berlin statt, bei welchem sich die Athleten für die Deutsche Nationalmannschaft empfehlen können. Und wichtige Punkte in den Rankings sammeln. Es wartet ein Tag voller spektakulärer Kämpfer auf euch, den ihr nicht verpassen solltet. Tickets gibt es im Ticketshop der GEMAV. Weitere Infos zur Veranstaltung sowie der Arbeit der GEMAV findet ihr unter www.gmav.de. Also ich würde sagen, das hat richtig Lust gemacht, oder? Ja, auf jeden Fall. Und der Kampf war ja unfassbar gerade. Also ihr seht, die Qualität ist da. Wir haben jetzt hier einen mitteldeutschen Champion im Mittelgewicht, der es auf jeden Fall verdient hat nach dieser Schlacht. Und ich freue mich riesig, ihn mit dem Herz wiederzusehen. Und ich hoffe auch, dass wir Schröter wiedersehen, weil er wirklich auch ein tolles Turnier gemacht hat. Ja, auf wen ich tatsächlich auch neugierig bin, sind die beiden Siegerhuis, die ja jeweils weitergekommen sind. Die haben sehr, sehr gut performt heute. Absolut. Aber ja, damit gehen wir jetzt in die letzten Siegerehrungen. Und wir zwei möchten uns schon mal von ihm verabschieden, meine Damen und Herren. Danke, dass Sie zugeschaltet haben. Und hoffentlich sehen wir uns zur Meisterschaft im September wieder. Genau, zur Deutschen. Danke dir, Felix. Spaß gemacht. Danke, Harry. Merci. Diese Game-Up-Meisterschaft wird dir präsentiert von Fighting.de, Foodspring, Zebra, Green Hill, Move Act, Sea Tickets und unserem Partner vor Ort, der Sportschule TM Göttingen. Willst auch du mehr als nur zusehen? Willst auch du Teil des Spektakels sein? Werde Akteur in der spektakulärsten Kampfsportart der Welt. Tauche ein in die Welt des MMA. MMA Unfolded. Coming soon. So, meine Damen und Herren, wir kommen zum Abschluss des folgenden Tages. Seien Sie jährigen, haben wir doch vor uns dann ein paar warme Worte des Abschlusses. Und von daher, wir haben es fast geschafft. Kommen wir zuerst zu der Siegeherierung im Lightweight bis 70,3 Kilogramm. Den dritten Platz teilen sich sowohl Finn Pflügge von der Sportschule Rahn und Ellis Zagy von der Defense Group Wesseling. Er ist da, die wird reingetragen, verdient. Der zweite Platz für das League Gym Hannover Marcel Weber Tutak-Börgen Der Sieger und somit mitteldeutscher Meister im Leichtgewicht bis 70,3 Kilogramm. Einen letzten großen Applaus für das Jobteam Berlin Tommi Trau Starke Leistung Starke Leistung Starke Leistung The Pflügge hat Mitarbeiter Ansonsten zur Kenchant hat noch Vielen Dank. Starke Leistung, Leute. Starke Performance. Auf geht's zu den Wäldergewichtlern bis 77,1 Kilogramm. Den dritten Platz teilen sich zum einen für das Vendus-Trainingszentrum Berlin Emin Hagemann und ebenfalls für das Vendus-Trainingszentrum Karl Enning-Arst. Werden uns schon abgereist, oder seid ihr noch da? Den zweiten Platz und somit Vize, Mitte-Deutscher Meister für das Exit Asia Freiburg, Joscha Gantel. Starke Performance, mein Freund. Der Sieger und somit Mitte-Deutscher Meister im Wäldergewicht 2021 für das Vendus-Trainingszentrum für immer der Varforzeit, Lukas Meier. Starke Performance ist bei Saka Kopp. 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 Saka Kopp. Starke Performance ist bei 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 Saka Kopp. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020